Du kannst zum Beispiel einen Araber, der vielleicht der Muslim ist, aber er kennt diese Sachen nicht. Fragst du ihn, was bedeutet dieser Wort? Er wird ja übersetzen, kleine Kinder. Ja, natürlich, ja. Das ist ja keine schwierige, schwere arabische Sprache. Das ist ganz einfach, weil die Koranis nicht so blick sind. Die Koranis sind einfach dumm, Digga, ganz ehrlich. Ah, guck mal, sogar der Koran sagt, Sura 41, Vers 44, wer das nicht so akzeptiert, wie es da steht, der ist blind und taub. Ganz einfach. Ja, so man bekommt, ey, das stimmt nicht und so. Digga, jetzt mal. Mit den Kindern, das ist ein Ijmer, Bruder. Das ist ein Ijmer. Und Ijmer bedeutet so viel wie, dass alle eine Meinung haben. Wer ist Buba? Wer ist Buba? Wer ist Buba? Buba. Ich schreibe es jetzt hier im Text, Freunde. Ich schreibe euch Ijmer Ad ibn Mundir. Und ich schreibe hier so. Schreibe mal, Habibi. Ijmer Ad ibn Mundir ibn Mundir ibn Mundir ibn Mundir. In der Hadithin steht, dass Aisha mit Puppen gespielt hat. Das ist noch harmlos. Das hast du euch geschrieben, Freunde. Du kannst auch kleine Kinder auch bonga bonga machen, also ein kleiner Junge, aber du darfst seine Mutter nicht mehr heiraten. Oh, ja, ja. Ich hab jön gesagt, dass ihr ein Kind, ein mind ist und ein Kind. Genau, genau. Wie wenn jemand ist, wer der König kommt, dann flippe er gar nicht hin, manchmal in die Bangladeschung, wenn es in den transistornamen wird? Ein Mann, Habibi. Fährt ihr mich ihm in die� Haut? Ich��다 wiederです nicht. Das ist ein Scharthまり, B Streitig. Es ist Trich von Kat nivell. Nein, genau. Ich habe das so. Er ich habe... Er liegt sofort in denapaen Albert PotYOOOOO. sparen gemacht die habe keine chance die soll mal kommen ja das heißt mir gut dass wir ja ja ich habe es fast vergessen wenn du was über wenn jemand etwas erwähnt dann kommt direkt schnell wieder ja ja ich weiß oder ich vergesse auch viel aber ich ich habe so in letzter zeit nicht so viel zeit gehabt und deswegen nicht war eben nur einfach gerade hochkommen wollte ich nur ein bisschen grüßen also gesagt sein buchari wer mit einem kleinen kind spielt und dann penetra ihr wisst was ich meine ich muss nicht das ganze sagen weil sonst werden wir wieder hier links eine meldung bekommen und der hat das also der hat das kind geschenkt dann darf er die mutter nicht heiraten ich meine welche mutter würde jemanden heiraten der ihre kinder missbraucht hat ein sohn redet ihr nicht über menschen welches normale frau wo sie das akzeptieren ja also das ist ja das ist richtig pervers ist das so dass also so der vier und deutschland die frau am anzimmer 5 105 ist das ok ja ich liebe du weißt wurde wenn ich arabisch kenne kann stehen und ich schreibe nur das und dann finde ich ist genau ich bleibe zum beispiel muss immer die ragu ist stabil und dann finde ich das direkt genau da steht wenn du mit einem kleinen jungen bonga bonga machst du dann seine mutter nicht heiraten das ist die einzige strafe leute stellt euch mal vor ja also es gibt keine strafe wenn du ein kleines kind hallo 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 der wahre glaube bist du auch marokkaner nein ich bin kurde bei ihr redet so schnell ich verstehe ihn manchmal gar nicht deswegen spreche ich gerade langsam aber ich spreche doppelt so viel ich bin mir gerade wirklich gebraucht ich wirklich ne ich kenne mich nicht so gut mit dem koran ja wirklich du machst du richtig hier im double time wie buster rhymes oder der wahre glaube ich hätte euch gerade wirklich gebraucht ich wirklich ne ich kenne mich nicht so gut mit dem koran aus ich kenne ein bisschen bisschen auch bisschen hadith und so aber nicht so richtig gut da war einer der wird hat auch ganz schnell geredet marokkaner sein name mohammed hieß der den habe ich mehrmals zerfetzt dieser leugner immer jedes mal kommt der hat geweint der war frech aber was war dein thema meinte babo das thema war über die islam bei oliver genau über islam und dann habe ich einfach ich habe einfach alles zusammengewürfelt die ziege weil er hat über ziegen geredet dieser mohammed habe ich gesagt ja die ziege hat verse gefressen dann hat er über die bibel auf einmal geredet habe ich gesagt nee über die bibel will ich gar nicht reden weil darf ich nicht darf ich als christin nicht über bibel reden und der der war so schnell im reden ich bin gar nicht hinterher gekommen dann haben die mich raus geschmissen weil ich war auch zurück frech also ich habe die nicht beleidigt aber ich war ich war laut und temperamentvoll halten ich lass mich doch nicht da so bloß stellen der mich so hingestellt als ob ich ja weiß ich nicht als ob ich dumm bin es gibt kein original texte von koran gibt es nicht es gibt nicht der koran ist eine fälschung die hadithen existieren gar nicht es gibt keine manuskripte von hadithen da sind alle nur märchen was die die haben nicht weil die lassen nicht weil die leute sein grab besuchen oder nur mit dem schaden irgendwie was weiß ich diese dings und zu gucken ob da überhaupt knochen sind weil es gibt ein halber reichen warte warte es gibt ein hadith in buchhari gesagt sind zwei männer die saßen an einer wand die haben sich auf der wahl auf eine wand gestürzt und auf einmal spiel einen stein von die band und die haben angefangen zu graben und da fallen sie eine riesen fuß die haben erstmal gedacht das wäre der fuß von mohammed aber danach haben sie geguckt und die haben dann doch festgestellt dass der fuß von 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 umar ist also wenn sie diesen hadith jetzt so nehmen dann war mohammed und auch mal mit einer wand begraben und nicht in den boden es kann auch eine fuß und ziege sein babo dann sagen sie uns jetzt ist es gibt ein graben von mohammed irgendwo in der boden aber die sagen eine wand also die beweise gibt es nicht außer wie gesagt gibt einen ein dokument der von einem römischen historiker geschrieben wurde dass ein so genannt mohammed einen prophet von araber mit den juden zusammen jerusalem zurückerobert haben und er hat die juden dabei geholfen und das ist ja nicht eine islamische quelle das ist eine historische quelle wirklich ein jemand der das geschrieben aber das ist die einzige sache die wir aus der islam von mohammed haben sonst nicht und das steht dass das passiert wurde in 634 also zwei jahre nach dem angeblichen tod von mohammed und die hadith die wurden ja auch von sei al-bukhari die wurden ja auch geschrieben 200 jahre nach dem tod von mohammed oder ja und muss man das verbietet sowieso der koran auch mohammed es gibt die sache wo man mit sagt schreibt nicht über mich also jeder also von buchhari wurde im jahr 900 geschrieben 200 jahre nach nach dem mohammed wurde von ihm nicht schaden und ihm nicht schaden hat diese geschrieben und muslim wie ihr wisst jemand hat irgendein geräusch leute bitte wenn ihr nicht geht ihr habt geräusche auch muslim der war ja die schütze von buchhari muslim war die schüler von buchhari auch der buch von muslim würde wie sie sagen veröffentlicht ohne seine erlaubnis so die haben als quasi spoiler ohne sein wissen haben die das veröffentlicht und dann hat er interveniert und gesagt nein 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 wenn ihr das machen wollt dann muss ich schreiben was sahih ist und so dann muss ich wirklich da selektiv sein und dann haben die ihm gelassen dass er so macht diesen sahih und die ganzen sachen also die ganzen geschichten über die sache wie buchhari und den muslim und so weiter es gibt auch geschichten dass muslim und und buchhari sich gestritten habe über den metten und den senat und den einer wie wir sagen wer bis der motor angeht und dann haben die da wirklich debattiert muslim und seinen gelehrter buchhari über die ja ob diese menschen wahrhaftig waren ob diese menschen keine lügner sind und die wirklich zum beispiel ob die erste person wirklich diesen hadith gehört hat ob sie überhaupt in der zeit gelebt hat wo mohammed war versteht ihr also die haben das was unsere quelle sagen dass sie einen guten job gemacht haben aber da können wir uns auch nicht sicher sein das habe ich auch schon gehört aber da habe ich mal eine frage ich weiß ihr seid zu nieten aber da habe ich jetzt mal und zwar zum beispiel die 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 mit ali mitgegangen sind ich weiß jetzt gar nicht wie wir alle nennen sich brauchen die biete oder schieten genau die von schieten diese die mit ali mitgegangen sind mit dem imam ali die waren doch zu der lebzeit also nachdem mohammed gestorben ist zu lebzeiten von ali sind sie doch mit ihm mitgegangen haben die hat diese aufgeschrieben richtig oder falsch von den schiiten die die hat diese meine ich ich weiß nichts über schieten der hatte ich weiß ja auch an die den nehmen sie haben ein näheren bündnis an imam ali schieten alles alles wurde schieten sie nur einfach um die einen liebten der mond absoluter schieten alles würde 200 300 jahre später geschrieben ja aber ich dachte jetzt dass von dem imam ali nein nein die diese 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 wie die jünger von jesus diese mit ihm mitgelaufen sind die schieten glauben nicht mal das koran richtig ist die sachen der koran ist entfälschung einfach system der echte welt ist es deswegen die haus mal an die haben nicht von jahren und die waren noch auf dem mädchen dass er kommt und ein koran bringt und die sind ja 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 stimmt die haben mehrere suchen zusammen geht dann werden wir mehr suchen wie und die andere andere suchen die es gar nicht gibt in den koran also die haben doch andere suchen weitere suchen außer dass sie haben also mehr als die sunniten haben sie also sind muslime komplett gefälscht ob schiiten ob alle wiener zu nieten alle wieten nicht alle wieten nicht alle wieten nicht alle wieten lehnen er hat dies ab alle wieten gehen im weg innerhalb des korans während dessen sunniten das gefällt der ganze koran der koran an sich ja von sich aus behauptet irgendwie das nicht gefälscht ist einige sagen es gefällt einigen nicht aber die sache ist so mein brauche ich habe mal jan 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 habe ich guck mal man braucht keine gelehrten allein das ist ja die sache alle wieten nehmen keinen gelehrten vorhanden wie ab du gelehrter nicht oder nicht allein bei dem koran wenn du das nicht und studierst dann erkennst du das alles eine fälschung es gibt keine schau mal schau mal ich weiß der allah der allah sagt ich bin ein verbrecher allah sagt ich bin ein verbrecher im koran steht ja dass mit allahs wort die hat gemacht wird das sagt doch schon allein also sagt doch schon dafür aus dass allah ein verbrecher ist ja aber steht da allah sagt ich bin ein verbrecher laut dem koran das muss er nicht sagen das ist er ja sowieso laut diesem vers dass ich meine wenn du nur einfach dieses koran liest dann erkennst du das aber gar nicht gott ist er entspärft sich es ist auch nicht oder gar keine religion stimmt das ist so religion nicht aber jesus christ ist keine religion ich bin ich war ja kein christ ich bin ich bin ich komme aus syrien ich bin kurde vor 14 vor 18 jahren schau mal schau mal schau mal schau mal gott gott ist keine philosophie gott ist die wahrheit und gott ist geist auch der bibel genau wie der wien sagt der herr jesus christus so weht und gott auch ich bin mit ich bin hier groß geworden in deutschland schon mal mit 80 ich war ja zuhälter mafia ich habe strukturen gab wo du davon nicht mal träumen kannst ich war sehr böse mensch mit 18 jahren wurde selbst mit der ich meine mit 25 jahren wollte ich selbst morgen begehen meine kontakte reichten bis zum kommen meine kontakte reißen bis zum libanon der zum beispiel der der direktor von flughafen war mein freund türkei egal wo du was ich habe kontaktiger am ende wollte mit 25 ich war jung ich wollte mich umbringen und ich habe das nicht für für einfach mir vorgestellt irgendetwas ich wollte wirklich mich umbringen ich war am ende mein leben in dieser zeit als ich mich umbringen wollte mein leben ende machen wollte wie ein stimmen mein herz gesagt warte abredet doch zu mir und dann hat dieser wie soll ich reden sagte rede gibt alles mir dann hat gesagt wer bist du denn hat hat sich bekannt dass er gottes dann habe ich erkannt dieser gott nein gott nicht beweisen wora wirklich lassen aussprechen warte warte lass mich ein bisschen ausreden kannst du reden so und dieser jesus christus er ist selber mir erschienen als ich alles was in meinem herzen war vor ihnen bekannt habe und ich habe nicht jesus gerufen ich habe gott gerufen in dem moment ich habe geweint der jesus mir erschienen hat mein leben gerettet und ich habe ihnen gesagt wann du wirklich gott ist die wahrheit die mir zwei kinder zwillinge damit ich nicht sage das war ein einfach mein vorstellen ich bitte dich ich habe die kinder beschrieben die eine so schlicht haben die andere unter augen die andere lockt jahre dann die glatte die andere kleine nase ich war die nase ich habe die kinder total anders beschrieben und weißt du was er mir gezeichnet er hat mir sachen aus der bibel sieht jetzt wo ich noch nie die bibel gelesen haben mein leben wurde noch nie gehört habe ich war ein verbrecher von jugend an und weiter bis heute sind die verbrecher weil ich habe 1000 mitglieder meine familie in deutschland über tausende so so großfamilie ja ja wir sind großfamilie und dann als ich hier und als ich die der herr jesus christus mir diese sache mir aus der bibel sieht jetzt habe ich noch nie gelesen gehabt nur dieser kinderwunsch ich habe dieser gesagt ja wieso kommt ihr eigentlich wieso kommt er nicht immer mit dieser erfundenen geschichte ist mir erschienen und so warte mal warum sollte mich rausschmeißen ich kennbar wo ich kann ja warum warum das ist so eine typische missionar erfundene geschichte seine erleben und du kannst auch danach reden lassen zu erreden bitteschön also weil du mich nicht kennt da brauchst du nicht hier lügen wie ein teufel habibi du kennst mich nicht und du sagst ich lüge jetzt sagt mir diese geschichte höre ich halt schon locker 100 mal von nein wann hast du von mir gehört ja als wir weiter ich höre nein wann hast du gehört du hast mich ein jünger gesteckt und du kennst mich nicht mal na ich habe nicht gesagt dass du ein lügner bis habe gesagt diese geschichte kennt man nein woher kennst du meine geschichte der jeder zweite missionar sagt er hat die missionare ja na klar lügen sie weil sie doch woher nutzen ja dass ein missionar liebt haben natürlich um die leute zu missionieren ist ja paulus hat ja paulus hat ja rüben erlaubt habe die warte bist du allwissend ich bin nicht allwissend nein also dann aber ich meine ich kann immer so was ich glaube erzähl weiter bitte du bist ein kassel rede weiter ich würde gerne nur wissen was er sagen will so was zu sagen außerdem zu kritisieren oder was fertig wieder du kannst sagen ich glaube nicht da dran aber stelle mich nicht als länder ja genau das ist was anders weil du sagst du bist ein jünger du richtest mich okay alles klar mach weiter baby beim nächsten mal passt auf deine zunge auf ich bin kein kleinkind hier dass du mit somit ein atmen ok ok ist aber es gibt ein menschgrenze man du hier reinkommen sagt du lügst ok ok bitteschön bleibt bei den einstand hatte okay okay gesagt war glaube er hat doch bitte deine geschichte sie hat doch gesagt bist du jetzt seine richter er hat doch gesagt du lügst ja ich weiß schon aber du fängst ja immer dann ist auch okay er lebt doch in zwei jahre er sollte mir wenn jemand hier kommt und reinkommt und mir das vorwert dann muss er beweisen ja da hast du schon recht aber wir möchten ja meine geschichte einfach so sagen du lügst ja ich verstehe das sind nicht alle lügner auf die erde nein aber du möchtest wir möchten gerne deine geschichte oder ein erlebnis erzählt doch uns mal deswegen habe ich ihm gesagt ich habe hier den einfach gesagt weil er sagt die religion hier ich glaube nicht an religionen ich glaube den wahren gott und deswegen habe ich gesagt warum ich diese erlebnis hatte und es mit dieser zeit als ich mich wirklich unbedingt wollte ist jesus christ wirklich erschienen und diese kinder gab er mir oder sie die kinder geboren waren ich bin nach hause kam ich habe gewalt sogar so dann bin ich einschlafen heute seine stimme versagt daher wieso den wahren weg ich habe ja was ist der weg da sagt er ich bin der weg kommt du wirst mich finden der zeit mit wieder kreuzung licht und dann als ich diese alle sachen erlebt habe in meinem leben dann habe ich gesagt ich muss die bibel lesen als die bibel gelesen habe ich geweint die sachen die er mir gesagt hat stand in der bibel und deswegen ich will ja nicht den länge ziehen man soll hier diese sache nicht in lüge ziehen weil ein mensch was erlebt hat und ich habe das 100 prozent erlebt und wie gesagt ich habe keinen drogen genommen damals ich war sehr stolzer mensch ich habe keinen alkohol getrunken aber ich war ich war sehr nüsterne mensch aber ich war am ende meines lebens ich wollte nicht mehr leben weil ich viele sachen erlebt habe ich schon mehr sachen und das war das danke wo der leute müssen wir respektieren das sind erlebnisse ich wünschte mir mir würde auch irgendein gott mit uns sprechen oder jesus ich bekomme nur albträume leute ich renne die ganze nacht und deswegen weil ich möchte jetzt sagen du musst jetzt meine geschichte glauben aber ich habe das erlebt und deswegen kann ich auch davon erzählen haben es ist ja auch war aber ich verstehe schon ich verstehe schon dass du dich aufgeregt hast ich habe auch schon von jemand gehört da hat erzählt dass dem ali erschienen ist oder mohammed und dann glaube ich sowas warum soll das ihm erschienen sei ja schon mal ich kann auch es geht jetzt schon die träume mir darum guck mal ich hatte ich wollte wirklich wirklich mein erlebnis ich rede von visionen ich will ja ja dieses ob das wirklich was mich das mir erschienen es wirklich die wahrheit ist ich wollte nur gott kein leben geben und diese kinder wollte ich unbedingt als zeichen haben und ich habe meine kinder das geht das nicht eine vision traum oder so ich habe das alles meine kinder habe ich da und das natürlich man kann tausende träume haben man kann millionen tausende visionen oder träume aber es mir ging nicht darum mir denkt ob das wirklich die wahrheit ist und es ist wirklich so geschehen und ich weiß ja ich kenne dich schon aus anderen streams du lügst ja auch nicht du erzählst du schon das was du erlebt hast und ich finde es dann auch schon ein bisschen schade wenn man dann wirklich gläubige sind und dann wieder andere das bezweifeln wenn es denn nicht in ihre religion passt das ist dann auch wieder bau hat schon richtig erzählt manchmal sind solche zeichen schon praktisch wenn man sowas erlebt ja bei mir war es so guck mal wo ich muss schon mal habe ich auch gedacht irgendwie dass allah mir helfen wird also ich habe so zu sagen ich war alle witte aber ich wurde zu einem radikalen ist also ist ist da ich sag mal islam ist also aber tut es nicht so ist oder so einordnen also ich habe mich mit dem islam sehr befasst und so dies saß ich habe gedacht so ja man hat ja schon zu sagen aber nicht ganz radikal in den tagen wo es mir schlecht ging habe ich immer so gebetet und so mir ging es danach komischerweise gut ja aber wenn zum beispiel menschen nach einer nach einer positiven erstrahlung suchen dann gehen sie auch immer davon aus dass sie diese positive strahlung finden aber das machen sie nicht oder zum beispiel ich habe gebetet ich habe gedacht irgendwie dass allah mir dass ich vor allahs augen irgendwie dass allah mir verziehen hat und dass allah mir geholfen habe ich auch gedacht aber im endeffekt ich habe ich habe den koran dann angefangen zu lesen ich habe dann ich habe dann halt einfach das so akzeptiert wie das ist aber langsam langsam habe ich hinterfragt so wie kann eigentlich wieso bekomme ich zum beispiel von allah diese aufmerksamkeit und werde gut behandelt aber menschen in afrika verhungern oder verdursten weißt und durch diese hinterfragungen wurde ich langsam zum deisten habe ich gesagt dieser allah kann nicht echt sein ich habe zwar ich habe zwar meine dings bekommen ich habe zwar meine aufmerksamkeit bekommen zu allah aber ich denke auch an meine mitmenschen weil ich bin ein sozialdemokrat was bist du denn jetzt dann ich bin agnostiker okay okay ja und deswegen habe ich immer angefangen zu hinterfragen und hinterfragen zum beispiel der christentum ist auch nicht für mich das wahre ich kann ich kann nicht in einer religion drin sein aber ich denke so dass wenn ein gott gibt wenn ein gott geben sollte dass es keine religionen gibt aber ich hinterfrage halt gott ich sage eigentlich nicht dass es keinen gott gibt aber ich sage auch nicht dass es einen gott gibt also man kann nicht belegen dass es einen gott gibt oder dass keinen gott gibt man kann durch seine persönlichen erfahrungen sachen erzählen aber das kann man halt nicht belegen weiß was ich meine ja aber es muss doch 100 prozent gott geben ich mein guck mal wenn du jetzt lego bausteine zum beispiel eine stadt baust oder aus diesen lego teilen und menschen baust man kann es ja auch nicht sagen da lagen lego steine rum und dann kam ein wind und dann ist auf einmal so eine stadt entstanden oder so ein mensch der aus lego erschaffen wurde verstehst du und der mensch ist noch komplizierter erschaffen wir haben über 121.000 filter in den nieren und so weiter das heißt nicht wirklich wir haben keine wir haben viele probleme in unserem körper viele tiere können vitamin c produzieren wir können kein vitamin c produzieren das ist lebenswichtig warum soll eine affe das machen können und wir nicht ist es wichtig für uns vitamin c würde unser körper das produzieren wären wir viel besser wir haben viele sachen die gar nicht die nutzlos sind zum beispiel diese die an unseren damen diese blind dann brauchen wir auch nicht den knochen schwanz knochen was wir hinten haben brauchen wir auch nicht dass wir weiß dass wir immer mal einen schwanz hat und es gibt viele beweise wenn man wirklich sucht findet man auch aber die beweise sind weniger als uns aber die beweise sind weniger als die wunde nicht perfekt perfekt hat ja keiner gesagt hier ist ja nicht das paradies bro hier ist ja nicht das paradies das wir perfekt sind es ist ja eine prüfung aber wenn du mal die augen anschaust leiter 400 megapixel sind unsere augen zum beispiel unsere nieren gibt es gibt einen krebs es gibt ein krebs der der hat farben wie wie der hat viele farben die kann tausend mal sehen wie wir besitzt sowas von hd besser wie wir oder das ist ja blick als wir haben ist das jetzt schon augen ja ja also einen einen regen und damit sagen dass andere tiere bessere fähigkeiten haben als wir als wissens hat nicht können wir in bestimmten bereichen aber seine nervenzellen nicht hier an einem sommer ist schon ein kennst du kennst du homer also das ist ein homer der art von krebs mehr wirklich der hat von viele farben ganz ganz einfach zu finden und der bessere augen wie wir besitzt wirklich die schönsten farben und sind ja das sind ja auch wunder aber der mensch an sich ist schon sehr komplex gemacht allein unser gehirn wie riesig ist es und so man hat gerade mal ein prozent unseres gehirns erforscht wer hat eigentlich damit schon mal damit will ich nur sagen wenn wir schon so krasse lego teile schon bauen und da können wir auch nicht sagen hey der wind hat das einfach alles zusammen gewürfelt und dann entstand so eine riesen stadt und ein lego mensch und wir menschen sind noch tausend mal komplizierter wir haben gerade mal fünf prozent unseres gehirn ist erforscht aber es muss einen geben der uns erschaffen hat verstehen wir wissen dass wir wissen jede stelle in unsere gehirn unsere ganzen gehen wir können beobachten was du träumst wir können beobachten während du schläfst dass dein gehirn macht wir können alles beobachten wurde unsere gegnern und eine zielbegrüße aktiviert kann sein gehirn also mehr als fünf prozent also benutzen aber auf jeden fall kummer ist jetzt so zum beispiel du hast ein gutes beispiel gegeben du brauchst eine stadt aus lego aber du musst bedenken wie bist du dann entstanden du bist zum beispiel von deinen eltern entstanden deine eltern und deine eltern so von beiden opa und oma entstanden aber von wem ist gott entstanden dann hat doch irgendwie gott auch also irgendwas habt ihr dann auch gott gemacht und diese allmächtigkeit gott gegeben also ich weiß nicht ob es im koran ob es im koran so steht aber ich glaube im koran steht es glaube auch aber in der bibel steht ja er war schon immer da und durch ihn entstand es ja also wer hat ein gott entstanden weißt du das ist diese grundlage wo man dann als normaler mensch nicht mit begreifen kann ja aber wenn ich dieses diese stadt aus lego baue und solange dieser stadt irgendwie nichts passiert was aus lego ist das ist doch nicht von lego wir reden von allen menschen gott er wurde aber das ist doch dann auch ewig ja nein komm mal komm mal noch die ewigkeit vielleicht ist es ja auch so wie ich kann die ewigkeit die ewigkeit ist kein es ist nichts wie du denkst gott ist ewig gott ist nicht erschaffen gott ist kein wesen dass du mir jetzt wie du sagst er hat sich erschaffen oder ich würde erschaffen nein gott ist ewig und das ist eine wesen wir haben es ja auch so ich weiß was ich dann sagen wir weiter leute warum ihr sagt jede sache muss erschaffen worden seine warum nehmt ihr die ausnahme dass gott nicht erschaffen wurde aber wie auf aus welcher grund geht ihr davon aus dass er nicht erschaffen wurde warum nehmt ihr jetzt gott als ausnahme von dass jeder erschaffen werden muss und außer gott dafür reicht uns ja so ist gott erschaffen werde da müsste es über ihn noch ein gott geben und der andere gott hätte den gott erschaffen und es würde immer so weitergehen sagen wir du bist ein kommandant okay im krieg und du musst auf den vorgesetzten warten damit du schießen darfst da muss der vorgesetzte dem vorgesetzten über sich fragen ob er schießen darf und das geht immer so weiter das heißt die person würde niemals zum schuss kommen und das geht eben nicht und genau so ist es eben mit dem menschen ist man kann es nur einen gott geben und nicht tausende verstehst du weil das leben ist ja entstanden und so weiter aber alle ist nicht gott alle ist nicht gott alle ist nicht gotten ist jesus das ist christentum nächsten liebe bei den das ist liebe damit die wahrheit es hat 21000 gelehrten sagen dass die bibel verfälscht ist soll ich dir zeigen dass seine gelehrten aus der eigenen beweise ok dann gibt mir jetzt ein beweis wo sagt jesus ich bin gott betet mich an ein eine seite ich sei die beweise bringen wir einen beweis wo jesus sagt nicht kuran nicht kuran oder was wir christentum und alle werden atheistisch mann jeder weiß doch die bibel ist jeder mensch ja 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 und dein jesus war verflucht nein nein dein jesus war verflucht das war jesus war verflucht das war jesus war verflucht und hat sich von einer prostituierten massiv das ist eine frau mit drin hallo hier ist eine frau mit drin warum redet man so also eine ganz komische wendung die haben doch angefangen habe ich angefangen habe ich angefangen oder nicht wir machen wir machen wir machen warte bitte wurde mohammed vergewaltigt von seinem kusin oder nicht ja ja es gibt ja die geschichte die geschichte von schattel als ein kind war ja die gibt es genau ok ok wer hat die authentifizierte authentifiziert so und noch mal wurde mohammed und die monate gewaltig bau jesus wurde von dämonen vergewaltigt gemst du dich da steht auch seine quälen da war sogar besessen es ist nicht möglich aber keller keller haumus sagt gibt wirklich und den auch nicht sch sm Stock und Marcus 14 schlussen warte mal 14 wurde jesus von einer prostituierten massiv also wo ist das das ist kein problem ja stimmt es ist kein problem erster gott 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 Eiser gott erster gott miedo ja das ist gar kein problem ja komm ich komm komm mit mit der gott Ich möchte kurz dazwischen was sagen, warte kurz, Sabo, wir sind die einzigsten, die hinterfragen, dass es überhaupt ein Gott gibt. Nein, 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 das habe ich nicht gesagt. Nein, ich sage dir das, es gibt viele Möglichkeiten, warum schließt du alle diese Möglichkeiten aus, worauf zählst du, um alle diese anderen Möglichkeiten auszuschließen? Ja, ich habe doch gesagt, ich habe dir doch gerade das Beispiel gegeben, wenn du zum Beispiel ein Kommandant bist und du musst auf deinen Vorgesetzten warten, damit du schießen kannst. Aber wir sind Menschen, wir sind keine Götter, du kannst nicht Götter mit Menschen vergleichen. Nein, ich sage dir nur, das heißt, der Vorgesetzte fragt dann seinen Vorgesetzten, ob er schießen darf und der muss dann wieder seinen Vorgesetzten fahren. Das sind unsere Regeln, man, hey, manchmal denke ich, das ist so ein bisschen Intelligenz. Das sind unsere Regeln. Babo, Babo, der hat ja keine Ahnung, Habibi, guck mal. Ja, der hat ja keine Ahnung, du, ein Ahnung, du. Der Mensch, warum hat er nur zwei Richter hin, du keine linke Hand und einen Fuß hat? Das ist metaphorisch gemeint, das ist metaphorisch gemeint. Aber nein, nein, Babo, im Endeffekt ist ja auch so, jeder denkt, ja. Wir werden alle freien und schreien, die Leute verstehen nicht, und wir werden, das ist wieder eine Sache, guck mal, die Sache mit den Kommandanten und so, das sind Gesetze, die die Menschen gemacht haben, die gelten nicht für Götter, die gelten nicht für Götter, das musst du verstehen, Mann. Ja, aber nein, schau mal, damit sage ich nur, wenn er jedes Mal fragen müsste, dann würde diese Person gar nicht zum Schuss kommen, weil er immer wieder eine neue Person fragen müsste. Vielleicht ist er sein Spielzeug, vielleicht sind wir das Spielzeug von diesem Gott. Warum soll er fallen? Vielleicht hat er Alzheimer's vergessen, vielleicht hat er uns geschaffen, das vergessen, vielleicht hat er Alzheimer's vergessen, vielleicht ist er einfach weggegangen, hat sich verloren in der Galaxie. Wissen wir nicht, gibt es die Möglichkeit. Ja, aber dafür ist das Universum, die Erde zu perfekt gemacht, verstehst du? Nein, dafür ist es zu perfekt gemacht, dass man sagt, das war eine Sache. Wir haben viele hier Themen, das geht nicht. Ich gehe schlafen, nix im Mal komme ich da, wer wird. Die Lugende schlafen? Du hast immer noch kein Beweis, ich gebe mir. Du sagst, Gott bittet mich an. Allah hat zwei Richter Hände, bringst du mir den Beweis oder nicht? Allah hat zwei Richter Hände, oder noch zweiter Samuel? Allah hat zwei Richter Hände, nur ein Fuß weiter, Samuel 1622. Er hat ein Rollstuhl. ist abhängig von der bibel ist abhängig von bibel wenn der koran abhängig von bibel wenn der koran abraham moses und alle andere der hat ja keine ahnung glaub mir wenn er ist wie ist abhängig wenn er ein mann ist dann gesunde jetzt mit mir in die auf die vorangehen ich werde ihnen seine voran aber zeigen dass allein dämon ist mehr nicht so ich wünsche euch alles gute gott du bist kannst du mich besuchen ich werde hier schon gerne mit ist dann weiter du bist zu spät gekommen kartus liebt dass wir nicht so spät gekommen nicht zufrieden weil ich freundlich war mit dem muskler wir uns freundlich unterhalten haben das nicht gefahren wird als er fand das hätte ich schreibt er bravo muss ja nicht immer unhöflich sein das ist ja alle verrückt das stimmt da hast du recht irren aus ist das hier heute abend er hat doch angefangen wie ist doch egal wir haben ganz normal darüber wie kannst du denn an ein allah glauben wie kannst du denn an ein allah glauben damit kleine kinder bunga bunga machen ich kann an ein allah glauben ganz 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 easy und klar weil zum beispiel im christentum rebecca drei jahre alt was weißt du denn über christendum sie war drei was alles kommt ich weiß deine bibel besser als du wetten was weiß du du hast überhaupt keine ahnung du hast mir nicht mal ein beweis ich debatte jetzt mit euch beiden während die menschen in afrika verhungern oder dursten und tausend mal beten wo ist euer gott ja wie gesagt ich kann dir nur sagen aus unseren quellen dass die armen menschen die ersten sind dieses paradies betreten bei uns und dass das leben hat ein test des bruder das ist leider so wir sagen aber auch keine last trägt nicht das was sie nicht zu vermarkten kann das heißt jeder der seine bestimmte prüfung hat in indien oder in afrika wo auch immer der wird diese prüfung bestehen und wenn nicht dann bitte immer noch mindestens als märtyrer etc ins paradies gehen aber was ich weiß ist so dass das ein guter moslem also vor allah belohnt werden sollte und das auch im echten leben da sollte doch allah den ja wenn ich hier dann spätestens im achirat ist das gleiche wie bei der doa ja zum beispiel ein doa macht sagt auch noch entweder sie wird hier erfüllt oder sie wird im nächsten leben erfüllt das leben geht ja weiter bruder es ist ja nicht nur hier hier ist ja nur so wenn ich wenn ich in europa wenn du zwischen europa ein guter moslem bist kommst du ja sowieso in den himmel und in afrika also jemand der nicht mal gescheit leben kann und sowieso in den himmel kommen das ist doch nicht gleichgültig das eine schließt doch das andere nicht so kannst du auch in afrika leben und ins paradies kommt das sollte aber vor allem weil manche leben in afrika besser und glücklicher als menschen hier hier sind gehen die menschen an depressionen kaputt suizid ist hoch die leute werden krank wegen übermäßigem essen und so jeder hat eine sekunde bitte das was das suizid geht und so sachen in unserer länder haben wir keine keine statistiken keine zahlen weil wir schämen uns zu sagen dass die person sich das leben genommen hat weil es haram ist und wir deklarieren das nicht genau wie vergewaltigungen wir deklarieren das nicht deswegen findet man hier zahlen die stimmen aber bei uns gibt es ja keine zahlen verstehst du aber das heißt nicht dass es nicht passiert das passiert vielleicht mehr im prinzip im afrikanischen im afrikanischen kontinent gibt es schon leute die sogar glücklicher sind als in europa und es gibt schon das ist für uns das ist unverständlich wenn wir das haben mit dem armen afrikaner die verruhen weil ich würde ganz kurz mit den jerry schnell zerfetzen die dann sozusagen reich sind und die gut dastehen wirtschaftlich die sehen wir komischerweise nicht wir sind immer nur die armen bilder ja aber dass ich gesagt habe über muslime das was ich gesagt habe dass muslime nicht deklarieren wenn eine sich das leben nimmt das habe ich ja auch gelebt in unserer länder wird keine sagt dass wir hören okay der sich umgebracht aber die deklarieren das nicht und es gibt keine zahlen genau wie vergewaltigungen wir schämen uns wir verstecken das und wir zeigen nichts deswegen wenn die muslime suchen finden sie in europa dass die leute so viel zu ziehen oder dies oder das und bei uns nicht das heißt aber nicht dass bei uns nicht passiert wir deklarieren das nicht und wir haben keine zahlen wir haben keine zahlen aber so hoch bei uns ist es nicht da bin ich mir sicher weil wir haben woher willst du wissen wenn du keine zahlen hast woher willst du wissen dass so viel oder nicht nein aber ich meine wir haben ja verwandte in afghanistan wir haben ja verwandte in der türkei ich kenne fünf familien wo leute suizid über begonnen haben keine hat das deklariert als suizid die sagen gar nicht die beerdigen und dass ich kein einzigen ist also kein einzigen moslem das gekriegt die schämen sich das zu sagen die für die fähre die verstecken das und sagen jetzt einfach gestorben ja heute ich war hier in der walt ich wollte damals so zieht gegen das ist für gläubige menschen immer eine schande wir sind wir auch alexander hören haben wir gar nicht gehört freunde und verschäbt alexander bitte guten abend sagen wenn mich aus der not gerettet hat der name jesus ich weiß nicht einmal ich wollte mich das war schon länger her ich war so kaputt ich wollte ich habe mich vor zug hingelegt damals und so und ja und dann kann mir viele gedanken durch den kopf das sind ich habe keinen bock mehr mehr und kam so eine tiefe stimme also erst mal dachte ich dass für meine stimme die stimme sagte mein sohn steh auf ich liebe dich ich helfe dir ich bin aufgestanden vom zug und habe geweint bin hause gelaufen und ja jesus hat mich gerettet ja das war ja das frage mich aber auch weil zum beispiel der eine der da geflüchtet ist der mir keinen beweis bringen konnte der hat auch gesagt ja der ist mir im licht erschienen und so aber im alten testament sagt aber heißt es aber zum beispiel dass der satan sich auch in licht zeigen kann und offenbaren kann und daher ist auch mal ein bisschen schwierig aber jerry ich will jetzt auch mal mit dir kurz reden bist du noch da die sache gebracht hast du mal hohe lied 88 ich bin da ich sage dir alle ist kein gott wir haben eine kleine schwester eine kleine kinder bunga bunga mal ist allah erlaubt dass man zu heiratet das ihm mal erlaubt terror ist ein gott das ist in lukas 21 20 das ist sagt jesus und den haben eine eine frau vergewaltigt das erkennt so wird die bisher mit einer kleinen kinder bunga gemacht das babys geheiratet ja und ansonsten folgst du sowas so ein mensch der ist ein gott ein mensch der das ist ein gesandte der auf so viel vergewaltigt hat die ganze familie gemacht freiwillig ja genau freiwillig okay schau mal du glaubst an einer der erlaubt mit kleinen kindern mit kleinen kindern wir lesen koran sogar dass da steht die frauen die sich scheiden die keine menstruation haben an sowas glaubst du an sowas siehst du warum hatte das erlaubt weil selbst ein gesandter mit einem kleinen kind bunga bunga gemacht hat und an das glaubst du der erste der terror gemacht ist dein gesandter was hat er gemacht frauen versklavt frauen direkt bunga bunga nach sklaverei gemacht ganze familie von 24 zerstört und dann im zelt schläft er und dann sagt er der freund von ihm gesagt gesandte ich dachte diese frau wird dich zerstören du hast gerade ihre ganze familie umgebracht ihr vater bruder ihr mann alles und dann schläfst du und der prophet sagte ja ich werde dir ein gefallen tun dafür dass du an mich gedacht hast ja an sowas glaubst du dass das das ist dein glaube dass dein aller glaubt einer an dein aller erlaubt dir dein leben zu nehmen für ein anderes leben das ist ein das ist allah dass du dein leben verlierst für ein anderes leben wieso er schafft dich ja und er schafft ein anderes leben und sagt ihr gleichzeitig du sollst das andere leben zerstören also da musst du dir mal ein bisschen gedanken machen sehr guter argument in die sehr gute argument so also erst einmal komplett das schmarrn was du gelabert hast aber wir gehen gleich darauf ein erst einmal lesen wir mal die bibel was sie dazu sagt hohe lied 88 wir haben eine kleine schwester noch ohne brüste was sollen wir mit unserer schwester tun wenn man einst um sie wirbt das heißt die bibel erlaubt ist dass ihr mit kindern schläft mit babys schläft so erster punkt zweiter punkt lesen wir mal was josef bernermann in seinem buch sagt einer der größten christlichen gelehrten er sagt dass maria zwölf war und josef 96 zweiter knockout dritter knockout rebecca war laut bibel laut hebräischen dort im judentum laut den juden selber sagen sie dass rebecca drei war und isa über 36 war dritter knockout jetzt kommt der nächste knockout ja genau mit so viel ausgesagt dass das stimmt gar nicht ihr mann hat gesagt wir werden muhammad sallallahu alaihi wasallam töten er hat gesagt ich werde diesen propheten töten was soll unser profit machen soll er kuchen und kaffee bringen sagen ja kommt töte mich und sie hat dreimal von ihm geträumt bevor diese sache schon passiert das hat sie dreimal von ihm geträumt und als diese sache dann durch war wo der krieg war und so weiter und die leute gestorben sind hat unser profit gesagt möchtest du muslim werden oder möchtest du frei sein und möchtest du einfach gehen und sie hat gesagt nein ich möchte dich heiraten ich habe dreimal von dir geträumt boom und übrigens deine bibel erlaubt doch incest zweiter samuel 16 22 da machten sie ab salomon ein weiterer sohn david eine hütte auf ein dach und ab salomon ging hinein und vergewaltigte die frau seines vaters vergewaltigte die schwester hier haben wir noch sarah und perez samuel 13 vers 1 er am nun einige der söhne davids wollte nicht gehorchen überwältigten sie und vergewaltigten die schwester tamar sie haben sie sogar geschwächt ist das ist eine bibel die bibel hat über 121.000 fehler und die leute die selber christen sehen sagen hey das macht keinen sinn und gehen aus dem christentum raus deswegen was willst du mir eigentlich erzählen boom kompletter knockout du hast gar keine ahnung sowie dein jesus hallo ok jetzt bin ich dran ich könnte mit euch beiden debattieren wie soll ich anfangen ich debatte mal mit euch beiden ok erst mal kommen wir an den kommen wir zum christentum im christentum ist es so dass zum beispiel der eine wollte wissen der eine moslem wo jesus wo in der bibel steht dass jesus sagt dass jesus gott wäre der steht in johannes 14 9 da sagte jesus matthäus wer mich gesehen hat hat gott gesehen erstens zweitens also im christentum so wie ich bereits davor erwähnt habe in armen länder wurden währenddessen andere menschen so oft beten und sowohl ist dann jesus ich höre immer dieselbe geschichte ja dies dass ich bin kurz vorm tod und dann kommt höre ich eine stimme und das ist jesus also einen gott kann man nicht beweisen ist auf jeden fall so und kommen wir zum islam wenn gott allmächtig ist wieso steht dann bei surah 26 vers 98 199 dass wenn die die religion islam einem nicht arab an offenbart wurde dass das die menschen daran nicht glauben werden also ist gott also ist dann allah doch nicht so allmächtig also ein allmächtiger gott würde auch dafür sorgen dass eine andere bevölkerung an die religion was allah offenbart hat glaubt und ihr müsst erst mal hinterfragen ob es einen gott überhaupt gibt sie eine anstatt ihr euch gegenseitig rumeiert welcher gott echt ist dankeschön alexander du bist dran die schwester ist weg alexander also ich bleibe ich ein bisschen krank so aber ich sag nur dass es steht in der bibel auch dass also überall jesus ob er gott ist besteht auch in der bibel alle engel gottes sollen ihn anbeten also eine bibel steht ich weiß jetzt nicht wo ganz genau das steht aber ihr kennt bestimmt sich wenn allah das sagt nehme ich das auch genauso aber ich will nur wissen damit ich mich auch verteidigen kann oder so dann wird mir sagen dann die wahrheit am 22 februar und da sehen wir wie viele leute die arabisch sprechen nur aus arabische länder den islam verlassen in meinem land marokko letztes jahr waren 17.000 leute den islam verlassen haben also heißt das ist nicht die schnell wachsendste religion ist es die schnell verlassen der gebotrate könnte man sagen aber die länder die da meisten muslim haben sind gar keine arabe an sich sind ganz wenige aber wirklich bei uns verlassen die viel 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 mehr ich finde die leute die radikalisieren sich in deutschland und bei uns verlassen sie den islam ja naja ich glaube immer mehr länder verstehen auch dass diese religion eben die religion der araber war auch und nicht mehr und sie sagen ja auch immer der islam der koran ist auf arabisch gekommen der ist ja nicht auf türkisch oder auf tunesisch oder auf algerisch gekommen oder gar nicht auf deutsch und da sage ich mir doch erst recht was habe ich damit zu tun gar nichts ja ja vorher da vor allem hat die krieg zwischen den muslimen und nordafrika 86 jahre gedauert also was sie mit den afrikanern gemacht haben wir und mohammed ist nicht mit gummi bärchen gekommen tatsächlich das war ja auch aber ich habe ich meine frage ja hast du lebst du dadurch etwas gefährlich noch mal bitte lebst du da nicht etwas gefährlich jetzt zurzeit ja dort hat sich ich bekomme drohungen die spieler war ja im koran ganz klar drin steht derjenige der den islam verlässt was mit ihm passieren ja auch vor allem weil ich nach habe ich spreche und damit kommen sie nicht klar weil die können mich nicht mehr lügen und die klassen ist mittlerweile gar nicht mehr debattieren die hören nicht mehr es ist schwierig dass ich überhaupt ein moslem hier sprechen kann und wenn die kommen und ahnung haben sind dann geschockt aber folgt mir mal weil ich war ein wenig kann ich manchmal gebrauchen gerne weil wir oftmals wir suchen halt muslime die ich sagen immer sicher muslime weißt du ja ich hatte ich zum beispiel gestern einer der hieß abhol kassim der hat mir seine meinung nach schwierige frage in den islam also in den gesetzen und so gestellt ich habe ihn direkt geantwortet der was schockiert mit mir bruder du hast ahnung warum kommst du nicht zurück zum islam ich werde versuchen dich zurück zum islam zu gewinnen und so ich folge dir jetzt wir sollten öfter reden oder da habe ich gesagt nie oder ich hole dich raus ich habe die möglichkeit dass ich dich rausholen verweist du für uns ist wichtig jemanden zu haben vor allen der wirklich arabisch kann der da steht und dann kann etwas auf das und sagen wir mal beispiel surat 65 vers 4 da ging es ja darum wann man da ist nämlich die ministerie kommunikiert und vertreten unter das war schon einigem erhältnis mehr die jahre und ja dann ja dann ja so also da sind ja es geht um drei sachen bei den frauen nämlich einmal war man das erste mal tiktok machen kann mit der frau und dann wann sie schwanger ist wann danach und wenn sie ihre letzte mal ihre regel hat wie lange man war den sagt da sie redet als erstes über ältere frauen in der nacht und wenn ihr zweifel habt warum zweifel weil frauen auch wenn sie ihre tage verlieren es kann sein dass sie nach drei monate tage bekommt das ist nicht mehr geregelt und da werden sie die leute da unsicher sagen hat sie immer noch ihre tage oder nicht also dann das war anfang aber richtiger ist ja mit den jungen frauen hier steht ja dass sie ebenso bald sieht das erste mal ihre tage haben und die meisten mädchen kriegen das zwischen elf und dreizehn da steht also und die würde der heirat wieder konsumiert nur in der fall gibt es eine warte zeit dass sie dir bewusst wenn sie also wenn das kind nicht angefasst wurde gibt es keine warte zeit weil es einen anderen versen wo er sagt sie ja nur interaktion ist er bleibt im sonne für die salakum alle mit daten tun also wenn ihr euch von den frauen scheidet ohne sie angefasst zu haben dann habt ihr keine warte zeit und sie hier die gibt eine warte zeit für kinder das heißt die wurden angepasst und erst dann geschieden man man beschimpft euch als nahe oder was nein nein ich weiß nicht mehr hier bild zu bei meinten na na punkt nein hier bei mir im chat im moment steht das jemand schreibt ich habe ich habe es nicht verstanden da fehlt das zelt ach so soll also der schreibt soll auf grundgebung werden weil da gibt es zum beispiel er von patchy känze ja kenne ich habe ja oder kian kehrer das sind ja auch ex moslems und die werden oft auch als nazis bezeichnet ich unterstütze gar keine wirst du auch so manchmal bezeichnet die bezeichnen mich weil ich arabisch spreche und sie ja sagen die ich bin eine eine arabische christ aus ägypten und ein armeer also die wollte es nicht haben dass ich ein arab war und das ist ein somit war das wollen sie nicht um mich hat zu diskreditieren und hinzu kommt er das bestätigt das was du sagst bestätigt ein bisschen mehr so warum es auch ich glaube zwei oder 76 verschiedene bestrebungen gibt es im islam wie viel 76 also ich weiß nicht ganz viel aber moment sagte ja die werden sich in 70 teilen nur einige in den himmel da gibt es sogar vom propheten ja ja dass die da seine buchhari oder ist mit dem sagt ja weil ich habe das ja alles hier weißt du ich kann gucken wenn du sie zwar ich habe auch hier guck sie ist nicht mal das buch nicht ich habe alles im kopf aber ich kann dir gerne sagen wo das ist wenn du brauchst ich kann gucken und dann sage ich ja das ist für mich reicht ich glaubte da einfach weil du hast nur sagen dass ich das hier habe und eben das ja wirklich interessant ist wenn man nie leute 72 wurde ich sagen die genau wie das steht der sagt die juden werden sich und haben sich in 72 geteilt und meine leute werden sich in 70 teilen eine geht in den himmel und 69 gehen in die hölle da hat er auch gesagt daher kommt auch dieser streit innerhalb dieser verschiedenen strömungen auch so extrem jeder von denen will recht haben und macht haben oder nicht tatsächlich das war ja auch wie wir merken jetzt auch dass die arabischen länder gar keine interesse mehr daran haben ja sogar saudi arabien die haben keine interesse die haben es gebraucht in den 80er in den 90er um gegen den schiismus von den iran zu kämpfen aber jetzt wollen sie diesen ganzen radikalen nicht mehr ja man ist ja auch schöner mit so freisem seine meinung sagen zu können weil wollen wir ehrlich sein desto tiefer du in religion geht es egal nicht nur islam desto schwieriger wird für dich als mensch danach zu leben weil du jeden tag haram macht und jeden tag ein schlechtes gewissen genau schlechtes gewissen für sachen die eigentlich gar nicht so schlimm sehr genau diese ganz natürliche sache dafür ja das ist ja tatsächlich so wirklich ja dass man hier halt nicht leben können also klärst du auch auch mit deinem körper oder meistens ja ich mache ich auch solche leute wie dich brauchen wir in deutschland ja danke bruder danke ja wie viel du kannst uns einfach so weil 95 prozent hier die wissen ja selber nicht oder wählen sich nicht weiter aber du hast ich weiß sogar mehr als die meisten monika die sehen doch immer in den leibs sogar suchen oder so kannst du schon auswendig und die wissen nicht mal die sagen dann nein das steht da nicht drinnen oder die sagen zu mir das ist eine fälschung falsches buch ja ja oder die lesen die oder die lesen mittlerweile lässt es wollte mich eine auch so hat mir gesagt ob ich lese die jetzt interessieren und fängt an ein hadith zu lesen ich habe gesagt das ist kein interessiert lese mir von eben k4 oder eben dabei ich habe es in kopf ich weiß genau was er gesagt hat und ich kenne auch die einigung von alle gelehrten dass die also worauf sie sich geeinigt sind haben und da hat er gemerkt dass ich arabisch gehänge kann und fing dann zu beleidigen und zu schreien gehabt und bei mir auch auf dass sie sagen wir finden dich und so und dann denke ich mir immer das kann doch weil das kann nur aus dem islam kommen auch diese aggressivität und so weiter die so ich ist es richtig ist richtig im koran stehen 127 direkte oder indirekte befehle 75 oder und direkte glaube ich 26 ungefähr jaja aber auch die aussagen von mohamed sagen dass na um nicht nur noch der menschen zu bekämpfen bis sie an allah glauben und die religion gehört ja es gibt ja auch denn den dschihad wollen sie auch immer irgendwie in der schönen reden sie hat es dass man sich selbst halt diesen kampf führt aber das ja das stimmt sagen wir mal stimmt schon auch aber es dient oftmals um abzulenken ja ja das machen sie ja sehr gut aber ich kann letztens habe ich mit einem typ der hat gesagt der hat der sunnit von salafisten und der hatte eben bei mir gelesen der nennt sich selbst eben ich habe gesagt ja eben ist doch der schüler von eben thema der war überrascht woher weißt du dass ich habe ich habe islam studiert ich weiß bevor ich rede dann krieg er frage zu stellen und dann sagte er auch schade dass du nicht mehr muslim bist ne und und ja da merken sie schon das aber der wusste dass zum beispiel über den jahr der sagte ich weiß es nicht ich habe gesagt wie du hast über den thema gelesen und kennst den dschihad nicht also das ist ja schon eine überraschung verletzt sein weil jede die mtv gelesen hat weiß ja auch was er über den dschihad sagt dass man die leute angreifen soll also das ist ein klarer sache befehl und bis bis ende der welt es gibt keine keine zeit die sagen nicht auf hören oder so bis erst wenn alle eben auf der ganzen welt bis nur noch hier aber dann aber auch dann die das ist eine riesige probleme doch nicht da kann ja nicht produktiv sein die können ja sich nicht entwickeln die zählen nur auf sklavenhandel dass die einzige wirtschaft ist sklavenhandel aber wenn sie die ganze welt übernehmen wenn wollen sie noch für sklaven das geht sowieso dann kaputt genau ist es mit uns passiert dass die islamische länder keine macht mehr hatten und nie keine sklaven mehr verkaufen dürften dann sind die alle arm geworden bis hat öl erstmal wieder kam ja ja das sogar das wurde von anderen händen und der ja genau korrekt das wohl hier auch gelaufen gelaufen wurden aber was nicht gewusst versucht ihre füße von gold weißt du ich finde was du da gerade so ansprichst du du hebst dich ja völlig du scheint sehr gebildet zu sein sehr sehr belesen und das ist auch sehr sehr auffällig bei den meisten das oftmals so von der bildung her da ist nichts du denkst wirklich du sprichst mit mit unterentwickelten menschen richtig vor allem hier ich weiß ich habe in marokko studiert und ich habe ich denke manchmal habe ich rede mit leute die hier geboren sind die in der schule war und steckt ja mein gott was haben die für die bildungssystem was ich sag dir wirklich davon sind nicht nur muslima auch betroffen die groß geworden davon sind auch deutsche betroffen weil man einfach kein geld da reingesteckt und vor allen dingen eine bildung präsentur die unserer bildung ist fatal die die produzierten haufen zombies bildungszombie richtig ja das ist schon sehr schlimm ja das habe ich schon gemerkt auch wie auch wissenschaftlich die leute haben keine ahnung von wissenschaft und kannst du da ganz einfache sachen die jede menschheit lernt das kann das bestätigen ich bin ja jetzt nicht so alt aber ich habe gar nicht in der stunde bin und gelernt was ich jetzt brauche außer vielleicht grammatik und schreibt und lesen aber gewisse ja lesen schreiben rechnen können sogar das sind aber ding diese leute sind dort sogar schon unfähig und überfordert sie können auch wie unser gespräch jetzt sie können oftmals nach 18 nach drei worten haben die schon nicht mehr verstanden weil das zu viel ist ja ja und auch die können auch nicht kritisch denken die die hinterfragen die sachen nicht korrekt ich kann es verstehen die indoktrinierung auch man muss ja auch bestehen zu hause wird ja die sachen erzählt religiöse sachen und du bist in der schule und lässt dann evolution ja wenn sollst du glauben dein gott oder dein allah oder evolution dann kommt natürlich das familiäre das wenn der vater sagt dann ist das die wahrheit weil der vater sagte weil man ja respekt vor seinem vater und das kind als kindes guckt mohammed sagte das zeigt den mit sieben und schlagt sie mit mit zehn und vor allem denn als kinder sind wir nicht fähig sachen zu analysieren unsere gehirn ist gar nicht so entwickelt um die ganzen informationen zu analysieren und dazu beitragen und wir nehmen das einfach das und speichern einfach das als absolute wahrheit bis wir dann irgendwann mal damit konfrontiert werden dass vielleicht doch nicht der wahrheit ist und diese kennen ja die 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 reaktion dann von mir immer aggressivität ich sage dir ganz ehrlich ich mache hier auch aufklärungsarbeit mit meinen mitteln weil ich bescheiden weiß über den islam was ich ungefähr so verstehe und ich gerade natürlich hier jeden abend den auf konfrontation mit manchen leuten nicht nur jungen menschen heranwachsen aber auch erwachsene muslime die offensichtlich auch keine bildung haben nicht und auch nur so dieses männliche gehabe dann präsentieren können und ich glaube oftmals dass man in dem moment wenn man sie erwischt in ihrer heuchelei dass sie dann besonders zeigen wollen wie gläubig sie sind und sind dann sehr aggressiv und merken überhaupt gar nicht wenn sie ihre religion kennen würden dann wäre es ja jetzt in dem moment so dass derjenige in jenem brennen würde korrekt mir oder die leugnen sachen ja die leugnen sagt das verboten in den islam gibt ein ganz klares gesellschaft sie beleidigen dich und sagen ihm im nächsten moment das habe ich gar nicht gesagt diese 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 wut das kommt ja steht kognitive dissonanz nicht ja genau korrekt ist eine absolute wahrheit das ist wie bei kinder wenn du sagst der weihnachtsmann gibt es nicht nur die rasten auch aus und ja das ist die gleiche reaktion meine meinung wie ein kind wenn du ihn sagt es gibt der weihnachtsmann nicht und ein muslim sagt es gibt aber nicht die gleiche reaktion das kommt davon und der kognitive dissonanz ja nicht in der lage zu sein wahrnehmen denken erkennen die können nicht wahrnehmen die können nicht denken und die können nicht erkennen wir unter sachen sachen wissenschaftliche sachen die gar nicht stimmen und dann sage ich mir mein gott wurde das denn bei in der schule nicht beigebracht wissen die nicht wie unsere erde funktioniert wie die sonne ich sage immer hallo leute allah sagt euch ihr solltet fasten von morgen bis nachts und wie wollt ihr machen in alaska wo es sechs monaten sonne gibt bis zu sechs monate fassen warum musste anleihen nicht dass da die sonne nicht untergegeben ja 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 natürlich das erste mal jetzt na ja eigentlich ein gutes argument wir haben da fassen auch bis zu sechs monate fasst du hast du hast du bist du bist du bist du bist du bist und da müssen wir die fehler von allah korrigieren nein korrekt und da zum beispiel aber hier ob die bobo da habe ich eine frage mit dem fasten das ist ja auch so ein ding sie fasten bis abends bis es untergeht und dann wird aber reingehauen bis zum geht und dann sagen sie wie wir machen das aus mit gefühl mit den armen mit armen das stelle darauf fassen denn die haben mit wenn wir haben die arme mit gefühlt die müssen doch auch verhungern die sind doch den ganzen jahren verhungern ja aber das was du da noch gesagt hast so wie sieht es denn eben aus dort oben am nordpolar willst du sechs monate fasten weil die sonne eben nicht aufgeht er hat viele fehler in den koran gemacht und kabel ist auch die erbe im koran meine meinung nach kann allein ich meine pizza schneiden also guck mal du kennst ja so leute wie pierre vogel die die damit den beweisen kummer dann erzählen sie mit süßwasser salzwasser verbindet sich nicht guck mal welche wunder allah hat das im koran schon oder hier dass der samen hier sowieso bei der geburt das ist so und so wo er muss und so ein tier vogel finde ich sehr sehr gefährlich aber das sind falsche informationen das wasser vermischt sich egal das ist falsch geschrieben die schrift ja marcel war ein jahr tagieren wenn er um besser holle jubiläte schreiben sollen hier bringen und nicht die vermischen sich nicht hätte schreiben sollen vermischen sich aber hier merken wir das einmal in der jahrhundert gelebt hat einfach eine beobachtung gemacht hat dass der fluss der nimmt ja auch mit erde und du siehst du eine eine trennung aber die trennen sich die sind nicht getrennt die vermischen sich sonst würden wir haben einen wasserstaub oben oder nicht wenn das wasser immer weil ich ja nicht 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 mit den ozeanen ich vermischt dann hätten wir das wasser oben das wasser oben bleiben normalerweise ja und immer mehr die benutzen ihre gehirne nicht ja ich uns fällt oftmals auf die haben gar keine ja 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 das das besser sie werden davon abgehalten zu denken weil du kannst nicht so lange wenn du anfängst zu denken hier dann bist du klar ja guck mal du zum beispiel du bist da auch in der lage für dich gewesen irgendwann mal zu sagen ey warte mal stopp wieso gelingt das bei vielen von dem nicht selbstkritisch sagen erwarten weil er sich einfach damit auseinander gesetzt hat er hat sich hingesetzt und richtig gelesen und was gibt es da und was sind dafür unterschiede oder ich wollte das auch wirklich aber die meisten habe angst vor der hölle wisst ihr was unsere älter und erzählen über die hölle als kinder das ist ja das halt mal geholfen wird und so eine schlange kommt in deine graben und so und dann kommen die zwei engel in deinen graben und fragen dich und ich habe mir überlegt und was ist wenn mich jetzt ein high ist will dann anlage und den ganzen ozean oder wie will er mich dann befragen ja aber stellt ihr mal vorne wenn sie ein high ist dann können sie sich ja nicht mehr finden ich habe dieses zeichen für allah wenn man sich das so anguckt also das sieht schon ein bisschen aus wie eine schlange ja ja ich glaube diese allah war nur einen schreibfehler weil damals hatten wir keine punktierung und es gab eine göttin die erlert heißt und ja das heißt der mond oder nicht ja das aus dem alten und dann hat er hat er wie die haben wahrscheinlich die punkte vergessen wenn du t ohne punkte schreibt das heißt also wir haben die punkte vergessen und dann ist es aber da gibt es auch wo in siehe von über allah sprechen vormorme die leute kann ja es gibt also der mond dann eher nicht hinter der das heißt ja im grunde genommen dass das die übelsten satanisten eigentlich werden weil die dem montag ja und auch diese mecca geschichte viele kennen die geschichte von mecker sie haben ja auch stein die küssen wie 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 gottlos muss da seinen stein zu küssen oder unhygienisch ja 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 er hat alles übernommen die hat nichts neues gebracht und für mich alles auch gerade okay wenn eine gott mit uns reden will dann wieder aus irgendwas erzählen der kann du kannst mir nicht sagen dass einen gott mit uns redet und erzählt uns gar nicht der verbietet sachen die gar nicht so schlimm sind zum beispiel adoption verbietet er aber erlaubt mit zum beispiel kinder oder sklaverei das war für mich auch er hat keinen sinn eigentlich er hat er erlaubt das hat er erlaubt und sogar legalisiert und hat dafür gesetze gemacht da kann man nichts mehr machen etwa weißt du was mir in meinem buchhage aufgefallen ist zum beispiel da gibt es hat diese die sind gar nicht vorhanden da geht zum beispiel bezüglich dem kamel urin weiß auch ja das steht in dem die hat diese sind nicht da drin die haben die raus gelassen ja die die sind komplett raus die sind und zwar ist warte und zwar hat dies wo ist das mit dem kamel hat diese 56 85 bis 56 87 die fehlen komplett und das kann die buchhage bezüglich wegen der krankheit und das waren männer die zum moment gegangen sind das gesagt macht dass wir haben dann den typ der da aufgepasst hat getötet und die kamel geklaut dann hat sie mohammed gefolgt hat denn die beine und die hände abgehakt und die augen mit einer heißen nadel gestochen und sie dort verdusten lassen der wüste die haben auf dem boden gebissen vor durst steht da in der hat ja und den kenne ich ja ich kenne alle hätte ausbändischen mein kopf ja und die fehlen bei mir ist schon komisch das war nicht in der übersetzung dass man das erfährt er hat gesagt trinkt die tätig wurde trotzdem nicht gesund und dann haben die gesagt okay der hat uns verarscht die haben hier die wollten ihre kamel zurück haben weil die haben kamel gegeben und den ist daran genommen damit er den freund heilt und das hat nicht geklappt so viel zu barmherzigkeit weißt du ich glaube auch diese widersprüchlichkeit in der die so leben das ist auch wenn du so psychologisch gesehen du bist ja täglich innerlich in den konflikt weil du ja eigentlich ständig die ist das richtig falsch richtig falsch ich glaube deswegen sind auch viele so völlig durcheinander von dem ja das wirklich nicht verstehe selbst rauchen also es ist ja haben und danach geht man ja nach der hände also man wird brennen möchte wenn man beleidigt wenn man drogen tätowiert und so war aber die meisten sind dann tätowiert und brüsten sich dann also sind noch stolz darauf oder wenn sie irgendwelche straftaten machen und dann waren die aber verstehe ich nicht können ja die können sich vor den sünden waschen in mecca es kostet nur 8000 euro weißt du wollen wir ehrlich sein die haben alle glück der jane nämlich gibt ja das ist ja auch eine das war ja auch einer der gründe warum ich nicht ausgeflippt bin doch nicht verstanden ich will aus den weichen beruhig dass es nicht gibt es gibt keinen es gibt keine teufel es gibt keine verriet es gibt das hat mir auch ja dann beruhigt okay gut es gibt keine es gibt ja auch gar nichts anderes ja bei mecca steht immer vorne auch und auch diese konzept von gerechtigkeit was die haben ist total gestört weil du kannst einen einen kind vergewaltigen töten und dann nach mecca gehen macht eine stadt schreibst du schlägst du stein alles wird verzeiht und du sitzt neben dieses kind im paradies für alle ewigkeit und dann sagen die die allah ist gerecht aber wie er macht gar keinen sinn verkauft jedoch den geschlägt in eine land volle steine kauft ihr steine leute wieder muss man sein und steine überhaupt ein ja nichts anderes außer sand und steine haben dann ja das ist eine eigene steine und die werfen dann ebenso als symbol zu steinigung des teufels sieben stein aber die musst du kaufen du kannst sich deine steine mitnehmen du musst die sieben steine dort kaufen obwohl es scheinbar geht über das geschäft man ja 12 milliarden dollar jährlich nur vom hat machen wir man und ich ich versuche zwei verzweifeln für meine sekte die kollekte jeden monat einzutreiben aber meine gläubigen sind oftmals gierig ist das richtig dass früher zum beispiel die mädchen als die babys geboren sind die mädchen dann auch wenn ich vergraben wurden nicht alle vielleicht in einem dorf oder einen stamm aber nicht alle weil sonst hätten die der prophet und seine freunde nicht so viele frauen gehabt also woher kamen diese ganzen frauen mohammed hatte 56 frauen plus haben alle auch die die ehrfrau von mohammed die war eine geschäftsfrau die hatte ihre zwei verstorbene männer geerbt und sie war reich die größte armee in mekka in der zeit von moment hat ein frau gehört bin bin dort war also die frauen waren wirklich erfolgreich hatten mehr rechte wie in den islam und ist das stimmt eigentlich nicht weil sonst woher sollten die alle diese alle frauen haben wir hatten alle 50 60 frau verstehst du jede einzelne also es gab viele frauen das stimmt nicht also die geschichte eine frau ist manchmal schon zu viel und dann längst du 56 wie willst du das denn machen halt dass wir alle geschlafen weil manche hat ja noch einfach so zum beispiel die tochter von oma hat sie war hässlich hat sie nur einfach aber die geschichte mit abu bakka mit eicher ist schon krass weil sie geht am nächsten tag dahin und sagt oh ich habe einen traum gehabt und dieser traum hat mir gesagt ich soll deine tochter wir waren auch krass deine bruder sagt immer weil ich bin dein bruder und da sagt er mir du bist mein bruder in islam aber deine tochter ist halal für mich das auch herr ja nicht auch da war dann wurde es wirklich wahnsinn oder ja weil ich bin der morat ich will lieber ein schreibt mir gottlose deutsche ich will nicht deutsch und ich will lieber gottlos als als einen gott zu folgen die eine kriminelle ideologie erschaffen hat finde ich gut klasse vom netz und muss auf jeden fall mit dem bau ja ich folge ihm schon so ich freue mich sehr interessant ja weißt du ich gehe hier oft und das ist so ein bisschen auch mein content ich vertrete natürlich als deutscher nationalist so natürlich ein bisschen deutsche interessen ich bin auch kein christ ich lehne jede religion ab weil ich wird alles irgendwie komisch und seltsam finde und dann musst du eben immer in eine religion irgendjemand hast ja genau deswegen und ich sag mir unsere freiheitlichen grundwerte freiheitsrechte meinungsfreiheit das ist das wofür wir uns kämpfen sollten dass wir eben und und dann hoffen dass wir frieden finden dass alle menschen das versteht wir brauchen keine götter wir brauchen menschlichen sachverstand man kann ja ich fühle mich viel besser also ich bin eine bessere mensch auf jeden fall ohne religion und du hast kein schlechtes gewissen mehr glückliche frühe habe ich geraucht aber jetzt nicht mehr aber er muss man ja auch nicht ich bekomme das vom arzt weise okay ja ich wollte das nicht mehr schon lange nicht mehr ach muss man auch nicht wenn man keinen bock mehr hat für sie es ist auch ist ja auch eigentlich besser ohne irgendwelche substanzen durch das leben wenn man mal feiert auch eine party kann man auch hier trinken oder auch ein joint aber ich habe auch nie alkohol zu hause ich trinke auch ich trinke auch keine alkohol oder selten alkohol sagen wir mal so aber ich trinke kein bier irgendwie ich mag kein bier deswegen das gibt es bei mir trinke ich aber wirklich nur wenn ich jetzt wo ich draußen bin aber einmal im monat wenn ich übe feiern oder geburtstag oder so klar du bist ja schon mehr deutsch als ich war ja ich habe hier auch schwein gegessen dann war doch die leute überrascht und schmeckt ja 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 auf Untertitelung des ZDF, 2020 Alles was ihr wolltet, gehört Allah und sein Prophet 20%. Ich meine, da hat es schon bei mir ein bisschen geklingelt in dem Kopf. Ja, überhaupt, dass der Prophet immer alles so Vergünstigungen hat und so weiter, aber die anderen nicht so, ne? Ja, das war schon extrem bei ihm. Weißt du, dann finde ich das so irre, dass diese Leute dann alle, okay, natürlich verstehe ich, alle wollen so wie Mohammed sein, weil Mohammed hat diese Vergünstigungen gehabt. Naja, aber was heißt alle Volk? Ich verstehe, oh Gott, aber ich bitte dich da mit einigen. Ja, aber viele Muslime streben ja so zu leben wie der Prophet, oder? Ja, das können sie nicht, die werden verhaftet oder in die Psychiatrie reingehegelt, eingewiesen. Ich stelle dir vor, da geht jetzt einer wie ein sechsjähriges Kind heiraten, glaubst du dir, was wird dann passieren? Ja, aber wenn du die fragst, wenn du hier diese Muslime fragst und sagst, ja, wie ist halt, willst du wie der Prophet, wer das für dich? Und dann sagen die Handel, wie der Volk, das ist das Größte überhaupt, er ist der schönste und beste Mann gewesen, sagen wir. Manche glauben, der war warmherzig. Wenn man die Geschichte liest, der hat 700 bis 900 Kinder in einer Nacht geschlachtet, Kinder, 8, 9 Jahre. Das ist jetzt ein Typ, der sagt, die haben in unsere Unterhosen geguckt, wer Schamhaare hatte, wurde getötet, wer keine Schamhaare hatte, wurde dann versklavt. Und eine Mutter sagt, bitte, Prophet, nimm mich als Sklavin mit meinem Sohn, du hast meinen Mann getötet, meinen Bruder, meinen Vater, meine ganze Familie. Bei ihm sind die Haare gerade gestern gewachsen. Weißt du, was er gesagt hat, Mohammed, der Barmessiger, schlachtet ihn wie eine Ziege, weil die Kinder bewegen sich, die wollen abhauen. Und er hat gesagt, schlachte sie wie eine Ziege, tu deinen Knie auf deren Hände und Beine und schlachtet sie. Und so, siebenhundert bis neunhundert Kinder in einer Nacht von Beno Correida. Ich finde, der eine sagt, ich erfinde einfach Sachen. Das ist Beno Correida, der liest mal über Beno Correida. Beno Correida, schreibt Beno Correida. Das macht mich voll traurig, wirklich. Ja, ey, der, wenn du die Geschichte des Propheten siehst, dann siehst du schon, dass der nicht mit, der ist ja nicht mit Gummibärchen gekommen und nicht friedlich. Du merkst das ja auch immer wieder. Aber so extrem wusste ich es auch jetzt nicht. Es gibt ein Hadid davon, es gibt ein Hadid, vielleicht hast du den in Bukharib oder so. Ja, warte, sag mal, sag mal. Ich guck mal auf meine andere Hände, da steht ein Hadid, weil da steht genau, als Gabriel kam und die sagte ihm, der war in ein andere Krieg und dann kam Gabriel, weil die hat keine Beute gemacht und sagte ihm, warum hast du deine Waffen niedergelegt, komm und bekämpfe, ein Sekunde und bekämpfe die Leute und dann hat er ihnen gesagt, welche Leute, dann hat er ihnen gezeigt auf diese Leute. Sag mir, welcher hat dies. Dann sag mir, welcher hat dies. Ja, Sekunde. Okay. Wo ist denn jetzt der Angelo hin? Ja, sind sie weg? Ja. Da, Sekunde, okay, ich sag dir die Nummer. Okay, die Sahih-Muslim, Sahih-Bukhari, 41, 42. Entschuldigung, der sieht nicht mal schlecht. 41, 42. Also erklärt ja einfach nur auf. Du kannst es selber. 21, 41, 22. 41, 22. Richtig. Ekela, du kannst ja auch gucken. Du sagst, einen Typ schreibt mir hier, ich lüge, du kannst auch gucken. Sahih-Bukhari, 41, 22. Oder Sahih-Bukhari, 17, 68. Lies im Namen deines Herren. Lies und will. Weißt du was? Weißt du was? Guck mal, was hier ist. Guck mal. Und das ist kein Spaß. Ja, glaube ich. Es fehlt. Es fehlt. Guck mal. Hier ist Hadith. Kannst du sehen? Ja, ja, ich kann es auch lesen. Das ist 14, 40, 99. Guck mal, ich mache jetzt die nächste Seite. Ich glaube, das war, wo der die Leute angegriffen hat. Ja, aber guck mal, wo weiter geht erst. Guck mal. Was fehlt alles? Warte, hier. Hier geht es erst weiter. Ja, 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 ja. Das heißt, nein, es fehlt. Dort fehlen insgesamt, warte, insgesamt fehlen. Eins, eins, zwei, drei. Drei Hadithe fehlen wieder. Und das hier, was ich gerade gesagt habe, auch fehlt. Ja, das fehlt. Dieser Hadithe fehlt. Aber man kann es ja auch auf Internet finden. Das ist ja auch übersetzt. Aber du siehst, guck mal, wie mit dem Kamelurin. Da war ja das gleich, das fehlt auch. Ich habe vorhin einen Iman gehört, der sagte, wer an Kamelurin zweifelt oder irgendein Hadith von Mohammed, weil er denkt, dass ich mit diesem zeitlichen Fall war, der ist ein Ungläufiger. Ich habe Pierre Vogel gehört vor ein paar Tagen in so einem Ding. Da bestätigt er das auch noch und tut das wissenschaftlich auch erklärt. Ich weiß nicht, wo das war. Aber wenn ich das finde, dann schicke ich dir den Link mal davon. Gerne. War auch auf TikTok. Gerade Pierre Vogel, ne? Deine schreibt mir, hast du B1-Kurs, Deutscher Pass bekommen. Ich habe B2, ich habe nur bis B2 gemacht. Ich hätte auch weitermachen können. Aber mittlerweile, wie meine Frau, die hat auch B2 vor drei Wochen geschafft. Du sprichst sehr gut Deutsch. Ich bin seit acht Jahren hier und war noch nie in einem deutschen Kurs. Guck mal, die meisten Türken sind seit 30 Jahren, 40 Jahren hier und sprechen immer noch kein Deutsch. Vor allem, ich war ja noch nie in einer Schule. Ich habe gar nicht Deutsch irgendwo in einer Schule oder einen Kurs gelernt. Ich habe nur von Leuten gelernt und auf Internet und so allein. Und ich spreche sieben Sprachen. Ja, meine Frau spricht auch sieben Sprachen. Die hat auch alles selber beigebracht. Christian Prinz, ja, kenne ich Arnold. Cool. Satans Braut bin ich. Die diskutieren mich die ganze Zeit, weil die denken, ich lüge. Die versuchen, egal, ich war Christ, ich war Arabäer. Ich glaube, wenn du bei mir reinkommst, so bestimmte Zeit, so am Abend, weißt du, 22, 23 Uhr, dann meinst du, was hier los ist, wenn ich dich reinhole? Ja, gerne, schick mir eine Anfrage oder wenn ich sehe, dass du dann live bist, komme ich gerne zu dir. Du kannst ja auch gucken, ich habe mehrere Accounts, manchmal wechseln, du gibst einfach in der Suche ein Zeugen Sativas und dann siehst du sofort, wenn die Accounts ich alles habe. Mach ich, Bruder. Wie manipuliert sie mit Lügen. Wenn man manipulieren, wie dann? Aufklärung. Sie manipulieren. Sie wollen manipulieren. Am Nuckel. Ich weiß. Nein, das geht ganz schnell. Fünf Sekunden, dann bin ich wieder da. Was bedeutet Agnostika? Ich bin Agnostika, ja. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass, ich sage nicht, es gibt keinen Gott, aber das bedeutet so viel wie ich weiß es nicht, ob es einen Gott gibt oder nicht. Das ist der einzige, also ich weiß es nicht, ob es einen Gott gibt oder nicht. Aber was ist der Unterschied zwischen Atheist und Atheist? Es ist ja eher eine religiöse Vorort oder eine religiöse Bezeichnung für die Leute, die die Religion verlassen. Deswegen benutze ich diesen Ungern, weil es war ja auch der Grund, dass die Leute ungerichtet werden, weil die Atheisten sind. Und das ist quasi wie eine Beleidigung. Die glauben an gar keinen Gott. Aber ich sage nicht, dass es keinen Gott gibt, weil ich keinen Beweis habe. Wir haben keinen Beweis. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich glaube wirklich an gar keinen Gott, sondern einfach so an Atheist und sowas, dann bin ich Atheist? Ja, wenn du an gar nicht glaubst, ja, ja. Also ich kann nicht ausschließen, dass es einen Gott gibt, weil ich habe die Beweise nicht dafür. Atheist denkt, dass es keinen Gott gibt und ein Agnostiker kann es nicht ausschließen. Genau. Mein Gott ist deutscher Pass. Ich verstehe nicht, was er damit meint. Also ich bin nicht hier illegal gekommen oder als Flüchtling im Gegenteil. Du bist auch gerne hier gesehen, solche Leute brauchen wir für dich hier und nicht das, was da alles kommt. Verstehst du? Danke, Bruder. Danke euch. Naja, also nichts zu danken. Ich bin zwar Nationalist, aber ich bin kein Ausländerfeind. Ich bin kein Rassist oder so. Ich möchte einfach, dass wir friedlich leben können, ohne irgendwie eine Ideologie zu haben, die den anderen anfeindet. Ja, aber ich sehe mich auch nicht besser als andere Menschen. Ich bin genau wie jeder andere Mensch. So sieht es aus, genau. Ja, und der Islam ist halt eine faschistische Religion. Du solltest dich viel... Weißt du, was so hart ist? Es ist ja eine intolerante Ideologie. Und sie kommen hier hin und sie benutzen unsere Freiheitsrechte, die Religionsfreiheit, um ihre Agenda durchzusetzen, um später dann diese Freiheitsrechte zu entfernen. Ja, du verstehst nicht, dass wir in deinem Recht vernehmen. Ja, du kannst nicht ein Recht von irgendjemand wegnehmen, dann nimmst du dir dieses Recht auch. Zum Beispiel jetzt Freiheit, also meine Freiheit. Deine eigene Freiheit. Und weißt du, was Sie aber nicht verstehen bei uns Deutschen? Bei uns, Artikel 20. Für uns Deutsche besteht die Pflicht, wenn wir erkennen, dass irgendwelche Bestrebungen, Gruppierungen diese freiheitliche Grundordnung abschaffen wollen, dass wir dann mit Waffengewalt auch uns dagegen verteidigen können. Ja, ich wäre auch da bereit, wirklich. Ich frage mich, warum jetzt die Armee nicht rausgeht, wenn diese für diesen Demo... Hey, wenn die wie vor drei Wochen in Essen schreien sie Allahu Akbar und rufen sie einen Kampf an. Nein, dass die Armee kommen soll. Ja, wenn ich Innenminister, ich hätte sofort Armee geschickt. Ja, ich verstehe es auch nicht. Ja, ich habe da auch gar keine Verständnis. Ja, das ist unsere korrupte Regierung, weißt du? Ja, ich denke auch manchmal, dass die sie irgendwie... Die machen das extra, genau. Sie wollen... Wir hatten gestern eine Krankenschwester, eine Hebamme, die erzählte, dass... Ihre jüngste Entwinterte war elf Jahre alt. Muslima mit ihrem Cousin gekommen aus Somalia. Und ich habe gesagt, macht Deutschland nicht. Die sagte, nein, das ist erlaubt für Flüchtlinge, hier Kleinkinder als Erfrauen zu haben. Stellt euch mal vor, es wird akzeptiert hier und legalisiert und, naja, unter deutscher Schutz. Sollen sich jetzt alle Pedos in den Knastdings zum Islam konvertieren? Müssen sie dann befreit werden, weil die Muslim sind? Oder wie? Verstehe ich nicht. Die haben irgendwelche Sonderrechte. Es ist einfach nur noch krank. Ja. Und dann sagt einer, befreie dich von den Pedos. Die kommen Flüchtlinge, es waren vier, mit zwölfjährigen, die wurden schwanker mit zehn. Das muss man sich schon mal vorstellen. Und die lebt hier in Deutschland. Und das ist akzeptiert. Der hat ein Haus bekommen, ihren Mann, der 28 ist. Und die war elf, hat ihre Kinder mit elf bekommen durch Kaiserschnitt. Sie hat nicht mal verstanden, was los war. Sie hat nicht verstanden, dass sie ein Kind bekommt. Das war ein Kind. Und das wird erlaubt hier. Und nicht nur dieses Fall. Es war mir bewusst, aber ich dachte, 13 Jahre, 14 Jahre. Aber als ich hörte gestern, dass sie mit elf ihr Kind bekommen hat, war ich einfach nur schockiert. Und ich verstehe nicht, warum das Jugendamt nicht alarmiert wurde. Keine Ahnung, ich verstehe das nicht, Leute. Ich verstehe das nicht. Ich habe mich schon überlegt, hier weg. Ich habe mich schon überlegt, nach Kanada oder Amerika. Ja, ich kann hier nicht weg. Weißt du, ich bin hier verwurzelt. Ich bin hier geboren. Weißt du, für mich ist es nicht so einfach woanders. Ich muss hier, deswegen bin ich froh, dich jetzt auch kennengelernt zu haben. Aber jemanden, der hier auch, nee, wir brauchen ja Leute wie dich hier. Verstehst du, du kannst ja nicht weggehen. Du musst ja hier bleiben und die Leute eben auch darüber aufklären. Und vor allem auch Deutsche. Ja, aber manchmal, Bruder, habe ich auch mit Deutschen hier zu kämpfen. Zum Beispiel, das ist ja eine Deutsche kam hoch. Also, ja, lasst eure Probleme bei euch zu Hause, debattiert hier nicht bei uns, lasst uns in Frieden reden. Ich habe gesagt, hey, ich kämpfe für dich. Ich könnte ja... Ja, weißt du, das sind dann aber auch genauso Menschen, die ein bisschen nicht gebildet sind und nicht verstehen. Verstehst du? Ja, das ist auch Trend geworden, dass selbst Deutsche nur muslimische Wörter in den Mund nehmen und sich mit der Gruppe... Identifizieren. Sympathisieren. Ja. Sympathisieren, ja. Und sie verstehen das gar nicht. Denen ist nicht bewusst, die Gefahr ist denen gar nicht bewusst. Und die wählen jetzt recht radikale Parteien aus Protesten, verständlich auch, wie in den Niederländern, haben wir gesehen jetzt. Ja, ich wähle auch die AfD, sage ich dir ganz ehrlich. Ich kann nicht verstehen, ja, habe ich mir auch überlegt. Guck mal, das ist die einzige Partei, die sich wirklich auch für nationale und auch für europäische Interessen einsetzt. Und Bordemburg vor allem. Ja, genau. Sie wollen dieses... Sie wollen ja nicht Europa abschaffen. Sie wollen nur nicht dieses Europa haben. Ja, genau. Verständlich. Ja, ja, ich... Und alle Europäer, man sieht ja egal, Italien, Ungarn, Polen, jetzt die Niederländer und ich bin, man hat das ja in Deutschland auch schon gesehen mit Bayern und Hessen. In Italien. In Italien. In Italien. Und das wird... oder Dänemark, Schweden. Guck mal, was in Schweden los ist. Die haben Militär geschickt mittlerweile, ne? Ja, ja, natürlich, aber das ja, die sagen, die nehmen uns unsere Kinder und dann habe ich mir eine Reportage geguckt, aber von muslimischer Seite jetzt ein Video, die von Muslimen gemacht wurde. Und da erzählt die Frau, dass ihre Tochter, die neun Jahre alt war, mit dem Kopftuch zur Schule geht und predigt dort und macht Da'wa und sagt zu den anderen Kindern, ist kein Fleisch, das ist Haram, das ist nicht geschlachtet nach islamischen Dies. Und dann haben die sich in der Schule, die haben sie ja gerufen, die Mutter, die sollte kommen, da war der Direktor, die ganze Lehrer, der wird bitte sagen, sie ihre Tochter, sie soll den Kindern in Ruhe lassen, sie soll nicht zu den Mädchen sagen, sie soll ein Kopftuch tragen oder was sie essen oder nicht essen sollen. Den Eltern haben entschieden, was die Kinder zu essen haben oder nicht zu essen haben und deine Tochter soll sich daraus halten. Sie hat das weiter gemacht, zwei Jahre, bis sie elf wurde. Dann haben die sie weggenommen und dann fingen sie zu schreien, die machen das nur gegen uns, weil wir Muslime sind. Nein, weil ihr euch überall reinmischt, weil ihr dann also überall rein tut. Masimoto, Murat will uns jagen, war kurz bei Babu. Wer ist denn Murat? Murat ist bei mir, Babu. Ja, der hat wohl gesagt, der will uns jagen. Wie keiner. Ja, aber die haben sich verrechnet, die Muslime, die haben sich in Demut gemacht, die haben sich verrechnet, dachten, die wären jetzt schon mächtig. Die haben sich verrechnet. Jetzt kommt der Gegenschlag und die werden richtig blutig. Ja, weil jetzt kommt der Staat und wenn dann, und das ist ja eben, wenn die AfD an der Macht kommt und dann eben mehr Befugnisse erlassen wird, dann geht es den einen oder anderen von denen richtig an den Pelz. Ja, da bin ich mir sicher. Es muss ja auch immer eine Radikale, eine Radikale, eine Radikale, eine Radikale, eine Radikale, eine Radikale. Ja. Das kannst du ja nicht mit Leuten, die den Tod verherrlichen, mit fanatischen Menschen, kannst du nicht mit Moral und Verstand reden. Nee. Ey, nobody, du hast eine Sperre? Weswegen? Du hast doch gar nicht geredet. Wer? Hier, der nobody, der mit bei uns drin war, der hat eine Sperre gekriegt. Ich habe auch vorhin eine bekommen, aber ich fast mittlerweile auch. Ja, er hat ja Widerspruch eingelegt, hoffentlich. Das habe ich auch vorhin. Mir mittlerweile haben die gesagt, es ist nicht. Ah, hier, und Morat will Adresse rausfinden, hat er gesagt. Ja. Ja, willst du, soll, ja, Jerry, Jerry, lol, groß, ja, jetzt bin ich gesperrt. Warum bist du gesperrt, ist Jerry? Der will uns sagen, ja, Verfassungsschutz, Morat. Verfassungsschutz will auch eine Adresse. Der folgt dich schon, Verfassungsschutz. Das ist gut, das ist gut, dass sie hier auch ihre echten Gesichter zeigen, ja, das ist auch gut, wichtig. Ja, ey, das war doch ein interessantes Gespräch, so. Ja, ich hoffe, ich freut wirklich. Ich muss mal langsam jetzt auch Feierabend machen. Ja, ich bleib auch nicht mehr länger. Ich bin heute Abend auf jeden Fall, ich denke so 20, 21 Uhr, und dann, ich bin eh immer bis spät. Und morgen ist sowieso Freitag. Da bin ich sowieso wieder ganz lang. Gerne, ja, vielleicht können wir dann zusammen live gehen abends. Auf jeden Fall, gerne, auf jeden Fall. Das finde ich auf jeden Fall gut, was du machst. Solche Menschen müssten öfters geben, mit Verstand auf der Welt. Danke, das Beste. Also ich bin selber nicht jetzt so gebildet wie du, aber... Aber dafür kannst du andere Dinge gut. Werden wir dann auf dem Boot feststellen. Ja, gerne, ja, natürlich, ich lerne immer gerne, wie ich immer sage, man sollte immer fähig sein, seine Art und Weise zu denken, auch zu ändern, wie wir sind nicht stabil und so, wir sind nicht, wir müssen nicht nur an eine Sache glauben, es muss immer die Möglichkeit geben, ja, anders zu denken. Das hätten wir uns auch nicht entwickelt. Ja, korrekt. So sieht es aus. Deswegen leben die Muslime auch im Kopf noch im Mittelalter. Ja, er hat mich wirklich gefreut, Freunde, sehr und bis heute Abend. Und es auch. Schreibt einer. Ja, nobody. Ja, einer bei mir hatte auch eine, eine, Morat, ich muss mich leider stummen, Morat, sorry, aber wenn du beleidigst, stumm ich dich. Jeder hat hier Meinungsfreiheit, aber Beleidigung bitte nicht und vor allem nicht solche vulgäre Beleidigungen. Ja, so, ich quatsche noch kurz mit, mit den Zuschauern und dann bin ich, ich weiß, ich verabschiede. Babo, bis heute Abend, Yves auch, bis heute Abend. Danke dir, Bruder. Yves, gehst du auch? Ähm, ja, so um 20 Minuten. Okay. Um 20 Minuten. Ja, nee, der Keller, ich hole dich nicht mehr hoch, du hast vorhin auch Sachen gesagt, du hast, das hat mir nicht gefallen, Mann, gar keine Logik. Einfach so. Ja, das ist das Schlimmste. Das ist das Schlimmste, keine Logik. Deswegen, ich sag doch, das sind immer Gegensprüche. Die machen was, aber sagen dann genau das Gegenteil. Also, verstehst du, was ich meine? Auch die Moral bei denen ist gestört. Also, die kennen nur Hayal und Haram nicht und nicht was moralisch ist. Ja, aber selbst deren Haram machen die ja, aber sagen dann, also, das macht keinen Sinn. Die denken, dass Allah alles verzeiht, weil die wissen nicht, was Allah über diese Sachen sagt. Die haben keine Ahnung, die denken, die gehen direkt in den Himmel. Aber weil sie nicht lesen, weil die sich nicht weiterbilden. Aber wenn man sagt, ja, lies Namen deines Herrens oder sowas, dann drehen die alle voll durch. Ja, und du kannst es nicht wahrhaben, du. Weil die gehen davon aus, dass deren Gott allmächtig ist, perfekt ist, komplett ist und so weiter. Und von dir, du kannst nicht von diesem Punkt gehen und dann irgendwas beweisen. Nein, du musst dir andersrum. Du musst dir erstmal beweisen, dass er allwissen ist, dass er nicht, dass er überhaupt existiert. Ja, ja. Ja, hallo Jesus. Das ist ja nicht normal. Mir wurde ja erklärt, was der Unterschied ist, aber ich sehe mich mehr so als artist. Also, ich glaube nicht, dass jemand es gibt, der das alles auf einmal erschaffen hat. Also, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich bin nicht abgeneigt davon, aber ich kann mir das nicht vorstellen, weil die Natur ist so komplex. Also, ich weiß nicht. Ich verstehe nicht, wie jemand aus Lehm und einem Knochenstück oder irgendwie sowas einen Menschen formen kann. Ja, vor allem sind wir auch nicht perfekt. Vorhin sagte mir einer, wir sind perfekt. Gott hat uns perfekt erschaffen. Ich habe Ihnen ein kleines Beispiel gegeben. Wir können keine Vitamin C produzieren in unserem Körper und das ist lebenswichtig. Das müssen wir zu uns jeden Tag nehmen. Und manche Tiere können das. Also, hätte Gott lieber uns das gegeben, das mit den Vitamin C und nicht den. Und das, was wir haben, diese letzte Knochen in unserer Wirbelsäule, der Schwanzknochen. Das ist einfach ein Beweis. Wozu brauchen wir das? Gar nicht. Das ist doch ein Beweis, dass wir auch einen Schwanz hatten wie andere Tiere. Ja, die Evolution. Evolution. Ja, ja. Deswegen tendiere ich auch mehr so zum Atheismus. Aber, wie gesagt, nur weil ich habe keinen Beweis, deswegen kann ich nicht sagen, es gibt keinen Gott. Verstehst du? Ja, also, ja. Nur deswegen bin ich agonistiker. Und außerdem, wir wissen auch nicht, ob wir alleine sind. Wir wissen nicht, ob wir alleine im Universum sind. Vielleicht gibt es Leben auf anderen Planeten. Ich meine, das, was unser bekanntes Universum sind 200 Milliarden Galaxien. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass es da irgendwo Leben gibt. Also, daran glaube ich auch auf jeden Fall, dass es da irgendwas noch gibt. Und ich weiß es ja nicht. Aber trotzdem tendiere ich dazu, dass es keinen Erschaffer gibt in dem Sinne. Dass es jemanden gibt, der alles erschaffen hat. Ja. Also, das kann ich nicht in meinen Kopf. Geht nicht rein. Weiß ich nicht. Ja, weil, guck mal, ey. Die wollen eine schwierige Sache erklären. Also, die wollen erklären, wie wir erschafft wurden. Das ist eine schwierige, komplexe Sache. Ja, klar. Und womit erklären sie das? Mit Gott. Das ist eine noch komplexere Sache. Also, du kannst nicht eine komplexe Sache mit einer Sache, die noch komplexer ist, erklären. Nein. Und du musst ja auch, geht nicht. Ja, aber für die ist es dann einfach. Die haben eine einfache Antwort und sagen, ja, es war Gott. Aber hinterfragen gar nicht. Die gucken ja nicht weiter. Ja, ich kann dich nicht hoch, weil das ist hier, wir sind ja weiter live. Ich kann keine Anfrage nehmen. Kann ich dir danach? Gerne mache ich Made by Miss Hill. Mach ich gerne danach. Ja. Gottlos. Ich bin gottlos, ja. Ich glaube an mich selber und an meine Natur. Dennis, das weiß ich nicht. Diese Information muss ich noch überprüfen. Das weiß ich nicht. Danke, dass du sagst. Antworte ich dir gerne morgen. Ich guck mal, ob wir wirklich früher Vitamin C hatten. Weil, wie gesagt, wir haben uns ja bewegt. Und das ist einer der Gründe, warum wir die Vitamin C nicht mehr produziert haben. Weil wir haben es immer gefunden in Früchten. Jeden Tag. Wir waren ja auch so Sammler. Früher in der Evolution. Und das passt auch nicht, weil, guck mal, Adam und Eva existieren seit 6.000 Jahren, sagt die Religion. Und der redet gar nicht über Neandertaler, der redet nicht über Hormona Lady, der redet nicht über Denisova-Mensch, der redet nicht über andere Menschen, die uns sehr ehrlich sind und die sich sogar mit uns verwandt haben. Die Europäer haben 7% von den Genen von Neandertaler. Das stelle ich dir mal vor. Das ist eine andere Spezie. Wir haben Genen gemeinsam mit Bananen. Wir haben 7% unserer Gene sind Virus, quasi Virus, der sich damit vermischt hat in der Zeit. Man muss auch ein bisschen die Wissenschaften. Wir haben Gräber, die 200.000 Jahre alt sind. Die hatten auch eine Religion, eine andere Religion. Die Neandertaler waren auch nicht klar. Letztens habe ich auch eine Doku gesehen. Die haben schon früher, haben die schon beerdigt. Also die haben so ein Grab gefunden, was richtig alt ist. Ich weiß nicht mehr, wie viele Jahre alt. Aber die haben da so Mitleid und so, dass sie halt erfahren haben, dann die Menschen, also wie es ist, jemanden zu bemitleiden und den zu begraben und ein Ritual zu machen daraus. Aber das waren irgendwelche Homo sapiens oder was? Das waren die Homo naledi, glaube ich, wenn das in einer Hölle war. Das war glaube ich die Homo naledi. Ja, wir haben auch Zeichnungen gemacht an den Wänden. Und die gleichen Zeichnungen haben auch nicht nur die Homo naledi, sondern auch die Neandertaler gemacht und auch die Spartakos und auch die Homo sapiens. Den Homo sapiens gibt es seit 320.000 Jahren. Ich meine, das sind 320.000 Jahre, der älteste Schädel. Und Adam und Eva 6.000 Jahre. Hallo Sparta. Deswegen sage ich ja, ich kann nicht daran glauben, dass... Also... Nice to meet you. Mein Kopf passt das nicht einfach. We are speaking German here, bro. Yes, I understand. But anyway, it will be interesting. It's a new language. I can learn. Okay, but you don't know about what we are speaking. We are talking. No, but sooner I will need to come in Germany. So it's better that you start to listen. Okay. Bei Missiel, denkst du, wir stammen... Nein, wir stammen nicht vor Affen. Wir und Affen haben gemeinsame Vorfahren. Wir waren nicht Affen, aber wir haben zusammen Vorfahren. Mit den Affenmenschen. Dann nennen sie, wir sind hominini, also von den Homo sapiens, homonalidi. Und Affen sind primate. Wir sind alle primate. Aber dann unter primate. Ah, 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 wait one second. You speak about the Homo sapiens, the primate, how is the evolution of humans. Where are you from? I'm from Italy. Nice to meet you. Sei italiano. Sì, sono italiano. Parlo italiano. Anch'io parlo italiano. No, perché? Bene, bene. Adesso ti piace di più. I can speak a bad word. Vaffangulo. TikTok. Vaffangulo. Lei dice che conosce solo questo. Lei conosce solo questo. An che le posso parlare, è stato negativo. Hai parato solo questo. È veramente interessante. Deswegen sage ich ja, man soll sich weiterbilden. Selbst ich muss es noch weitermachen. Ich bin auch viel zu faul. Ja, aber ich hingegen hinterfrage und ich gucke mir Sachen an und dies und das. Aber jeder soll für sich selber entscheiden. Ja, weil wir haben ja Antworten und manche tun so, als hätten wir keine Antworten. Aber wir haben ja ganz viele Antworten. Man muss ja nur die Antworten suchen und dann auch vergleichen. Und in Wissenschaft ist es anders. Wissenschaft macht ja Experimente, die du wiederholen kannst und wiederholen kannst und wiederholen kannst. Und da bekommst du immer die gleiche Ergebnisse, wenn du ja natürlich nichts endest. Und das ist ja bewiesen, kann man beweisen. Glauben, solche Sachen kann man nicht beweisen. Man kann da keine Teste führen. Das ist so, nicht Propaganda, wie sagt man das denn? Das ist so, wie gelogen ist. Dass die extra sowas machen und extra sowas in Bücher schreiben. Dass man die Leute fehlleitet. Und so immer diese... Das finde ich gefährlich, weil, guck mal, dank der Wissenschaft leben wir heute länger. Dank der Wissenschaft haben wir nicht mehr diese Krankheiten, die uns vorhin fast ausgelöscht haben. Wir haben Impfungen, Diabetes, hätten wir keine Lösung dafür, hätten wir keine Wissenschaft und viele Sachen. Also man muss ja auch wirklich, wenn es hart auf hart kommt, du gehst zum Arzt und du gehst nicht zu einem Hodger oder zu einem Priester. Man muss ja auch wirklich essen. Aber manchmal fällt es die Leute schwer. Manche Leute brauchen Glaube, brauchen diesen Trost und diese einfach Gedanken... Das sage ich zu meiner Oma. Meine Oma ist sehr christlich und zwei Söhne verloren und sie braucht den Glauben. Und ich habe auch einmal zu ihr gesagt, ich so, früher, wo es so Krieg gab und so und Hunger und dies und das. Ich glaube, ohne diesen Glauben hätten manche Leute auch nicht überlebt. Aber für diese Zeit... Ja, aber auch der Glaube hat sich... Aber du hast vorhin was sehr Interessantes gesagt. Du hast gesagt, ja, auch diese alten Leute vor 200.000 Jahren hatten auch einen Glaube. Und das führte uns dazu, dass wir haben, dass in der Evolution der Glaube vor unserer... Also vor der Homo sapien kam, in andere Primaten, verstehst du? Nicht nur wir glauben, wenn du siehst, dass auch Neandertaler geglaubt haben und auch Hormonalide geglaubt haben, das muss sich das irgendwie in unsere Gehirne entwickeln, schon vor unserer Evolution zum Menschen oder zum Homo sapien. Ja, das ist wahr. Genetik, ja, die Genetik kam von Homo sapiens. Vorhin war es eine Neandertal. Nachdem gab es die Theorie über das UFO, die von anderen Welt, von anderen Planeten kamen. Wer hat gesagt, nicht ich? Ich glaube, ich habe nicht das Wort gesagt. Die Theorie der Evolution des Uuropen? Ich habe gesagt, dass die Religion es war vor der Evolution des Uuropen 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 des Uuropen. Capito? Capito? Tenone una cosa nuova. Capito? Ihr wollt mich hier verrückt machen? ja ich sage ja es gibt so viele früher die alten perser die hatten götter die griechen hatten götter deswegen es gibt so viele sachen deswegen kann ich nicht glauben dass es nur eine sache gibt ja es gibt ja vor allem kein beraterin dies und das ich glaube nicht mal daran und auch wenn okay ich liebe feuer ich liebe wärme alles gut dann ist es halt so was soll ich sagen wichtig ist dass ich mit mir selber in reinen bin dass ich selber sagen kann ich bin ein guter mensch ich bin manchmal auch schlecht so nicht ja ich bin auch nur mensch aber ich sage nicht ja allah wird mir verzeihen oder so ich will mich dann selber selber verantwortlich dafür die versuche manchmal sich von diesen sünden aber vor allem wenn du menschen verlässt oder wenn du kriminell warst oder so und denkst das okay gott die alles verzeiht das ist heuchlerisch nein nein das macht es nicht gut wenn ich was falsch mache dann erkenne ich das selber oder meine mitmenschen weil wir sind ein rudeltier also so netten sozialisiert und dann ändere ich mich selber also ich ändere mich dann und sagt ja keine ahnung allah verzeihen mir dass ich so bin und nächsten tag mache ich die gleiche scheiße und auch ich will ich sage wenn ich irgendwas nicht böses mache mache ich es nicht weil ich angst vor der hölle habe nur weil ich darf nicht dafür bin und wenn ich was gutes mache oder jemanden helfe tue ich es nicht für den himmel oder für den paradies ich tue es nur weil ich es so will und das finde ich ist viel edle und viel besser und auch ein verständnis und wenn du merkst ja selber also klar außer du hast wirklich psychische erkrankungen oder sowas du merkst ja selber ob etwas rechtens ist oder ob du was schlechtes jemanden antust und dann schlechtes gewissen schuldgefühl und sowas das ist das hat doch jeder mensch also jeder normal fühlender mensch wenn ich mich dann schlecht fühle dann muss ich mich selber verbessern da hat kein schätan das gemacht oder mich verleitet oder so dann war ich das selber einfach und habe aus der situation dann gelernt und verbessere ich mich dann warst du nie religiös wenn ich fragen darf ja also von meinem vater aus die seite sehr religiös und ich musste auch zum beispiel immer beten vor dem essen und so und schlafen und sowas aber nicht so zwangshaft haben wir so halt einfach mitgemacht so ne christlich aber natürlich und dann ist halt auch viel scheiße passiert in meinem leben und dann habe ich irgendwann mal gesagt das geht doch gar nicht dann habe ich mich selber auch hinterfragt und dann mein freund ist iraner und er kennt sich auch sehr gut aus jetzt nicht so krass wie du muss ich echt sagen obwohl er sich auch gut auskennt sativa hat auch schon mal mit ihm geredet zum beispiel und ja er hat er hat dann halt noch mehr hinterfragt also mich selber auch hinterfragt also er hat mich nicht gesagt so boah ja glaubt nicht daran aber das war schon vorher bevor ich ihn kennengelernt habe dass ich gesagt habe das geht nicht alles was mir oder was anderen leuten passiert oder meine mama passiert ist oder sowas das macht ja nicht das ist kein kein gott für mich dann das war ein problem ich habe in marokko auch eine ausbildung gemacht als krankenpfleger für zwei jahren da habe ich auch habe ich auch den krankenhauspraktikum gemacht und als ich dann in kinderabteilung gearbeitet habe da kann ich niemals hingehen ich werde nur wein das verstehe ich zum beispiel auch nicht das ist ja mein punkt diese leiden ja warum sollen diese kinder ist ein unnötige unbegründetes leiden die leiden haben schmerzen und so und ich weiß nicht der schöpfer macht nichts und das finde ich nicht okay manche leute verharmlosen das oder sagen naja aber die gehen dem paradies und sind das noch schlimmer wenn du sowas sagst man das ist dann noch schlimmer richtig gelebt das heißt sie könnten manche sagen ja das sind dann also sagen wirklich manche das sind dann teufels genau und diese haben es verdient dann zu sterben sagen dass wirklich aber wie denn wenn die nicht mal richtig gelebt haben und nicht mal ein bewusstsein haben richtig können die mit zwei jahren an krebs krochen blablabla irgendwie irgendwie zum beispiel dass menschen verdursten in manche länder und 95 von der regen regnet in der ozeane keine profitiert davon ich meine schiebt allah oder warum schickt er den regen in den ozeanen 95 prozent der regen fällt auf ein ozean also um sie ja nicht benutzt und die länder die und leute die verhörte verdursten und wasser brauchen dringend bekommt kein tropfen und da merkt man schon dass es gar keinen plan gibt ja danke netpark glaube ich dreist ja jesus du musst machen du musst machen dings weiter kann ich dieses hier mitmachen ja der muss live kommen das ist das problem der muss selbst live gehen und dann muss live gehen und dann kannst du ihn einladen jesus sehr sehr cool okay der kann ich jetzt ja auch sehr spät für das ich hab dir auch auf jeden fall das plus geklaut ich bin eh nicht auch viel drinnen bei sativa weil ich habe auch nachtschicht also ich mache nur nachtschichten und dann stelle ich immer im handy weil ich habe euch alle drei gefolgt und dann ich freue mich auch ja sie ist sehr interessant ja und ich mag ja wenn ich auch so leute habe die so wie ich denken auch dass man ja auch weiter wenn er eine these hat dass diese these auch weiterentwickelt erst du hörst manchmal manche ideen die du nicht hattest wie gesagt wir denken nicht alle gleich zum glück und vor allem wie wie gewi ersetzen aus quasi sozusagen oder ergänzen und sorry mein deutsch ist immer noch nicht so gut aber guck mal wäre ja auch langweilig wenn jeder das gleiche denken würde hätten wir ja gar nicht religion und diese ganze kriege und alles aber fand ich richtig gut von dir dankeschön dass ich auf jeden fall von dir was lernen durfte danke dir auch noch einen schönen abend wir sehen uns bestimmt mal wieder oder wie sagt man das okay Okay, bye bye. Nachtschicht auch will zu viel zu tun. Ah, du auch Jesus hast du Nachtschicht. Woher im Anerküden? Ja, welcher Sprache wir sprechen? Ich kann nur Deutsch sprechen, weil die Leute die meine Leben in meinem Leben alle Deutsch sprechen. Und ich würde auch gerne lassen, dass ich einige Leute hier sprechen kann. Und ich kann das nicht machen, wenn du hier bist. Aber okay, wenn du... Ja, ich will listen. Aber ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, ich kann nicht, Freunde zu kommen, zu sprechen, weil sie sind live und sie sind live, und sie können nicht nur nur zu sprechen, sie haben auch zu gehen live, und es wird mehr schwierig für mich. Es ist okay, aber wenn du willst, wenn du etwas sagen willst, ist es okay für mich. Leute, was glaubt ihr? Soll ich allein bleiben? Die Leute im Chat? Ja, Kiedo, I'm asking them if I should stay alone or if it's okay that we stay together. I will not stay longer anyway. Die schlafen, die sleeping, I think. Leute, ich sehe, ich sehe, parce queere ist hier. ich schreibe, ich schreibe, aber ich schreibe. Ich schreibe, das schon zu tun, ich schreibe. Ich schreibe. Es ist okay. Auch wenn ich religion. Ich weiß nicht wie das ist, schreibst du jeden Tag, schreibst du jeden Tag, ich weiß nicht ob du für ihn werbung machst oder was das ist, aber ich kenn ihn nicht. So, ich sage Bye Bye for everyone and I wish you a good night and spend a good time. Thank you and Kette, buona notte. Good night, bye bye. Ciao. 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 UFOs-Erlebnisse. Und da fragt man sich, okay, sollen wir sie glauben oder nein? Und wenn wir sagen, nein, okay, warum sollen wir andere Leute glauben, die andere Begegnungen hatten mit Mohammed oder mit Jesus? Die haben auch keine Beweise. Das ist auch eine schwierige Frage. Aber UFOs, ich weiß, ja, es ist heikel. Kann ja geben, aber ich weiß nicht. UFOs hätten sie uns schon längst gefunden, wie wir es in Amerika, ne? Als die die Amerika gefunden haben, war es sehr schlecht für die Leute, die dort lebten. Und kannst dir genau das Gleiche sagen, wenn wir jetzt von Außerirdischen besucht werden, dann wird es schlecht für uns, weil die sind dann viel weiterentwickelt, dass die zu uns reisen konnten, ne? In der Nähe von uns gibt es nicht von unserer Erde. Du hörst dich richtig schwul, ando, ey. Ich weiß nicht, was du damit erreichen willst, Musa. Keine Ahnung, was du damit sagen willst. Ich sehe es nicht als Beleidigung. Ich habe nichts gegen Schwule oder Transen oder Lesben oder irgendjemand. Ich hasse, wie gesagt, niemanden. Ich habe keine Religion, die mir sagt, dass ich Leute hassen soll. Ich sehe, alle Menschen sind gleich. Mich interessiert nicht, was Menschen, zwei erwachsene Menschen machen, ne? Ich habe eher ein Problem mit einem 54-Jährigen, der ein sechsjähriges Kind anfasst, zum Beispiel wie Mohammed. Da habe ich ein Problem. Das finde ich nicht normal. Aber zwei erwachsene Männer oder zwei erwachsene Frauen stört mich nicht. Die sind beide erwachsen, beide einverstanden, da ist gar kein Problem. Okay. Oder zum Beispiel wie Maria, die Sklavin von Mohammed. Das finde ich nicht okay, dass man eine Frau als Sklavin nimmt und halt gegen ihre Willen, aus der Sandkiste rausgeflogen. Ja, ich kann kein Deutsch und ich rede die ganze Zeit. Was rede ich gerade? Aber das ist doch keine Beleidigung, wenn ich kein Deutsch kann. Das ist ja nicht meine Muttersprache. Ich verstehe nicht, warum soll das ein Beleidigung sein? Stell dir mal vor, ich hätte einen Sprachfehler. Ich verstehe nicht, warum beleidigst du Menschenversorgung? Ich verstehe das nicht. Also bitte, Musa, versuch mal deine Moral nochmal durchzugehen. Das ist ja wirklich eine Katastrophe, dass du Sklaverei in dem Islam normal findest, dass du Kindesmissbrauch in dem Islam normal findest und Schwule hier beleidigst. Du sollst eher Mohammed kritisieren, weil er mit einem sechsjährigen Kind geheiratet hat und mit neun geschändet hat. Das sollte dich stören. Nicht, was Schwulen oder Tranzen oder Lesben machen. Ja, ja. Warum antwortest du nicht jetzt über die Pädophilie in dem Islam? Hilf uns dabei. Oder über die Sklaverei findest du normal, dass ein erwachsene Mann als Frau eine Frau als Sklavin nimmt und missbraucht? Ich meine, ich bitte dich, Mann, ey. Aber die haben keine Moral. Für sie ist nur Halal und Haram. Leider. Moralisch ein Kind zu schändigen, für sie ist Moral. Hallo. Hallo, Wunder. Hörst du mich? Ja, ja, ich hörte dich. Guck mal, dein Name ist ja Ex-Muslim, ja? Ja. Guck mal, für mich sowieso, Religion ist Religion. Gott ist Gott. Aber wenn du auch Ex-Muslim bist, ich verstehe dich, mit welchem Hintergrund du dich Ex-Muslim nennst. Es interessiert doch niemanden auf dieser Welt, welche Religion du besitzt oder was du bist. Ob du ein Tier bist, ob du ein Mensch bist, ob du schwul bist, Lesbo, egal. Interessiert doch niemanden. Aber warum muss man produzieren? Warum kommst du hier hoch, wenn es dich nicht interessiert? Weil es mich provoziert hat. Warum provoziert dich das? Weil ich das nicht mag, wenn Menschen versuchen, irgendwie andere andere Religionen schlecht zu machen. Aber du bist mein Life und du machst es genau das Gleiche jetzt. Ja, aber guck mal, wie ich heiße, guck mal, wie du heißt. Das ist Doppelmoral. Nein, nein, nein. Ich habe in meinem Leben noch nicht schlecht über den Christentum geredet, über Bibel oder was. Ich bin aber auch nicht schritten. Ich habe jetzt gerade vorhin auch andere Religionen, du bist, was habe ich gerade gekommen, aber ich habe ja allgemein die Religionen gerade kritisiert und überhaupt, ob es einen Schöpfer gibt. Wir hatten eine lange Diskussion, ich glaube, du bist am Ende gekommen und das war jetzt nur gerade als Antwort für diesen Chip, der da beleidigt. Ich habe ihn aber ganz höflich geantwortet. Ich weiß nicht, wie habe ich dann jemanden provoziert? Guck mal, ich denke, bei dir, bei dir, du hast vieles im Leben gelebt, du hast gelitten, du hast, du kannst es nicht glauben, in deinem Leben. Und somit hast du auf Gott verzichtet. Nein, das sind Behauptungen, weil es stimmt nicht. Ich habe gesagt, die Probleme, die ich mit dem Islam habe, ich habe über Kindesmissbrauch geredet, ich habe über Sklaverei geredet. Also, ich weiß nicht, ich habe nicht gelitten, ich hatte ein gutes Leben. Wir haben Kindermissbrauch, hast du gesagt? Ja, zum Beispiel Kinder heiraten. Das sind Kulturen oder Religionen, was du gerade sagst? Im Koran, es steht im Koran. Okay, ich bin 27, warum bin ich noch nicht verheiratet, wenn es so im Koran steht? Ich rede über Mädchen, nicht über Männer. Kleine Mädchen. Meine Schwestern sind alle über 30, die sind nicht verheiratet. Ja, sie sind auch in Deutschland, ja. Ist ja normal. Aber um ist Liebe, ja. Islamische Länder wird das gemacht, Islamische Länder ist das hier in Al-Frage. Du verwechselst es mit Kulturen. Oder es ist eine Religion. Guck mal. Nein, das steht aber im Koran, sage ich dir. Das bedeutet die, die noch keine Blutungen haben. Das sind kleine Kinder, die dürfen heiraten und haben drei Monate Wartezeit im Koran. Sogar 65 Vers 4. Du kannst gerne recherchieren, Bruder, und lese den Tafsir. Von eben Katir oder von Tabari oder von Qortobi oder von Jalalain oder von Barawi. Die sagen alle, dass das Kinder sind. Ich meine, ich rede nicht aus Ignoranz, sondern aus Ahnung. Aber du redest von Kindern missbraucht in den Kirchen. Wie viele Kinder werden vergewaltigt von irgendwelchen Priester? Das ist auch grausam, ja. Das kritisiere ich auch, ja. Das ist grausam, ja. Aber jeden Tag stehen wir in den Jemen acht Mädchen wegen Kindesheirat, wegen Blutdruck, weil die dann, ne. Du weißt, ein großer Mann kann nicht sein. Natürlich, aber guck mal, ganz kurz, ganz kurz, guck mal, ich bin Alhamdulillah Muslim, aber aus Kosovo. Mit arabischen Ländern habe ich nichts zu tun, aber das sind die Kulturen. Warte mal kurz, warte kurz. Aber der Koran sagt, die Arabischen Mobilität. Ich lasse dich ausreden, bitte lasse mich ausreden, bitte. Guck mal, du darfst, die Koran wäre aus Kosovo gekommen, der Koran kam jetzt. Du darfst Kulturen niemals mit Religionen verbrechen. Aber wenn es in den Koran steht, dann ist das keine Kultur, Mann. Wenn es in den Hadith steht, ist das keine Kultur, ist das Religion. Du redest von Jemen, Jemen, da ist es passiert. Wenn es so im Koran steht, würde wie du es sagst, dann hätten alle Muslime das getan. Warum passiert das nicht in Amerika? Weil die kann man nicht reden, ja. Du hast keinen Respekt. Lese so. Ich habe keinen Respekt. Du behauptest Sachen, die es gar nicht gibt. So, 65 Vers 4. Das steht im Koran, das ist keine Kultur. Und außerdem, der Koran kam für Araber. Die sagt, weißt du, wie viel Mal der Koran sagt, ich bin auf Arabisch? Im Koran steht. Es steht tausend Mal. Die sagt die ganze Zeit, ich bin Araber, als wäre er auf eine andere Sprache. Das hat mich auch immer irgendwie, ich habe nicht immer, warum sagt der die ganze Zeit, dass der Araber? Also, wir lesen das auf Arabisch, das brauchst du mir nicht zu sagen. Aber ich sage immer, Arabien, Koran, Arabien, Mobil, Koran, Arabien, Mobil. Wahnsinn. Aber echt Leute. Und wir wissen, dass Frauen haben Wartezeit, nur wenn der Heirat auch konsumiert wurde. Zum Beispiel, weil wir haben ein anderer Vers, sehr gut, dass du es gesagt hast, der sagt, Wenn ihr euch von den Frauen scheidet, ohne sie angefasst zu haben, dann habt ihr keine Wartezeit zu zählen oder zu warten. Und dann kommt er in Sura 65 und sagt ihr kleine Kinder, die ihre Menstruation noch nicht hatten, haben eine Wartezeit von drei Monate, wenn sie sich scheiden lassen. Und hier versteht man, okay, das sind kleine Kinder, die ihre Monatblutung gar nicht bekommen haben und die trotzdem angefasst wurden, geschieden wurden, müssen drei Monate warten, bevor sie wieder heiraten, obwohl sie immer noch nicht die Menstruation haben. Ja, die sagt, ich bin interessiert, kein Mensch trotzdem kommt hier und will mit mir reden. Wir sind immer Spaltung, ihr habt den Glauben zu Gott nicht verstanden, so traurig. Die Gläubige, ich glaube an gar keinen Gott, die meisten wissen, dass ich bin Agnostiker. Ich glaube nicht an irgendeine Religion. Sarkar, guten Morgen. Ja, aber ich finde einfach diesen ganzen Hass und so, nicht normal, Leute. Versucht einfach, aber das macht ja halt, das macht ja, ohne Islam hätte er ja nichts gegen mich. Ja, ich schätze gegen niemanden, ich erkläre, nur wir haben das vorhin, wir haben auch über andere Religionen geredet, wir haben andere Religionen kritisiert, wir haben auch der Schöpfe überhaupt kritisiert, keine Christi ist hochgekommen und er hat mich beleidigt oder er hat irgendwas gesagt, die haben zugehört. Und ich sehe ja immer, was passiert, außer Muslime. Die fühlen sich direkt angegriffen, die fühlen, aber sorry, wenn es dir nicht gefällt, dann macht das weg aus diesen Büchern, dann müssen wir es auch nicht mehr kritisieren, aber ihr wollt das nicht wegmachen, weil ihr das machen wollt. Und das ist das Problem. Auf Jesus. Ja, 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 genau, Abusheenbein, ja, ja, was haben Christen mit Jesus zu tun? Jesus hat kein Kind geheiratet, der hat auch nie ein Schwert in der Hand gehabt, der hat keine Kriege geführt, der hat Leute nicht gehetzt, um einen Krieg, der hat sich nicht Terrorist genannt, und ich meine, ich meine, das ist wirklich, ja, aber das ist ja diese Moral, gestörte Moral, der Islam tut das leider, du kannst nicht mehr klar denken, Saka hat was gesagt, seid ihr mit Christ, seid ihr mit Jesus Christus unterwegs? Schwester Saka, es gibt hier Christen, es gibt Ungläubige, es gibt Muslime, ich selbst bin Ex-Muslim, Agnostiker, ja, aber es sind oft bei mir auch Christen, wir unterhalten uns oft, wir machen, finde ich eigentlich angenehmer als mit Muslime, aber was bringt deine Kritik, was außer Spaltung, nein, der Gläubige, ich will nicht Spaltung, nein, guck mal, die Spaltung ist schon da, nein, das haben wir gesehen in den Demos, dass da eine Spaltung ist, als die dann eine Scharia-Stadt gerufen haben, und da haben wir die Spaltung gesehen, ich bin nicht Grund für die Spaltung, die Spaltung macht, die Religion sagt dir, du sollst die Menschen hassen, und da fängt die Spaltung, wenn ich sage, dir bekämpfe die Ungläubige, bis sie an Allah glauben, oder die Kopfsteuerzahlen erniedrigt, das ist eine Spaltung, ne, Zeilen rausziehen, Gläubige, es muss gar keinen Fehler geben, wenn du sagst, dass dieses Buch von einem Gott kommt, dann sollte er wissen, dass Kleinkinder nicht angefasst werden können, und dass die nicht schwanger werden können, damit er überhaupt eine Wartezeit gibt, der muss einfach wissen, der muss die Sklaverei nicht erlauben, ich meine, der hat Sklaverei erlaubt, ne, und legalisiert, der hat Kindesheirat legalisiert, der hat Krieg legalisiert, und hat dann aber Adoption verboten, hat Schweinfleisch verboten, was glaubst du, der Gläubige, deiner Meinung nach, wozu kam dann Mohammed, wenn er sowieso kam, und alles gelassen hat, was es damals gab, wozu kam er, was hat er dann diese Welt gegeben, oder zugefügt, was hat er uns gegeben, wenn er kommt und findet Sklaverei, der legalisiert Sklaverei, der kommt, findet Kindesheirat, der legalisiert es, wozu kommt er, und dann verbietet er Adoption, das ist doch nicht normal, Adoption ist eine der schönsten Sachen auf dieser Welt, weißt du, wie du das schönes Kind adoptierst, und ihm diese Liebe gibst, was er wahrscheinlich nie haben könnte, wir haben, deswegen haben wir in unserer arabischen, islamischen Länder viele Straßenkinder, weil die Adoption verboten ist, also was war denn wichtiger, wir haben Kindesheirat heute, und haben kein Adoptionsverbot, Schweinfleisch verboten, wenn schadet dann Schweinfleisch, also ich finde, ich finde der Schaden im Kinderheirat, tausendmal, also unvergleichbar mit Schweinfleisch, oder mit, und Adoption ist eine schöne Sache, und in Islam ist es unmoralisch, Kinderheirat ist eine schlechte Sache, aber in Islam ist es moralisch, und Mohammed hat das auch gemacht, oder Sklaverei, ich habe, bei uns zu Hause, wir hatten Sklaverei in Marokko, Sklaven in Marokko, wir hatten zwei Sklaven in Marokko, als ich geboren wurde, hatten wir immer noch zwei Sklaven zu Hause, ältere Sklaven, bis sie dann gestorben sind, bei uns, also guck mal, schreib auf YouTube, Sklavenmarkt Mekka, 1962, schreib Sklavenmarkt Arabia, da wirst du sehen, in Mekka wurden Frauen nackt verkauft, nackt stehen da Frauen, ich verstehe nicht, warum hat er das nicht verboten, wozu kam er, was hat er, wozu kommt ein Prophet, oder ein Gott, wenn er die Sachen, die schlechte Sachen nicht weg macht, sondern legalisiert, und macht einen Stempel, jetzt kannst du es unter die Religion machen, nein, war er nicht, wir haben keinen Beweis, dass er mit Allah gesprochen hat, oder mit Jibir, es gibt keinen Beweis, auch in islamischen Schriften, gibt es keinen Beweis, du kannst jeden Gelehrter fragen, was ist der Beweis, dass Mohammed, eine Gesandte, Allah, war der, wir dir sagen, es gibt keinen Beweis, du sollst einfach glauben, deswegen heißt es ja auch Glaube, weil es keinen Beweis gibt, gebe es Beweise, hieße es dann Wissen, und nicht Glaube, in den Schriften steht, du sollst dich keine Sekte widmen, ich bin keine Sekte, mich interessiert die ganze Geschichte, nicht mehr, ist mein Gott wichtig, ja, ich weiß, dass dich interessieren nicht die kleinen Kinder, die missbraucht werden, durch den Koran, durch den Islam, dich interessieren nicht die Menschen, die 1400 Jahre versklavt wurden, das interessiert dich alles natürlich nicht, warum soll dich das interessieren, das ist ja auch Halal, Allah sagt, das ist normal, für dich ist das moralisch, aber das ist nicht moralisch, das ist eine Doppelmoral, sogar eine gestörte Moral, diese Halal und Haram, das ist eine sehr gestörte Moral, das beweisen Sie jetzt von mir, und im Koran steht selber, dass Djinns immer alles eingegeben haben, ja, die ersten, die an Mohammed geglaubt haben, sind Djinns tatsächlich, jetzt nach islamischen Schriften, waren das die ersten, die haben ihm gehört, seinen Koran, und dann, ich finde es einfach traurig, ja, sechs, der hat sie mit sechs geheiratet, und mit neun, hat er, den, äh, den auch konsumiert, aber das ist hier, es gibt keine Voraussetzung, sechs oder sieben ist keine Voraussetzung, im Koran steht kein Alter, und den Islam gibt kein Alter zum Heirat, gerne der Gläubige, sehr gerne Gläubige, wie siehst du, lieber respektvoll, du kannst, wenn du Fragen hast, kannst du gerne fragen, ich gebe dir die Antworten, und du kannst dann, ja, selbst gucken, ob ich da Lüge oder die Wahrheit sage, und dich dann selbst entscheiden, danke, wünsche ich dir auch, freut mich, aber siehst du, ja, die Gläubige sind doch nicht alle böse, es gibt doch auch nette Menschen, das freut mich immer wieder, ja, der Herr der Tiere, danke, der Gläubige, freut mich, aber das Einzige, wo selbst extrem ist, es zu stoppen und zweifeln, ja, in was meinst du, Maiti, in was zweifeln dann die Extre, ich war selbst ein Salafist, ich war selbst ein Salaf Salih, also, ich habe da genau genug, wissen wir einen, sehr, sehr, gelehrt immer, mit den Kindern, also, muss Übergabe machen, bis bald, danke, Gläubige, bis bald, der Islam ist eine Katastrophe, wie verbreitet sich der immer noch, durch Geburtrate Challenge, also, in unseren arabischen Ländern verlassen die, die Menschen immer mehr den Islam, wir haben, wir machen jedes Jahr eine Zählung, am 22. Februar, es gibt eine Seite, die heißt 22.Feb, ich glaube, .com oder so, kann ich gerne dann nochmal, gucken, aber schreibt einfach, 22.Feb, Arab, also, das ist nur für arabischsprachige Leute, also, nur für Muslime, die in arabischen Ländern leben, und arabisch sprechen, und, wir haben in Marokko mittlerweile, letztes Jahr, 17.000 Leute, die den Islam verlassen haben, die zweiten sind, die, glaube ich, Saudi-Arabien, weil die die Sprache ja verstehen, das sage ich immer, die Sprachbarriere ist ein großes Problem, die Leute verstehen nicht, was da drin steht, ich wusste auch nicht, Leute, ich war auch gläubig, ich hatte Angst vor der Hölle, ich hatte Angst vor den Graben, von Nekir wa Munkar, die zwei Engel, die dann kommen, von der Schlange, die Schlange mit der Glatze, die dann kommt, und die spresst, bis die Milch, was du getrunken hast, von deiner Mutter rauskommt, aus deinen Zähnen, und diese ganzen Sachen habe ich geglaubt, aber als ich dann recherchiert habe, ein bisschen mit meinem Kopf gedacht habe, dachte ich mir, nee, also, das kann nicht wahr sein, man soll wirklich, also, bei mir, warum ich auch nicht für eine Religion entscheiden kann, oder, ich bin sowieso, wie gesagt, nicht leichtgläubig, bei mir ist es schwierig, man muss mich wirklich Beweisen geben, und es gibt keinen Beweis, weil gäbe es einen Beweis, hätten wir heute nur eine einzige Religion, wir hätten nicht 4600 Religionen, das ist auch eine Sache, ja, nee, nee, Bruder, Maiti, du meinst mit den Kindern, nein, die zweifeln nicht, ich habe Videos, wo die Muslime hier sagen, ja, ich würde es machen, wenn es okay, in dem Koran steht, ich kann leider nur die Videos nicht posten, weil ihr weißt, die werden direkt gelöscht, macht gar keinen Sinn, die sind hier zu streng, aber ich habe eine, eine, ein Freund hat für eine, ähm, Dings, Playlist auf, auf YouTube erstellt, wo ich, äh, auch da spreche in Videos und so, ja, da steht Babo Ex-Poslem, könnt vielleicht auf YouTube gucken, ich weiß nicht, ob ihr das einfach findet und da, ja, und da wisst ihr sehen, dass da die meisten sagen, okay, wenn Allah sagt, ist okay, ist okay, der politische Islam erobert, ja, die Leute werden hier, tatsächlich, Freddy, die Leute, und dann war es Ramadan, und ich habe gesagt, na, wie läuft der Ramadan, kannst du essen, weil der ist in Marokko, oder der kann nicht in Öffentlichkeit essen, das ist ja auch, das ist ja auch das, warum ich hier auch rede, weil manche Leute leiden unter dieser Ideologie, ne, und andere Leute unterstützen das, und die leben hier, die leben, die leben hier in Deutschland, denn Europa, die haben das Recht zu essen, im Ramadan auf der Straße, keiner kann ihm was sagen, der kann, so, beten oder nicht beten, der kann mit seiner Freundin, äh, äh, zum Hotel gehen, keiner sagt ihm was, und andere Leute leiden da, unter solche Gesetze in unserer Länder, und das finde ich nicht okay, ne, und dann habe ich ihn gefragt, wie fahrst du den Ramadan, er sagt, ich bin oben in der Terrasse, mit einem Freund essen, ich habe gesagt, wer ist denn ein Freund, wie geht das denn, er sagte, ja, als ich mit ihm gesprochen habe, äh, fand ich heraus, dass er schon seit sechs Jahren, kein Moslem mehr ist, ja, die wussten voneinander nicht, und das ist, viele, die Leute wissen es nicht, und wo ist der Islam, äh, wo ist sich vermehrt, ist ja in halt Ländern, wo die Geburtsrate, halt, äh, höher ist, äh, ne, und die sind meistens nicht arabischsprachige Länder, zum Beispiel, Malaysia, Indonesien, äh, Indien, äh, Pakistan, Afghanistan, Bangladesch, ne, also Araber, die Leute, die arabisch verstehen, sind ja ganz wenig, ne, da habe ich da jetzt, na klar kann man gucken, die alten Kemalisten, ne, Mensch ist einfach, progmohar, wie war, der politische Islam, erobertran, es gibt keine, hier auf dem Kanal von Exmuslime, und hier der Bruder, hat das gepostet, Exmuslime und Christen, best of, klickt auf seinen, äh, Account, folgt ihm, ich glaube ihr findet das dabei, oder ihr könnt ihn schreiben, ich gehe davon aus, dass er das gerne, mitteilt, ich danke dir, Exmuslime und Christen, für deine Arbeit, wirklich, das hätte ich nicht erwartet, ich bin wirklich positiv überrascht, und danke dir wirklich, dass du auch alles, allein machst, vom Herzen, freiwillig auch, ähm, politischer, achso, Freddy, es gibt keinen politischen Islam, es gibt nur einen Islam, der Islam an sich ist politisch und faschistisch, also die Schriften an sich sind, der mischt sich überall ein, ne, der sagt dir, ja, du musst fasten, du musst fünfmal am Tag beten, wenn du nicht betest, musst du, äh, Dings, Essen geben, oder, ähm, oder eine Sklave, ein Muslimes Sklave befreien, ne, der Sklave muss unbedingt Muslim sein, wenn du ihn befreiten willst, weil viele sagen, ja, aber der Islam sagt doch, wir sollen die Menschen befreiten, das sagt er nicht, das gibt nur als Strafe, ne, damit du es nicht mehr machst und daher auch nicht mehr einen Sklaven befreien musst und auch die, 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 die Straftaten, die, äh, äh, zum Beispiel die Straftaten, wo es kommt, dass du einen Sklaven befreien willst, Entschuldigung, gibt es heute gar nicht mehr. Zum Beispiel, damals haben die, wenn sie sich scheiden wollten, die Männer, haben sie dann deren Frauen gesagt, du bist für mich wieder, der Rücken meiner Mutter, das hieß, das hieß, das sagt man heute gar nicht mehr, ne, deswegen wäre er auch nicht, musste man auch keinen befreien, und daher, die sagen immer, und außerdem, du darfst nur muslime Sklaven befreien, ne, und nicht ungläubige Sklaven, und das ist als Strafe für dich, ne, damit du dann, du hast zum Beispiel, äh, ne, wie heißt das, ne, Zuchtfahnen, man hatte ja Zuchtfahnen, äh, äh, du hast mehrere Sklaven, mehrere Sklaven, die haben Kinder geboren, die Kinder gehören dir auch, und dann müsstest du eine befreien, wenn du eine Straftat gemacht hast, und nicht viele, nur ein paar Sachen, und wenn du ein guter Muslim warst, und keine Strafe gemacht hast, oder keine Sünde gemacht hast, dann müsstest du auch keine befreien, und außerdem könnte man auch sagen, um Sklaven zu befreien, brauchen wir Sklavenmärkte, damit ich einen Sklaven kaufe und verkaufe, und ich könnte einfach gucken, einen Sklaven, der behindert ist, oder der keine Hand hat, und der ganz billig ist, kaufen und dann befreien, das ist keine, keine Ausrede, ich habe den Koran gelesen, ich war geschockt, dass das Wort Gottes sein soll, ja, vor allem vulgär, ist das sehr vulgär, also ich habe einmal gedacht, wäre der Koran auf dem arokanischen Dialekt, würde ich es vor meinen Eltern nicht lesen können, wirklich nicht, das sind Wörter, die man unmöglich vor seinen Eltern, oder Geschwister, oder was auch immer sagen könnte, ne, Pakistan, ja, Pakistan, ja, 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 habe ich gesehen, ja, aber die verweist sie nur, weil sie Afghanen waren, und Zuflucht, gesucht haben, Maiti, Maiti und Fredi, aber ihr seid ein bisschen apokalyptisch, ne, so schlimm ist es noch nicht, ich meine, wir haben immer noch die Arme in Deutschland, ja, Ja, Freunde, deswegen denke ich immer, es wäre schön, wenn Menschen mit deren Kopf einfach denken können, mit Gefühl und sich nicht erhoben fühlen, nicht andere Menschen auf eine verachtende Weise sehen oder die Menschen verachten und denken, dass man was Besseres ist, nur weil man an irgendwas glaubt. Da fängt schon Faschismus, Leute, man muss wirklich vorsichtig sein, wir sollten nicht denken, dass wir besser als irgendwas hier auf dieser Erde sind, auf irgendeine Lebewesen, du bist nicht besser als eine Ameise, du bist nicht besser als eine Biene. Im Gegenteil, manche Bienen tun viel mehr Arbeit als Muslime, ohne sie würden wir nicht essen, also auf Religion könnte man verzichten. Wie gesagt, ich respektiere alle Lebewesen, die auf dieser Erde mit uns zusammen leben und ich fühle mich auch nicht besser als irgendjemand. Ich glaube, ja, aber man kann ja nicht sagen, ich will eine besondere Rechte haben, ich will, dass man sich mit mir anders verhält als mit anderen und ich bin was Besseres oder Gott hat mich gewählt und vor euch gestellt. Nein, Leute, nein, 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 da fangen schon die Probleme und da fangen schon die Gründe für Kriege und ich glaube, dass die Menschheit langsam auch aufwachen sollte. Wir haben, wir sind weit, 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 wir haben uns weiter, ja, laut Bibel Bienen haben vier Beine, aber wir wissen, dass sie, ja, und er sagt außerdem, der Koran sagt, der Koran sagt, äh, Bibel weiß ich nicht, äh, Tiger, ich, äh, wie gesagt, ich bin nicht Christ, ich habe wirklich keine Ahnung über Bibel, kann ich da auch nicht. Ich bin nicht jemand, der aus Ignoranz, äh, aus Ignoranz spricht, sondern nur, wenn ich in was weiß, sage ich, ja, weiß ich, sonst sage ich, werde ich gucken oder so. Über Bibel habe ich wirklich null Ahnung, ich kann dir sagen, über den Koran, der sagt, dass der Honig aus deren Bauch kommt, ne, Botanium, und das stimmt nicht, ne, der Honig kommt aus deren Mund. Ja, gut, so, von barbaren Verantworten, griechische Philosophen waren den Sklaven, ja, 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 ja. Ja, ja, Maiti, ja, siehst du, was für Katastrophe, ja. Ja, man sollte wirklich auch ein bisschen philosophisch denken, und auch Philosophen lesen, nicht alle, manchen waren ja auch schlimm, ne. Aber man konnte schon auch, äh, Philosophie ist auch wichtig, und Geschichte. Geschichte ist auch sehr wichtig, man sollte auch Geschichte lernen, wissen, was passiert ist, wann ist das passiert, wieso ist das passiert, und zu gucken und auch zu verstehen, ne. czu? Na ja, 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 ich war doch, ich, äh, es gibt doch Videos von mir mit Amir, das hat doch, äh, das hat gerade Ex-Muslim gesagt, der hat mich, der hat auch viel. Bro, geh doch schlafen. nein nein bin ich ich bin gerade seit zwei stunden live was ich habe mit elf oder so schluss gemacht und dann habe ich mich ein bisschen hingelegt wollte ich schlafen aber dann doch nicht dann habe ich dachte ich gehe dann wieder reichen ja ich bin bei mit amir auf keine folgt hier ex muslims mit uns folgt ihn ich glaube dass der kanal auf seinem account ist oder schreibt babu ex muslim auf youtube ich gehe davon heraus dass ihr mich findet und falls ihr arabische seite findet das ist eine andere app das ist auf clubhouse da haben auch leute von mir videos ich habe noch nie videos von mir selbst auf youtube geteilt noch nie das war immer andere freunde oder leute die zugehört haben und auf arabisch gibt auch viele videos von mir auf youtube ja gibt es clubhouse noch wir sind da sie 24 stunden sieben tage die woche live also da geht nie aus da war ich noch nie mein leben die gruppe wo ich da war also ich bin immer noch der administrator aber ich bin nicht mehr reingegangen weil ich glaube ich habe das was ich geben wollte gegeben die videos gibt und wir haben da viele freunde die das auch ganz gut machen auf ganze welt wenn eine schlafen geht sind drei andere admins da also wie gesagt 24 stunden sieben tage die woche sind vielleicht voll-time job bro verratest du wie alt du bist okay 35 wie ist so wie ich ich bin 34 ich habe etwas meine religion gehören jetzt bebe albania ich bin agnostiker ich habe keine religion die liebe ja genau meine liebe und frieden hallo putin was sagen wo war unsere kgb agent was ist das für eine arbeit putin wo ist jetzt raus wieder ja putin du bist du bekommst erkundigung du hast deine arbeit nicht gemacht hast du irgendwelche verrückten reingelassen wahnsinn na gut braun ich wollte nur kurz hallo sagen ich geh pennen er hat mich gefreut wo die berlin pass auf dich auf ich lache dann später gut ich verstehe schön und danke dir auch tschau tschau ja freundlich lesen wir noch mal den chat wie gesagt habe keine religion kartosch du kannst auf youtube finden ich bin damit amir schreib amir und ex muslim und babu ex muslim ich glaube es reicht wenn du babu ex muslim schreibst dann wirst du die videos finden ich glaube nicht nur mit ami auch andere videos mit mir und ich weiß nicht noch mehr wieder locker ich glaube andere videos von wo ist der ex muslim ist ja noch hier vielleicht kann er euch ja ex muslim ex muslim und christen bist oft kannst du vielleicht dein namen von deinen kanal in der so war ich jetzt so weiß ich bin wieder habe wieder weiter philosophiert islam aufklärung wallah geil heißt der kanal ok leute islam aufklärung wallah geil heißt der kanal ok und wo war ich leute noch mal mit den muslimen und so ja ja aber die haben sich jetzt auch verrechnet die haben zu früh ihre wahre gesicht gezeigt in den demos und dass die die scharia wollen und jetzt hat die haben nur die verfassungsschutz geweckt wie sagt man die haben eine wie nennt man da wo die bienen leben was hättest du ja bienen geweckt mit dem stock oder so ich habe noch gar keine bibel gelesen ich habe noch gar keine bibel gelesen kenne mich mit christentum kaum also 0 ja ich kenne mich nur mit der islam gut mit der sunnitische islam ganz spezifisch ja freunde ich mache mir einen kaffee ich hoffe ich wecke euch nicht ihr schläft nicht werde euch jetzt eine geschichte erzählen letzten sind mehrere eingeschlafen am nächsten tag schreiben sie ja ich bin auch eingeschlafen die mögen so wie geschichten erzählen obwohl es manchmal oft traurige geschichten sind aber ok leute ich mache kurz stumme mich kurz ne macht es so missfallen das vatikan wurde nun eine weitere wo wurde eine bibel wo wurde sie gefunden in der vatikan ca 1000 1500 2000 jahre alt ist ja nicht so alt es kommt hier quasi auf der ach ja ich habe da was gelesen ja ich habe auch schon etwas gelesen die was in der türkei haben die gefunden ja ja wann war das ich mache mir einen kaffee freunde hey hallo doktor schick also so bin ich mir nicht sicher ok ok nein das habe ich nicht gelesen ist die gleich wie die anderen bibel donnerstag oder ist das eine andere elisa elie wer ist das nein ich werde da kein ding und kein live annehmen ich unterhalte mich lieber mit euch ich mag diesen ganzen match und so sachen ich will nicht für ich mag so ruhig und vorne vorhin war es auch sehr angenehm mit den anderen freunden guten morgen doktor schick guten morgen oder musst du zur arbeit ich mache mir einen kaffee freunde ich stumme mich ganz kurz damit es nicht laut bei euch spät ja kurz kurz 2 2 2 sekunden ja freunde musst du zur arbeit doch der schick ja wo ist der ding der arme jedi die haben ihn gesperrt der hat ihnen was gesagt vorhin die haben ihn gesperrt und er hat mich auch dann raus geschickt und zehn minuten gesperrt ich hatte gar nicht gesagt verrückt ey heute frei und trotzdem so früh wach und du bist einfach aufgewacht genug geschlafen ich habe dich ja nachts nicht gesehen ich war auch nicht da ich bin erst wieder um wann bin ich war vor zwei stunden bin ich erst wieder nein was ich war doch ich bin um zwei oder so dann live gegangen aber da waren die meisten weg weil normalerweise dann bleiben sie mit mir und ja manche schlafen hier aber da ich hier nicht habe wahrscheinlich sind sie schlafen gegangen die meisten kannst du chillen heute früh aufstehen ja ich bin früh aufstehen gut sehr gut das ist gut ja ich hasse auch tagsüber schlafen ich stehe dann auch bin ganz müde habe dann keine lust auf nichts ne für auf irgendwelche substanzen obwohl ich nichts nehme ne ja du darfst gerne ich lese wir sind ja nicht so viel ne ich bin ohne glaube rudolf ich bin ohne glaube ich bin agnostiker ich glaube nicht ich habe auch mittlerweile diese spirituelle seite quasi verloren ich fühle auch nicht dass ich ich glaube ich brauche auch keine glaube jeden tag in mein leben oder so nicht diese bedürfnisse zu glauben kein euro durch guten morgen hallöchen ein sekund doch richtig ja jetzt geht's ja mit samsung handy online gehen ist immer ein bisschen doof ne wenn du ex muslim warst oder bist ja ich kann mir das ganz schwer vorstellen wenn man mal an gott geglaubt hat egal ob jetzt moslem oder christ oder jude oder wie man da dann in die situation kommt und das komplett ablegt ja und an gar keinen gott mehr glaubt Das ist irgendwie, ja, das geht mir nicht so ganz rein in den Kopf. Ja, das ist ja das, ja, ja, weil natürlich, wenn man die ganzen Informationen von den Eltern bekommt und so, ist man dann auch gläubig. Ich war ja auch sehr gläubig, sehr, sehr gläubig. Aber ich hatte ja auch keine andere Religion zum Vergleichen, das muss man ja auch verstehen. Ich war ja in Marokko. Ich bin dort geboren, auch gewachsen, dort studiert und meine Ausbildung danach gemacht. Und ich hatte keine andere Religion oder kein anderer Glaube zum Vergleichen. Wir haben keine Christen, wir haben da nicht. Wir kennen nur den Islam, auch Fernseher. Du siehst ja auch keine andere Religion in dem Fernseher. Wir haben nur Islam, Islam, Islam im Fernseher, 24 Stunden, egal welche Kanada, so irgendwelche Imame, die irgendwas erzählen. Und so. Und daher habe ich ja quasi den Islam verlassen durch den Islam und nicht durch eine andere Glaube. Und in dem Moment gab es für mich keinen Gott mehr. Verstehst du so? Ach so, ja, jetzt verstehe ich's. Also du hast quasi nicht einen anderen Glauben im Islam verglichen, sondern hast einfach dann den Islam an für sich für dich als Quelle genommen, ihn zu verlassen. Ja, also die ganzen Sachen, die ich dann da gelehrt habe, studiert habe, haben für mich keinen Sinn mehr gemacht. Vor allem, wenn ich so viele Fehler gefunden habe. Und diesen Fehler habe ich auch mit der Wissenschaft vergleicht. Und das war ja auch für mich der, wo ich dann angefangen habe zu zweifeln, ob es überhaupt einen Gott gibt. Ich sage nicht, dass es keinen Gott gibt. Ich sage nur, ich weiß es nicht. Kann sein, kann auch sein, dass es nicht gibt. Ich habe keinen Beweis, dass es gibt. Und es gibt keinen Beweis, dass es ihn nicht gibt. Oder es gibt, gibt. Das wissen wir ja nicht. Keine Religion hat die Sicherheit oder die Beweise, dass es einen Gott gibt. Weil sonst hätten wir heute nicht mehr 1600 Religionen. Wir hätten dann nur eine Religion. Und jeder würde diese Religion folgen, oder? Das heißt ja auch Glaube und nicht Wissen. Ja, nee. Deswegen heißt Glaube auch Glaube und nicht Wissen, sage ich immer. Ja. Ja, tatsächlich so. Buddha, ich weiß nicht was, Buddhismus weiß ich auch nicht. Viel darüber. Ich weiß nicht, ob sie da schlechte Sachen haben. Ich glaube nicht. Der Buddhismus ist ja eben der Mensch. Ja, das stimmt. Das ist auch irgendwie kritisch. Aber du, ich hätte wirklich bloß schon diese eine Frage, die mich irgendwie echt brennend interessiert hat. Ja, gerne. Und ich würde gerne mal wieder bei dir vorbeigucken. Sehr gerne, ja Bruder. Und ja, auf jeden Fall sei gesegnet, kann man dir ja nicht sagen, aber mach's besser aus deinem Leben. Doch sei gesegnet. Ich sage auch Gottes Segen. Wer sagt Gottes Segen, sage ich im Gottes Segen. Wer sagt Salaamu Alaikum, sage ich auch Alaikum Salaam. Also ich habe da kein... Nee. Ich meine, jeder soll glauben, was er will. Ich attackiere, ich greife auch keine Religionen an. Außer Religionen halt, die gefährlich sind. Und wo man... Zum Beispiel Islam sehe ich als Pflicht, dass ich das zumindest aufklären soll. Wenn man sagt, dann antworte ich. Aber ich greife nicht die Menschen an deren Glauben. Jeder soll glauben, was er will. Und wenn ich über was anderes rede, zum Beispiel vorhin waren auch, waren wir auch zu viert oder so. Hier. Und die waren alle Agnostiker oder Atheisten. Wir haben ja auch dann diese Thematik besprochen, die Wahrscheinlichkeit, dass es Gott gibt oder nicht. Und da habe ich auch geredet. Manche haben zugehört. Und wer das nicht hören will oder so. Wer das nicht hören will oder so. Aber ich... Zum Beispiel, ich lasse mir so. Ich rede über alles. Ich rede über alles. Ich sage meine Meinung. Ich will nicht, dass die Leute mich mögen für irgendwas. Nein. Ich war ehrlich zu mir selbst. Und deswegen habe ich auch den Islam verlassen. Und ich bin ein Mensch. Ich würde für nichts lügen oder für nichts. Ja, akzeptieren, was ich... Wenn ich nicht wirklich dafür bin und wenn ich nicht überzeugt bin. Und deswegen, ich finde, Ehrlichkeit sollte das Erste sein. Und so weiter. Herrlich. Das ist wichtig. Danke. Hat mich auch gefreut. Sollte ich dich runter schikaniert? Ich komme runter. Kein Thema. Bis dann. Danke dir. Einen schönen Tag noch. Danke. Sie auch. Für Kaffee. Ex-Muslim. Sehr nett von dir. Ja, also wir hatten heute eine angenehme Nacht, ne? Ich bin ruhig geblieben. Ich habe die Fassung nicht verloren. Heute gab kein Benzin, kein Feuer. Obwohl ich vorhin provoziert wurde, aber wie gesagt, ich lasse mich nicht mehr... da irgendwie provozieren, dass ich da streite, dass ich das, was die wollen. Ich behalte meine Nerven. Buddha. Behaupte, dass nur Jesus Gott ist. Dabei gab es Buddha längst. Aber Buddha ist kein Gott. Buddhismus ist doch keine Religion, oder? Oder Dona Seka? Ich gehe davon aus, dass du das King of Kings. Kopierst du Amir hier? Nein, ich kopiere ihn nicht. Amir ist ein Freund. Ich mag ihn sehr. Ich unterstütze ihn auch in seiner Arbeit. Ich finde seine Arbeit sehr wichtig. Der ist aber Christ und ich bin Agnostiker. Ich weiß nicht, was wir gemeinsam haben. Dass wir beide den Islam verlassen haben. Sonst nichts. Und dass wir wahrscheinlich den gleichen... Ich würde nicht sagen, dass wir den gleichen Ziel haben. Weil ich weiß nicht, was sein Ziel ist. Ob er auch predigt für den Christentum. Ob er auch... Wie nennt man das? Ähm... Wie nennt man das? Wenn man Leute zum Christentum bringt. Aber ich... Ich... Ich werbe für keine Religion. Wie gesagt. Ich will nicht, dass die Leute... Danke, Harlow. Sorry, ich habe gerade nicht... Ja, Dona Seka. Du hast gesagt, dass Buddha gab es 500 Jahre vor Jesus. Ja, evangelisieren. Ja. Oder nein? Nein, es gibt ein anderes Wort. Mission... Äh... Missionieren oder Mission... Wie nennen sie das? Ja? Ich glaube Missionieren, oder? Wie heißen die? Es gibt doch so ein Wort. Die Botschaft so zu erkunden. Oder wie... Wie nennt man das? Ich kenne wieder mit den Wörtern von... Christlichen... Lexikum ist bei mir nicht. Also gut. Ihr wisst, ich lerne immer noch Deutsch, ne? Ich, wie gesagt, sage ich immer, ich bin hier gekommen und habe ja auch keine Schule besucht oder keinen deutschen Kurs. Deswegen ist es für mich manchmal schwierig, die richtigen Wörter zu finden. Und ich danke euch, wenn ihr mich korrigiert, wenn ich einen Fehler mache oder so. Äh... Denke ich euch auch, dann lerne ich auch... Auch was von euch. Äh... 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 Was meinst du, Donasecker? Falls du Ahnung hast, kannst du sagen. Ja, Missionar. Ja, nee, richtig. Ist der ja genau eine Lebenseinstellung. Genau. Ja, und deine Philosophie. Wie Konfusiusmus, ne? Wie heißt der Konfusius? So, dieses muss ich eine Klaube antreten. Achso, okay. Ja, 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 du hast ja recht. Die haben ja auch... In manchen Ländern ist es heilig. Darfst du keine Buddha, äh... Äh... Statue oder keine Buddha, äh... 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 Ich glaube auch Thailand oder so kann man keine Buddha mitnehmen. Und sie gehen damit... Ja, die... Sie gehen damit sehr respektvoll um. Jetzt, wie du es gerade sagst. Ja, dann fehlt mir wieder. Tauhid, nein, du wirst mich jetzt... Tauhid, du wirst mich aufregen. Bitte, ich habe keine Kraft zu schreien. Wenn du freundlich und nett reden willst, gerne. Aber nur keine Schreie und keine Debatten. Das ist schon zu... Gut morgen. Guten Morgen. Tauhid, nein. Und wie geht's dir? Gut, gut, sehr gut und dir. Auch gut. Einhamdulillah. Ja, Buddhismus ist mehr so eine Philosophie, weißt du, das ist eine Lebenseinstellung, aber keine Religion. und das sagen auch die protesten auch selber das wollen ja das was ich gesagt habe hast du eine ahnung dafür weil ich weiß dass ich weiß nicht mehr welcher land aber ich glaube schon thailand dass man darf keine bruder zum beispiel kaufen und rausnehmen mit zum beispiel als tourist oder so dass es nicht möglich das weiß ich nicht leben ihn ja auch mit gold geht damit respektvoll die haben auch paradikale sind nicht alle so so kann ich dir nicht sagen also aber soweit ich das weiß es ist ja bei dem sowas ist ein lebensphilosophie ist wo das bei dem ja nicht gott oder irgendwie war so was du das kennen sie alles auch gar nicht und dann hast du gesehen dass es strafbar ist wenn du eine kleine statu oder so von von buddha kauf und mitnehmen wissen auch verkauft das wird an den touristen noch verkauft und sowas so das konnte aber ich glaube jeder kauft sein da irgendwas da ist ihnen ein komisches gesetz irgendwas ich weiß nicht mehr ganz aber möglich ist das aber wahrscheinlich wahrscheinlich bestimmte statuen wahrscheinlich so was wenn du ich sag mal so antike dinge aus dem tempel oder sowas was du es ja aber so was du die verkaufen sie ja selber ich sag mal was du dann die touristen auf drösen leben da und ich weiß nicht auch in andere länder wo da verkauft wird aber ich weiß nicht ja wie sondern die buddhisten beten denn wenn die in andere länder sind macht auch kein sinn der buddhismus gibt es auch in deutschland da gibt es auch tempel in deutschland also da gibt es ja auch ein ich weiß sie sind voll da glaube ich ich bin der meinung sind voll das auch so ein riesen klopper aber sind ja auch solche leute so das sind ja selber jahren die nicht aus asien kommen das sind ja deutsche mehr also deutsche stimmige menschen und ja aber die sind ja auch das ist ja ihr ding sowas da machen sowas zu aber abschüsse und aber hinduismus das ist ja wieder was anderes sie haben ja 33 hauptgötter und dann haben sie über millionen und dann könnt also das ist ein bisschen komplizierter um diese religion dazu verstehen dass seine religion ist sowas so und diese sind als buddha ja da hast du nicht deren buch glaube ich ist 6000 jahre alt die vigas ja 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 die sind ja was du die sind ja schon ein bisschen unterwegs aber so nämlich sowas so ja aber ich habe auch keine zeit und hier auch wieder runter weil bei mir ist ja auch jetzt gebet sowas so dass ich eben wegen buddhismus das ist eine lebensphilosophie beziehungsweise eine lebenseinstellung und mehr ist das ja eigentlich auch gar nicht so was die selber sagen ja auch dass es ja keine religion ist wie bitte bist du moschee gerade nein ich bin zu hause aber ich muss noch gebets waschung machen aber auch ein schöner tag dir ja aber warte mal warum nennst du dich ex muslim eigentlich sowas so ich meine wenn du sie doch die religion gewechselt hast dann ist gut musst du sie ja selber wissen was so macht man nicht die leute fragen haben und so antwort ist die leute die hilfe brauchen vielleicht die religion verlassen wollen oder so da helfe ich halt mit quellen und mit informationen ja aber es ist ja irgendwie nicht ich sag mal sie das jetzt sagen korrekt ist es ja so nicht so was du bist ja wenn du christ bist an was du nimmst dir einen klassischen namen der dir doch gefällt und fertig was du das ist aber eine perspektive deine perspektive und ich sehe es von ein anderer das geht hier gerade nicht um den islam es ging ja gerade um den buddhismus ja alles gleich wünsche noch einen schönen tag ja so freunde eine sekte ist eine einstellung wie islam ist eine religion ja ist eine religion ideologie ja natürlich ist das eine religion hallo der islam mischt sich überall in im leben überall in alle gesetze in heirat scheidung erbe wann du essen solltest wenn du beten solltest da da das ist schon politisch sogar wenn man da denkt wie die gesellschaft zu leben hat wie die frauen sich anziehen zu haben wie die männer sich anziehen müssen und so weiter ja wenn wenig weil wenn ich nicht habe ex muslim dann kommen ja auch keine muslime und fragen nicht die denken ich für unsichere die muslime aber manche muslime kommen und haben schon zweifel und brauchen nur keine hilfe warum soll ich denn ich habe sogar verheiratete frauen mit sechs kinder aus der islam rausgeholt in unsere arabischen länder und sie sind mir heute dankbar ja und sie sagen ohne die schematten wie es nicht macht oder nicht geschafft denn eine nicht ihr macht den mensch dochert denn eine nicht die hailige babo denn eine nicht der heutige babo sie haben die heilige babo influencing scheiych abo kuleiba hier 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 ich glaube ich das nicht ich glaube ich das nicht ich glaube ich das nicht es ich glaube ich Was ist das? Ein Kaffer Also wenn jemand nicht ein Kaffer ist, dann ist er ein Kaffer? Wenn man mit dem Islam ist, dann ist er ein Kaffer Was ist der Islam? Ich habe den Islam gelegt Du, warum hast du den Islam gelegt? Und du, wie ist der Shaykh des Muslimen? Das ist der Shaykh des Muslimen. Das ist der Shaykh des Muslimen. Das ist das, das ist das. Das ist das. Das ist das, das ist das, das ist das. Da ist das, das ist das, das ist das, das ist das, das ist das. Das ist von woher? Ich bin aus Europa. Ja, ich bin von Almanya. Du bist von woher? Er ist Arab? Ja, Arab. Du bist nicht ein Muslim? Nein, ich weiß nicht. Ich habe die Islam in der Zeit. Warum? Du bist du? Du bist du oder bist du? Ich bin nicht Muslim. Und ich auch. Du bist du? Du bist du? Ich bin auch nicht. Ich bin auch nicht. Das ist alles, das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. den ich. Ich wollte das. Ich habe das Wort. Aber das ist alles, was ich? Was ist alles? Alles, was ich? Was ist alles? Nein, ich bin nicht. Farisien? Farisien? Farisien oder Kurden? Ich bin in Farsch. Ich habe einen schönen Tag. Aber ich habe einen schönen Tag im Alemany nicht mehr. Ich bin in Farsch. Ich bin in Farsch. Ich hoffe, dass die Mitglied nicht mehr überrascht. Natürlich. Ich bin in Farsch. Freunde, ich entschuldige mich. Der kannte nur Arabisch. Auch ein Ex-Muslim. Perse. Der spricht aber gut Arabisch. Sie haben ein Problem mit dem Namen Ex-Muslim. Am besten sollte ich mich verstecken. Aber nein. Die sagen auch, was hast du da für Ausdauer? Du machst Live 10-14 Stunden. Warum machst du das? Ich verstehe nicht, dass man einfach freiwillig so was macht. Für die Gesellschaft. Damit wir überhaupt miteinander leben können. Weil sonst wird es nicht möglich, wenn sich der Islam weiter verbreitet. Und dass sich so weiter entwickelt wird. Keine von uns mehr gefallen. Das muss man wirklich stoppen. Okay. Das fiel im Christentum und Islam übernommen ist. Was wird das übernommen? Warum geht es dann beten? Buddhismus auch. Ich habe immer gedacht, dass mit den Dua, dass du Allah betest, damit er irgendwas macht für dich. Und wir wissen ja alle, dass der Islam sagt dir, Allah, ich habe alles geschrieben 50.000 Jahre vor deiner Geburt. Was passieren wird, wie viel Geld du haben wirst, wann du sterben wirst, ob du glücklich bist oder traurig und alles. Und dann habe ich mich gefragt, okay und jetzt wenn ich ein Dua mache und Allah zum Beispiel bete, dass er mir Geld gibt. Und wenn er das nicht geschrieben hat, was passiert dann? Wird er das dann löschen und neu schreiben? Wird er die Geschichte ändern mit meinem Gebet? Das hat mir auch ein Problem gemacht. Das ist ja paradox. Weil Allah sagt dir, ich habe alles für dich schon gemacht und geschrieben. Da kannst du nichts ändern. Als wären wir einfach nur Schauspieler. Allah hat das Szenario geschrieben und wir müssen nur Schauspieler. Er hat schon alles geschrieben, was passieren wird, wann das passiert wird und alles. Und warum soll ich denn beten, dass er irgendwas ändert? Der wird es bestimmt nicht machen, wenn er es schon vorher entschieden hat und weiß besser wie ich. Dann bringt diese Gebete auch nicht. Ja, Junior Alpha, sehr schlimme Ideologie. Sorry, dass ich ein bisschen langsam mit den Nachrichten bin. Und ja, ich gehe langsam, ich will jedem antworten. Überflüssige Entkopf. Jerry, Jerry, das ist der Wahnsinn. Also wurde ich auch wegen dir gesperrt, oder? Weißt du warum? Ich weiß warum. Weil du hast erzählt über, du weißt schon. Du weißt schon. Du weißt schon. Du weißt schon. Und du hast da viel darüber gesprochen. Und zwar deutlich. Eba, sehr gut. Ich folge Scheichel-Muslimin auch zurück. Ganz nett. Ganz nett. Das ist Scheichel-Muslimin. Ein Hund. Aber ich habe gesagt, das ist Scheich Abu Hundin. Nicht Abu Huraira. Weil Huraira ist Kätzchen. Abu Huraira bedeutet... Abu Huraira, der mit der kleinen Katze oder Vater von kleinen Kätzchen. Und der ist Abu Huraira. Oder Abu Kelb. Nein. Also der kennt sich mit dem Islam. Der hat nur seine Stimme wahrscheinlich verstellt, damit die Leute ihn nicht erkennen. Der ist nicht aus Deutschland. Der meinte nur Europa. Da merkt man schon, dass er sich Sorgen macht und Angst hat zu sagen woher und so weiter. Guten Morgen, J.J. Was für News gibt es denn? Bukhari 520. Okay. Okay, Jerry. Wie lange bist du gespät, Jerry? Wie lange musst du warten? Wie lange musst du warten? Wie lange musst du warten, Bruder? Bukhari 520. Ja, die melden jeden. Du weißt doch. Scheiße, Alter. Guck ich später, Bruder. Kann ich jetzt nicht. Du weißt, mein anderes Handy ist kaputt. Ich muss es schicken zur Reparatur. Eigentlich. Und der andere Handy habe ich kein Internet. Muss ich jetzt WLAN anmachen und so. Ich sitze gerade gemütlich. Bitte, Jerry. Sag mir, worum es geht in den Hadith, den kenne ich bestimmt. Sag mir einfach worum es geht, mehr oder weniger. Jesus lebt in alle Ewigkeiten. Evelyn, Barbara. Dona Seca. Dona Seca ist skeptisch. Das gefällt mir. Leute mit kritischer Denkweise gefallen mir sehr. Es ist gut, dass man denkt immer, damit wir auch unsere Gehirne und unsere Denkweise sich weiterentwickelt und verbessert. Wir können nicht nur an eine Sache denken und weiter an diese, nur so denken und gar nicht, ja, halt keine, gar keine Möglichkeit, äh, äh, gar keine Möglichkeit, äh, äh, äh. Wie viel kriegst du? Von Illuminati meinst du oder von Moss halt? Also von Illuminati bekomme ich monatlich 5.000 Euro. Der Moss halt ist ein bisschen geizig. Die geben mir nur zwei. Ich werde versuchen, ne, ein bisschen zu erhöhen. Sonst mache ich nicht mehr weiter. Ich mache Druck. Ich meine von Sanskrit. Und die sagen auch, dass Mohammed in Indien war und Jesus auch von dort aus. Ach so, Nilde, keine Ahnung. Da habe ich wirklich keine Ahnung, Schwester. Ja, Jerry. Okay. Okay. Warum hast du den Islam verlassen, Mary? Bei der Mary, es gibt viele Gründe, die ich ja immer wieder, ne, ich rede immer über irgendeinen davon, ne. Aber, äh, wenn du, wenn du folgst und uns oft zuhörst, wirst du auch jeden Grund dann kennen und auch jeden Problem dann auch, den ich in den Islam sehe. Wo Kinder heiraten, Sklaverei, Menschenrechte, Frauenrechte, Kinderrechte, äh, ja, äh, Dings, äh, Krieg, äh, viele Sachen, ne. Diese Dschihad, diese ganze Mentalität, hm, wie man mit den Unglaubigen umgehen muss, ne. Hinrichtung von, ne, Leute, die den Islam verlassen, diese ganze barbarische Gesetze. Äh, ach, der Kerl wird doch bezahlt, Abu Panza. Ja, ja, habe ich dir auch gerade gesagt, ja, ich werde bezahlt von Mossad, von Illuminati. Die würde jetzt aufnehmen und posten, sagen, hier, hört ihr, der sagt das doch selbst. Die warten auf solche, äh, äh, der politische Islam, er obert gerade, äh, wer waffnet euch? Fredy, du, was? Wo sollen wir uns bitte schon bewaffnen? Wir sind nicht in Amerika. Ja, machen wir uns Dings, hör auf. Die Muslime werden dich hören und sich selbst bewaffnen. Hör auf, Freddy. Ja, Gregorius. Bis 8. Dezember, Mann. Jerry, ey, mach ein anderer Profil, Mann. Hast du keine Backup? Ich muss auch einen machen langsam. Es wird hier immer heikel. Berlin, Köln und Rammstein sind noch gefallen. Freddy, ich weiß nicht, wo ich... Freddy, ich glaube, du zockst viel, ne? Du spielst irgendeinen... Korrläufe, Dirty, oder wie die heißen, oder irgendein Kriegsspiel. Juden haben alles erfunden, Jesus, Jesus. Man muss sich nur fragen, wie kann alles sein, wenn Buddhismus in Buddhismus... Ich finde es schön, dass man an irgendwas glaubt. Manche Leute brauchen auch Glauben, ne? Ich sage es immer, die brauchen Trost. Manche Leute wollen einfach glauben, dass es einen Tod nach dem Leben gibt. Das gibt denen eine Versicherung, eine Sicherheit, dass die ihre geliebten Menschen nochmal sehen. Da bin ich gar nicht dagegen. Ich habe ein Problem damit, wenn es anfängt, wenn die Bevormundung anfängt. Wenn man anfängt, den anderen zu sagen, du bist in ihrem Weg, du bist eine Sünde, du machst, Gott hasst dich, oder... Da habe ich ein Problem. Da hört bei mir wirklich der Spaß auf, ne? Und wenn man beim Menschen eine eigene Religion hat zwischen sich und seinem Gott, ne? Zu Hause, oder in der Kirche, oder in der Moschee, oder Synagoge. Das ist kein Problem. Aber die Person sollte nur ihren Gott nicht nach draußen bringen. Weil dann hätte jeder Recht, diese Sache zu kritisieren oder anzugreifen, ne? Oder wenn es ja auf andere Menschen hetzt, oder irgendwelche Minderheiten unterdrückt, oder was auch immer, ne? Das, das, da, da, da bin ich, ne? Da bin ich, dann bin ich dagegen, ne? Wie gesagt. Das Frauenrecht, Kinderrecht, oder... Auch Ungläubige bei uns in unserer Länder werden unterdrückt. Die können kein Wort sagen, die haben keine Meinungsfreiheit, keine Religionsfreiheit. Die können den Islam nicht verlassen, also sie können es nicht sagen, die können es machen, aber Hauptsache versteckt keine Sittich, ne? Der Islam ist ja auch egal, ob du glaubst oder nicht. Hauptsache du machst mit, ne? Du spielst dieses Spiel mit, Lüge von dem Aussehen, egal, Lüge, mach was du willst. Hauptsache spiel den Film mit und tue, als wäre die ganze Gesellschaft islamisch und alles läuft gut. Shalom. Shalomu alaikum. Shalom, Bruder. Hab ich da jetzt schon gefallen. Naja, Breaking News, aber wirklich, Freddy, ich glaube, ich sollte dich da oben stellen, statt Breaking News. Übrigens, wir haben uns gerade die Breaking News hat vergessen, wie man betet. Ja, ja, der hat auch oft Versen vergessen. Ja, der kannte ja nicht den Koran auswendig, ne? Das haben andere Leute gelernt. Um schon zu machen, was denn gesagt wird, wir haben sonst auf andere Planeten gehen. Nur der Buddhismus ist eine wahre Religion, die haben noch nicht Glaubenskriege. Ich weiß nicht, ob die da wirklich immer friedlich sind. Ich weiß nicht, Donasekka, aber ich glaube, die haben auch ein paar Radikale auch im Buddhismus. Gehe ich davon aus. Ja, Katusz, gute Nacht, Bruder. Ja, schlaf gut. Wir sehen uns heute Abend. Ne, ich glaube, alle gehen gleich schlafen. Soll ich Feierabend machen, Leute? Oder soll ich warten? Ich würde mir gerne was vom Bäcker holen. Muss ich aber noch ein bisschen warten. Sollte ich jetzt einen anderen Namen nicht Ex-Muslim, würden sie gar nicht sagen. Okay, Donasekka, okay. Gar nicht, wie sicher. Fisch holen um acht Ex-Muslim. Lebendige Fisch oder tote Fisch? Ne? Für ein Aquarier oder zum Essen? Ne? Für ein Aquarier oder zum Essen? Chicken Wings? Ehrt schon einen guten Appetit. Ja, wie ein wahrhaftiger Mann. Ich glaube jetzt nicht, dass du gerade Chicken Wings schneidest und würzt und alles. Ich will mich nicht in der Tüte, oder? Ich esse kein Fleisch. Ich will mir nur vom Bäcker was holen. Chicken Wings ist wirklich Chicken Wings essen, schlafen mit Pommes und Ketchup. Na, Pommes und Ketchup, lecker. Ja, ich mag mehr Ketchup. Ja, dann guten Appetit, Bruder. Mach's. Was denkst du, wie viele von euch sind Ex-Muslims, öffentlich? Oder heimlich? In arabischen Ländern. Das ist ja heimlich. Aber hier eher nicht, weil es interessiert keinen. Woher sollst du mal auch wissen? Außer man fragt dich. Aber ich verstecke es nicht. Wenn jemand mich fragt, sag ich, nee, bin ich nicht mehr. Ja, und ich habe ja auch Wissen, auch wenn die Person mich fragt, ne, ihr seht hier, dass die Leute nervös sind, aber nicht zu jedem, zum Beispiel meine Freunde und so. Leute, die ich kenne, natürlich sage ich hier aus diesem Grund, diesem Grund, diesem Grund und gut ist es. Aber meistens, wo meine Freunde haben die nicht verlassen. Fast alle, ich kenne gar keinen Muslim mehr. Ich wäre ein schlechter Aufklärer, wenn meine Freunde alle Muslime wären. Ich habe mittlerweile eine Freundin, die war Muslima und die hat zwei Kinder. Der eine hat sie beschneiden lassen, wo sie Muslima war und dass sie den Islam verlassen hat, hat sie den zweiten nicht beschneiden lassen. Islam verlassen hat, hat sie den zweiten nicht beschneiden lassen. Islam verlassen hat, hat sie den Islam verlassen. Wie er, was bedeutet er ex? Achso, reddit ex muss ihn fast zu groß. Achso, auch wusste ich nicht. Gut, ihr freut mich ja. Auch auf Dings, ey, Leute, in arabischen Ländern, das geht so schnell, die Leute wachen auf, so schnell. Weil, aber ja auch, weil die die Sprache verstehen und weil da auch keine Konkurrenz gibt. Die sehen hier, die Muslime hier sehen ja auch die Christen und die anderen als Konkurrenz. Und die sehen es ja als einen Krieg, wir gewinnen oder sie gewinnen. Aber in arabischen Ländern gibt es keine Christen, verstehst du? Das heißt nur der Islam oder ich. Und da entscheidet man sich ja für sich selbst und für die Menschenrechte und für Kinderrechte. Also man kann ja nicht glauben, wenn man liest, wie viele Kriege es gab durch den Islam, wie viele Leute sind dadurch gestorben, was Mohammed gemacht hat, was seine Freunde gemacht haben, diese ganzen Sachen. Kann man ja nicht, kann man da nicht sagen, okay, trotzdem will ich das haben. Nein, da denkt man, nee, das kann nicht von einem Gott kommen. Und warum sollte Gott Menschen schaffen und eine Gruppe in der Wüste sagen, hey, steht auf und geht, greift andere Menschen, tötet sie, was weiß ich, treibt sie in Flucht, rüberbringt den Kindern zu weinen und missbraucht die Frauen. Und warum? Der hätte ja jedem die gleiche Nachricht schicken können und uns in Ruhe lassen. Oder auf seine eigene Sprache und die gleichen Sachen, die gleichen Gebete, zum Beispiel alle sollen fasten. Die Maya hätten auch einen Koran haben können, auf deren Sprache. Nee, die Aborigini aus Australien sollten auch deren Koran haben. Dann hätten wir keine Kriege. Wenn die kommen, die sagen, wir wollen, dass ihr den Islam annimmt, würden wir sagen, aber wir sind schon Muslime, wir haben auch den gleichen Buch auf unserer Sprache. Warum hat Allah das so schwierig gemacht? Man fragt sich einfach logische Fragen. Gurke, stimmt nicht. Was stimmt nicht, Bruder? Ich glaube, ich habe nicht gelesen. Vor allem, wenn du Ex-Muslim bist, dann hast du es wohl nicht entstanden. Vielleicht kannst du uns erklären, Gurke, wie das mit den Kindern heiraten im Koran und im Islam allgemein. Du weißt hoffentlich, dass es gar kein Alter gibt, ein Mädchen zu heiraten. Du kannst ein Mädchen heiraten an dem Tag, wo sie geboren wurde. Wie der Kudam abnummer Mad'un. Kudam abnummer Mad'un hat die Tochter von Zubair an dem Tag geheiratet, wo sie geboren wurde, mit dem Prophet dabei und mit seinem Segen auch. Der Prophet hat das auch gesegnet, den Heirat. Das kann man nicht leugnen, Bruder. Wenn du ein bisschen Ahnung hast, ein bisschen recherchierst, wirst du auch finden, dass ich recht habe. Serin, ich habe gar keine Religion jetzt. Ich bin Agnostiker. Also, ich folge keine Religion. Es gab nicht einen Toten bei der Zeit. Welche Zeit meinst du, Gurke, wo es keinen Tote gab? Ich meine, Mohammed hat ja 700 bis 900 Kinder in einer Nacht geschlachtet, ne, von Banu Quraida. Banu Quraida, ich weiß nicht, ob du das weißt oder nicht, aber der hat 700 bis 900 Kinder geschlachtet. Der hat gesagt, schlachtet sie wie die Ziegen. Das steht in Sahih al-Bukhari, übrigens. Nicht nur in Sahih al-Bukhari, in Mehrere, aber auch in Bukhari. Warum wird es euch so leicht, die Religion zu verlassen? Serin, ja, wenn du dann siehst, dass es, für mich war das ja, als ich alles dann gelesen habe und so, war das für mich eine kriminelle Ideologie und keine Religion mehr. Ich meine, es steht zum Beispiel in dem Koran, Und das, was ihr erbeutet, Allah und sein Prophet gehört 20 Prozent. Da war für mich eine Frage, warum sollte Allah, ne, Beute, ne, geklaute Sachen haben wollen, Frauen, Sklavinnen und Kleinkinder haben wollen, 20 Prozent davon. Und in welcher, ja, halt materielle Sachen, Töpfe, Sandalen, Klamotten, warum will er 20 Prozent davon? Und dann sagt er auch noch in einem anderen Vers, Und wer mich beklaut, kommt mit, das, was er von mir geklaut hat, an den jüngsten Tagen. Und dann denkt sich man, okay, Allah streitet jetzt, er sagt, gib mir 20 Prozent und Achtung, nehmt nichts davon. Oder ihr kommt da mit und ich werde euch ja dafür bestrafen. Dann denkt man, okay, das hört sich eher wie ein Mafia-Boss, als ein Gott. Und auch der Krieg zwischen den Muslimen und Nordafrika, der hat 86 Jahre gedauert. Es wurden unzählige Menschen getötet, versklavt und so weiter. Im Irak kann man draußen rumgehen und sagen, Islam ist Ersinn, ohne bedrängt zu werden, genau Christ. Das ist normal in England mit sieben. Ja, ja, okay, ich weiß, das war normal mit sieben, aber das war, nee, das war nicht normal. Das war auch damals nicht normal, weil normale Männer stehen nicht auf Kinder, ne, die werden nicht erregt, wenn die kleinen Kinder sehen. Ne, ich weiß nicht, oder wirst du erregt, wenn du im Schwimmbad bist und siehst kleinen Kinder, die duschen oder so. Ich gehe davon aus, dass es nicht der Fall ist. Also diese Menschen waren auch damals krank, nur die hatten keine Wissenschaft, die das bestätigt, damit sie dann auch aufhören. Ja, die Männer hatten die Macht und die konnten machen, was sie wollen. Ja, die Frauen konnten nicht sagen, aber das war nicht normal. Das war nie normal, nicht in der 12. Jahrhundert, nicht in der Zeit von Mohammed. Kein gesunder Mann bekommt Lust auf Kinder, Punkt. Die sind gar nicht attraktiv, ne, die haben keine Brüste, die haben gar nichts mit sechs, sieben. Ja, und außerdem, wenn es ein Gott sagt, ist das die Katastrophe. Wenn es ein Mensch sagt und macht, ist es egal, ne. Es ist nicht egal, der muss bestraft werden, aber ein Gott hat kein Recht auf Fehler, auf solche Fehler. Und Gott hat es nicht nur erlaubt, er hat es in seinem Koran geschrieben. Und da steht gar kein Alter im Islam. Steht nicht sieben, steht nicht sechs, du kannst heiraten. Wie gesagt, an dem Tag, wo sie geboren wurde. Du kannst auch den Buch von Ibn al-Qayyim lesen, bei der El-Fawaid. Und da sagt er, dass ein Mann im Ramadan tagsüber ein Kleinkind missbrauchen kann, ne, für seine Gelüste. Ein kleines Baby oder ein kleines Sklaven steht da in Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim ist der Schüler von Ibn al-Temiyah, falls du nicht weißt, Sheikh al-Islam. Nein, das ist keine kleine Nummer, das ist eine riesen Nummer im Islam. Und Atheisten, die sich schämen, äh, Agnostiker sind Atheisten, die sich schämen. Warum soll ich mich schämen? Nein, Agnostiker bedeutet, dass ich habe keinen Beweis, dass es einen Gott gibt. Und ich habe auch keinen Beweis, dass es keinen Gott gibt. Also, das ist so viel, wie ich weiß es nicht. Aber es interessiert mich nicht und ich mache mir da auch keine Sorge. Ich denke jetzt nicht jeden Tag, ob es einen Gott gibt oder nicht. Ich denke gar nicht an die Frage, ist mir egal. Und das ist so viel Agnostiker, bedeutet, ich weiß es nicht. Auf Arabisch, Le'edri. Weil ich habe keinen Beweis, dass es einen Gott gibt. Die Regionen haben keinen Beweis, dass es einen Gott gibt. Und ich habe keinen Beweis, dass es einen Gott nicht gibt. Wenn ich würde sagen, dass es keinen Gott gibt, müsste ich auch den Beweis bringen. Agnostiker sind vernünftiger als Atheisten, Alphabeter. Ja, ich denke auch, dass es die logischste Einstellung ist Agnostiker. Ja, weil, wie gesagt, wenn ich sage, nein, es gibt keinen Gott, dann bin ich ein Lügner. Weil ich habe keinen Beweis. Die Beweislast ist dann bei mir. Und ich muss dann beweisen, dass es wirklich so ist. Aber kann man nicht. Es gibt 4600 Religionen. Soll ich alle Religionen studieren, um zu wissen, ob vielleicht irgendeiner recht hat? Sehr verrückt. Es ist ja nur so, dass die Menschen sich immer beschäftigen mit den Religionen, die um sich sind. Zum Beispiel, ich lasse den Islam und ich lerne den Christentum, dann gucke ich den Judentum. Aber es ist selten, dass ein Moslem die Religion verlässt und dann studiert zum Beispiel Buddhismus oder Konfuschismus. Oder studiert zum Beispiel eine andere Religion, eine afrikanische Religion. Nein, gibt nicht. Das ist das. Weil die denken, okay, wenn es nicht stimmt, dann bestimmt das. Und dann stützen sie sich direkt in eine andere Religion. Aber du hast keinen Beweis, dass es wahr ist. Hast du nicht. Das sind nur Vermutungen. Der Bruder liest Koran und nimmt jedes Wort. Nein, Bruder, ich kenne mich auch mit den Fekh und den ganzen islamischen Gesetzen. Ich kenne nicht nur den Koran, Koran, Sunnah, Hadith, Ijma, Qiyas. Ich kenne alles. Also ich rede aus Ahnung, nicht aus Ignoranz. Und Kinderheirat ist erlaubt. Du kannst lesen, Ijma'at ibn al-Mundir. Da schreibt er, dass alle Gelehrte sagen, dass ein Mann sein kleines Kind einem anderen Mann geben kann oder heiraten. Und auch, da steht sogar Ma'akara hier, Tihao im Tineiha. Auch wenn sie, ich kenne alles auswendig, Bruder, alles in meinem Kopf. Auch wenn sie sich dagegen wehrt und auch wenn sie nichts dafür ist, darf er sie zwingen und sie darf, und wenn sie die, und danach, wenn er sie heiratet und zwingt und alles, wenn sie älter wird und die Pubertät erreicht, darf sie sich auch nicht scheiden lassen. Damals war es auch nicht normal, Gurke. Normale, gesunde Männer stehen nicht auf Kinder. Punkt. Was erregt dich bei einer Frau? Wirst du erregt, wenn du kleine Kinder siehst? Ich glaube nicht, weil sonst hast du ein Problem. Du musst einen Arzt besuchen. Und Männer finden Kinder nicht attraktiv. Wenn ein Mann ein kleines Kind sieht, die keine Brüste hat, keine Hüften, keine Sachen, die ihn erregen, wird er nicht erregt, oder? Ist er krank? Oder wirst du erregt im Schwimmbad und am Strand, wenn du kleine Kinder schwimmen siehst? Ich weiß nicht, Leute, rede ich chinesisch? Leute, habt ihr die Idee verstanden? Oder gibt es wirklich Männer, die draufstehen? Oder sagst du einfach so? Das war jetzt normal, wenn man bereit war. Es gibt aber nicht bereit, zu schwanger zu sein. Ich sage dir, es gibt kein Alltime-Islam. Du kannst ein Kind heiraten, die noch nicht blutet. Das steht im Koran. Surah 65, Vers 4. Steht im Koran. Da steht nichts. Da steht, dass du kleine Kinder hast. Dass kleine Kinder, die ihre Menstruation noch nicht bekommen haben, und auch nicht schwanger sein können, weil ohne Menstruation gibt es keine Schwangerschaft. Die müssen drei Monate warten, bevor sie wieder geheiratet werden. Und diese Wartezeit gibt es nur, wenn der Heirat konsumiert wird. Nur wenn der Mann sie angefasst hat und konsumiert den Heirat, muss sie drei Monate warten und sie hat immer noch nicht ihre Tage. Und sie heiratet wieder und sie hat immer noch nicht ihre Tage. Erkundige dich bitte, Gorka, bevor hier irgendwelche. Und wenn du keine Ahnung hast, kannst du gerne vielleicht heute Abend kommen. Hochkommen, wir können uns unterhalten. Und dann zeige ich dir alles und kannst es selbst überprüfen. Glaub mir nicht. Suche, recherchiere. Wenn du irgendwo findest, wo Pubertät steht oder dass sie bereit sein soll, um schwanger zu werden. Aber ich bin mir sicher, das findest du nicht, weil es gibt es nirgendwo in den Islam. Gibt es kein Alter. Außerdem der Arabisch sagt, der Arabisch sagt, Alles ist erlaubt, außer es gibt ein Verbot von Allah oder Prophet. So ist das, der Fiqah. Erstmal musst du die hocharabische Sprache bei der Uni abschließen und dann den Koran lesen. Der Gottvater. Ja, 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 ich weiß, ja. Alle Freunde von Mohammed, Aisha hat auch in der Uni studiert, auch Arabisch. Das ist nur ein Dialekt, Mann. Der Koran. Ich weiß nicht, warum ihr denkt, dass es eine schwierige Sprache ist. Das ist ganz normal Arabisch. Also, wenn ich das lese, verstehe, was da steht. Ich habe ja auch Arabisch studiert. Ich bin ja in Marokko geboren. groß gewachsen, dort studiert und dort meine Ausbildung gemacht. Also, ich habe in der Schule Hocharabisch gelernt. Und dann meinst du, ich habe irgendein anderer Arabisch da gelernt. Es gibt ja nur ein Hocharabisch, das man in den Schulen lernt. Okay, dann wenn es nur auf Situationen, dann lass den ganzen Müll in der Zeit. Bring uns gar nicht hier in den 21. Jahrhundert. Lass alles dort. Das Gute und das Böse von Islam. Und das stimmt nicht, weil der Koran Der Koran ist gültig in jedem Ort und jeder Zeit. Das ist die Sprache Gottes. Pass auf, was du sagst. Wenn du eine Sache leugnest, die in dem Islam bekannt ist, dann bist du ein Kafir. Pass auf, Mann. Du begehst Sünde in deiner Religion gerade. Ich bin empört, was du alles von dir gibst. Lest du es von wo, außer, oder wie? Serien meinst du mich jetzt? Ich bin empört, was du alles von dir gibst. Echt unglaublich. Lest du es von wo, außer, aus, oder wie? Ich habe alles im Kopf, Serien. Ich habe das alles studiert und daher habe ich alles noch im Kopf, in meinem Gedächtnis. Ja, Gregorus. Ja. Schlecht redest. Nein, muss ich nicht, weil ein Gott hat kein Recht auf Fehler, Serien. Ich muss nicht alle Religionen. Und da gibt es Leute, die das machen, die die kennen. Ich habe auch nicht die Zeit dafür. Aber ich weiß, dass der Islam gefährlich ist und ich warne nur davon. Die Informationen, die ich vom Islam habe, teile ich gerne. Und warnen die Leute davon. Ich glaube nicht, dass hier alle Ex-Moslem sind. Ich glaube, es gibt auch hier Christen, es gibt Agnostiker, es gibt Atheisten, Deisten. Ja, sie verbringt ihre Haare. Ja, Aisha mit sechs könnte kochen. Ja, die hat mit ihren Puppen gespielt. Die hat in Schaukeln gespielt, bevor sie ihre Mutter sie geholt hat, ihre Gesicht gewaschen hat. Und zu Mohammed gebracht hat. Sie war in eine Schaukel gespielt und mit ihren Puppen in der Hand. Sie wurde ihn reingebracht in der Zimmer für den Konsumieren. Und die hatte ihre Puppen in der Hand. Und sie hat Schaukel gespielt, ja. Und sie konnte kochen und konnte mit sechs. Außerdem, es gibt kein Alter im Islam. Ich sage dir nochmal, du kannst ein Kind heiraten an dem Tag, wo es geboren wird. Kann ein Kind ein Baby kochen? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Gute Frage, Gurke. Wozu soll diese Heirat dienen mit einem kleinen Kind? Wozu soll diese Heirat dienen? Ein Kind kann keine Verantwortung übernehmen. Sie kann nicht kochen, sie kann gar nicht machen. Wozu soll sie dienen, außer diese kranke Gelüste zu befriedigen, Mann? Wach auf. Nein, ich studiere keine anderen Religionen. Nein, mache ich nicht. Es reicht, dass... Auch wenn ich andere Religionen studiere, macht das der Islam nicht wahr. Es muss ja nicht immer sein, schwarz oder weiß. Oder zum Beispiel, dann sagt einer, ja, ich sage, Mohammed hat Leute getötet. Ja, Stalin hat auch getötet. Ja, da sind beide, da sind die beiden Kriminelle. Ich sage, ja, Stalin ist kriminell. Kannst du auch sagen, dass Mohammed kriminell ist? Also macht das Mohammed schöner, macht ihn nicht zu kriminell, auch wenn er nur eine getötet hat. Trotzdem ist er kriminell und ein Lügner. Und wenn da Fehler in dem Koran sind, dann sind das halt Fehler. Und man kann die nicht ignorieren, weil ein Gott hat kein Recht auf Fehler. Der ist doch allwissend. Der musste wissen, dass die Leute sich heute schämen werden. Der hätte es wenigstens nicht schreiben sollen in dem Koran. Wenigstens. Dann hätten wir heute noch eine Ausrede, aber das steht im Koran. Oder das mit den Sklaven. Der hätte einfach den Mund halten sollen. Und nicht sagen, wie wir mit den Sklaven umgehen sollen, dass wir Sklavinnen missbrauchen sollen und vergewaltigen sollen. Das hätte er nicht sagen sollen in dem Koran. Und der hat kein Recht auf Fehler. Der ist allwissend, allmächtig. Und dann kommt er, der verbietet Adoption, Adoption verbietet Schweinfleisch. Adoption ist die schönste Sache. Der verbietet das, weil Mohammed mit der Frau seines Sohnes schlafen wollte. Und deswegen hat er Adoption verboten, weil das war sein Adoptivsohn. Und er hat ihn seine Frau geschnappt. Die Frau seines Sohnes hatte genommen. Und es steht auch im Koran. Damit die Männer sich nicht schämen, die Frauen von deren Kindern zu heiraten. Weil die Menschen haben sich geschämt. Und die haben Mohammed doch gesagt, was soll das? Das macht man nicht. Und dann schreibt er in dem Koran, doch, das macht man. Der hat sich einfach da Sachen erlaubt in dem Koran. Und wenn man das richtig liest und studiert, versteht man, dass es einfach nur eine Lüge ist. Ein Gott kann nicht Adoption verbieten, Schweinfleisch verbieten, Glücksspiele verbieten, Alkohol verbieten, was alles nicht gefährlich ist, aber Kindesheirat legalisieren in dem Koran und dafür Gesetze machen und Sklaverei dafür in dem Koran und Gesetze machen. Frauen schlagen, auch in den Koran schreiben. Nein. Leute, wo ist eure Logik? Benutzt eure Gehirn. Schläft ihr? Seid ihr betäubt? Ein Gott sollte wissen, dass nein, wir dürfen keine Menschen versklaven. Punkt. Dann hätte er Sklaverei verbieten sollen, Kinderheirat. Oder warum kam er überhaupt mit Mohammed? Wozu hat er diesen Allah überhaupt mit Mohammed geredet? Wenn nicht um die schlimmsten Sachen zu verbieten. Warum redet er, wenn er keine schlimmen Sachen verbietet? Wenn er das legalisiert? Warum? Was haben wir denn sonst? Was hat er uns sonst gebracht? Gar nicht. Weil ich dabei, es steht in den Koran-Serien. Das ist nicht mein Fehler, wenn du den Koran nicht gelesen hast. Oder den Hadithen oder die Siren Nebouya. Lebenslauf von Mohammed. Es gibt zwei Lebenslauf von Mohammed. Eben Ishaq und Eben Hisham. Lese mal, was Mohammed gemacht hat. Wir haben ja nur diese Quellen. Wir haben nur die islamischen Quellen. Und wenn du daran nicht glaubst, dann bist du Kafirer. Du bist nicht Muslim. Punkt. Du, wie du redest, bist du auch nicht der Beste. So hörst du dich. Das ist deine Meinung. Aber ich habe keinen Pädophil als Vorbild. Zum Glück. Oder Mörder. Oder Versklavere. Mohammed selbst hatte Sklavinnen. Und hat sie auch vergewaltigt. Maria war doch eine Sklavin vor ihm. Hat Mohammed Maria geheiratet? Der hat sie versklavt. Hat Mohammed Reihana geheiratet? Nein, das war seine Sklavin. Mohammed war gegen Sklavenbefreiung. Der hat gekämpft. Der hat Leute beleidigt, wenn sie die Menschen befreien wollten. Ja. Vor allem einen 54-jährigen Mann. Bei 50 Jahren Unterschied. Halbes Jahrhundert. Einfach. Christentum hat ja Rebecca mit drei Jahren geheiratet. Hast du eine Ahnung? Ja. Wer sowas macht, ist ein Kriminell. Wenn das stimmt, dann war die Person, die dieses Kind geheiratet hat, auch kriminell. Und ich kann man nicht übersetzen. Natürlich kann man Arabisch übersetzen. Warum denn nicht? Zum Beispiel der Versuch. Und jede Frau, die will, dass Mohammed sie in die Wüste Punkt Punkt, darf sie sich verschenken. Das ist einfach. Du kannst ja wenigstens die Bedeutung übersetzen. Vielleicht nicht wortwörtlich. Ein paar Wörter, weil die sowieso nicht Arabisch sind. Die Leute, die wissen, wie der Koran geschrieben wurde und so, wissen auch, woher die fremden Wörter kommen. Warum die Schreibfehler da sind. Wegen Punktierung, weil das kam erst 200 Jahre danach. Und ja, es gibt auch die Fehler vom Kopierer. Und da muss man wirklich studieren, Habibi, wenn du wissen willst, da ist vieles zu lernen. Serena, dich hat keiner gestimmt. Du schreibst doch. Die schreibt und sagt, wer hat mich gestimmt. Es gibt keine Modis. Ich glaube, die schlafen alle. Ich bin nur alleine. Ich habe hier keinen Modi. Nee, das ist keine Modi. Keiner hat dich gestimmt, sonst hättest du ja nicht schreiben können. Achso, das mit Monatblut. Das ist Sura 65, Vers 4. Sura 65, Vers 4. Du kannst dann die Tafsire lesen von Ibn Kathir oder von Tabari oder von Jalalein oder von Qoltobi oder von Barawi. Du kannst auch Ijma'at Ibn al-Mundir lesen. Es gibt vieles da. Wenn du wirklich dich dafür interessierst, kann ich dir gerne die Quellen nennen. Aber das ist Sura 65, Vers 4. Chaos, der Islam gehört nirgendwo, ehrlich gesagt. Der gehört einfach in der Geschichte vergessen werden und Punkt. Leute, keine Beleidigung. Ja, ich sehe gerade Serin schreibt, das bist du selber. Pass auf, was du sagst. Ich glaube nicht, dass jetzt so, oh Allah, sie beleidigt hat. Aber Leute, bitte, ihr wisst, was ich sage. Demokratie und freundlich bleiben keine Beleidigung. Und jeder darf seine Meinung sagen, solange keiner zu Gewalt ruft oder zu Hass oder ist dann jede Meinung erlaubt. Erzähl mal jetzt, hast du einen deutschen Pass bekommen oder nicht. Ich habe einen jüdischen Pass. Das würde, ich glaube, besser in deine Geschichte passen. Das würde dich wahrscheinlich beruhigen. Macht das dein Vers von Kinderheirat weg, wenn ich einen deutschen Pass habe oder nicht? Ich verstehe nicht den Unterschied. Wie relevant ist das jetzt in unserem Thema? Es ist, um dich ein wenig beschäftigt zu haben. Jessa, weil dort ein, zweimal geschrieben wurde, dass sie mir Puppen gespielt hat. Ich denke, er weiß nicht. War damals, ja, ja. Sie sagt ja auch, dass sie, es gibt einen anderen Hadith von Aisha, wo sie sagt, dass sie sehr dünn war und ihre Mutter sie zum Prophet geben wollte, weil der könnte nicht mehr warten. Der hat sie gemocht mit sechs und der will sie nicht alt haben. Neun war für ihn sowieso zu spät. Der hätte sie am liebsten mit fünf gehabt wahrscheinlich. Und dann hat sie sie gemetzt, gezwungen, Gurken und Datteln zu essen. Und sie sagt selbst, ich bin dick geworden. Und die war klein, sie war zu dünn, weil es gibt eine andere Geschichte. Die Geschichte von Aisha, wo sie mit Safuan fremdgegangen ist und sie drei Leute gesehen haben. Und dann hat sie gesagt, nein, für Fremdgehen braucht man vier Zeugen, weil da waren drei Zeugen und der hätte sie ja besteigen können. Aber der wollte nicht, weil die war seine Geliebte. Der stand ja auch auf kleinen Kindern. Der war ja die ganze Zeit mit hier. Und die sagen, als sie diesen Dings geholt haben, wo sie saß, die hatten doch so eine quadratische Häuschen aus Holz mit Gardinen und das haben sie auf den Kamel gestellt. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Ein Kamel mit so einem Dings drüber und da sind Gardinen und da saßen die Frauen. Und als sie das Ding getragen haben, um es auf den Kamel zu tun, haben sie gar nicht gemerkt, dass sie nicht da drin war. Weil die sagt das selber, die hat die Geschichte erzählt, Aisha selbst auch diese Geschichte. Die sagt, ich war zu dünn und zu leicht. Die haben nicht gemerkt, dass ich nicht da drin war, als sie dieses Ding bewegt haben. Jetzt haben die gerade zwei Beweise gegeben, dass sie sehr klein war, dünn war. Der hat mit Puppen gespielt, der hat Schaukel gespielt. Aber du wirst das trotzdem nicht wahrhaben. Einfach weil dein Gehirn dagegen kämpft. Das nennt man kognitive Dissonanz. Und ich weiß das. Ich wollte es auch nicht akzeptieren. Deswegen habe ich auch einen von den Gründen, warum ich den Islam verlassen habe. Es gibt nur einen Fehler. Gurke, es darf gar kein Fehler in der Koran sein. Es gibt einen anderen Fehler. Embryologie. Wann hast du gesehen, dass das Knochen sich vor Fleisch entwickelt? Wo hast du gesehen, dass ein Baby im Bauch seiner Mutter Skelett ist? In irgendeiner Zeit das Skelett wird und dann von Fleisch umhüllt wird. Wo hast du es gesehen? Sie sagt, wir haben euch aus Spermien erschaffen. Nein, wir kommen aus einem Ei und einem Spermien. Sie sagt, die Spermien von Frauen kommen von ihrer Brüste und die Spermien von dem Mann kommen von dem Rücken. Stimmt auch nicht. Also wir wissen schon, dass Frauen keine Spermien haben. Er sagt, ein Fluss und ein Ozean vermischen sich. Die vermischen sich. Jede Wasser vermischt sich auf dieser Erde. Ein Fluss fließt im Ozean und die vermischen sich. Sonst würden wir Stau haben von Wasser oben. Die sich nicht vermischen. Der Koran ist voller Fehler, Bruder. Da musst du nur suchen. Da bist du so viele Fehler und Schreibfehler. Einmal schreibt er Hayat mit offenem Tee und einmal schreibt er Hayat mit geschlossenen Tee. Das ist falsch. Einmal schreibt er mit Zin. Er schreibt das mit Zad. Einmal schreibt er das mit Zad. Einmal mit Zin. Voller Fehler. Voller Schreibfehler. Der Koran. Voll. Da musst du nur suchen. Aber wenn du Arabisch nicht kennst, wirst du die Schreibfehler nicht erkennen, aber die ganzen wissenschaftlichen Fehler und so, wenn du ein bisschen Ahnung hast und auch eine Schule besucht hast, wenn du die menschliche Anatomie ein bisschen kennst und weißt, wie ein Kind erzeugt wird, dann wirst du auch die Fehler erkennen. Weil Frauen haben, wie gesagt, keine Spermien. Punkt. Leute, ich lese Nachrichten pro Nachrichten und bombardiert mich hier mit Tings. Sura für 115. Ich rede gar nicht. Ich weiß, es gibt nur 114. Denkst du, ich bin dumm? Ich habe gedacht, Versen, das habe ich gar nicht gelesen. Ich habe noch 48. Ich weiß, dass es 114 ist. Sura gibt. Kannst du diesen Tipp hören? Ich muss nicht wiederholen. Ich habe es gelesen. Ich weiß, wie viele Sura es gibt. Denkst du, ich bin dumm? Du hast nur geschrieben, es gibt einen Fehler in dem Koran. Da habe ich ihr gesagt. Ich habe nur auf den Fehler geantwortet. Ich habe die Nummer gar nicht gesehen. Ich habe gesagt, es gibt nicht nur einen Fehler. Du hast gesagt, es gibt einen Fehler in. Ich habe gar nicht bis Ende gelesen. Ich habe gesagt, es gibt nicht nur einen Fehler, es gibt mehrere und da habe ich sie alle genannt. Aber der beste Mensch ist Mohammed. Jesu Ahu Allah. Die machen Dschihad im Chat. Die machen Dschihad im Chat. Borgistina. Guten Morgen. Gott sei Dank bin ich Moslem. Ja. Jeden Leser recherchiere. Dann wirst du dich schämen, dieses Wort nochmal zu sagen. Weil die Leute kennen deine Religion besser als du. Und wenn du sagst, ich bin stolz zu Moslem, dann denken sie sich, okay, der steht für Kinderheirat, der steht für Sklaverei, der steht für Krieg, Treibung, der steht für dies. Pass auf, was du sagst. Alles was ich sage, steht nicht im Koran. Natürlich steht das von süßem Wasser und Salzwasser. Die Seite schreiben sollen Jebriän und nicht La-Jebriän. Oder der Vers von Embryologie. Nein, die Knochen werden nicht von Fleisch enthüllt, die Fleisch und Knochen wachsen, also entwickeln sich gleichzeitig in einem Embryo. Außerdem, du siehst nur Fleisch als erstes, du siehst nie Knochen. In keiner Zeit ist ein Baby im Bauch ein Embryo, ein Skelett, gibt es nicht. Ihr seid zum Kotzen. Danke, Serien. Danke. Du zeigst dir jetzt deine, zeigst dir jetzt deinen Charakter, deine Moral, wie der Islam dich gemacht hat. Genau wie dein Prophet, der hat auch die Leute beleidigt. Auch im Koran steht sogar Haarsohn. Steht euch mal vor, im Koran steht Huzon, Uthulin, beada delike zenim. Steht euch mal vor, Allah beladet einen Typ in der Wüste und sagt ihm Uthulin, beada delike zenim. Also du bist eine Huzon. Also ich meine, Leute, wacht auf. Ja, richtig, Gregoros. Leute, ich werde ein paar Nachrichten überspringen, weil ich habe gerade 53 neue Nachrichten. Sorry, ich habe wirklich mein Bestes getan. Aber ich muss mich auch ein bisschen auf. steht nur Recht leiten oder für immer. Seht ihr hier die Liebe von Allah? Möge Allah euch recht leiten oder für immer vernichten. Also entweder ihr folgt uns oder wir vernichten euch. Seht ihr? Sehr gut, sehr gut, du hast jetzt gezeigt, was der Islam, ja, was die Lehre vom Islam ist. Sehr gut. Seht ihr, warum ich warne? Genau davon. Weil die wollen jeder vernichten und hinrichten, der nicht an deren Müll glaubt. Paradies, als wäre jemand zurückgekommen und hätte gesagt, ich war in dem Paradies. Also, glaub schon. Hauptsache, man glaubt ganz fest daran. Ihr denkt, wenn ihr Arabisch lesen könnt, dann versteht er Arabisch. Arabisch ist meine Muttersprache, Mann. Arabisch ist meine Muttersprache. Ich rede mit meinen Eltern Arabisch, mit meiner Schwester Arabisch, mit meinen Freunden Arabisch. Du meinst, ich rede Chinesisch. Weißt du, als würde ein du sagen, nur weil er Deutsch lesen kann, versteht er kein Deutsch. Und er ist Deutsch, in Deutschland geboren, er ist Deutsch, sein Vater ist Deutsch, der war in der deutschen Schule und du sagst ihm, nein, aber auch wenn du Deutsch lesen kannst, das heißt nicht, dass du es verstehst. Wie peilig bist du, Aka Habibi? Wie peilig ist das, Mann? Das ist meine Muttersprache. Das ist meine Muttersprache. Das ist meine Muttersprache. Niemand zwingt euch. Ja, ja, ja. Umrto an, uqatil an, nase jami'an, hatta an, ich hadu an, la ila illa, wa anna, wa yukunuddinu kullu lillah. Ja. Einfach peilig. Einfach peilig. Manche Leute haben gar keine, ich weiß nicht, keine Logik. Ich weiß nicht, ob die da ein Gehirn haben oder, ich weiß nicht, was die da haben in dem Kopf. Hefe vielleicht, ich weiß nicht. Wieso? Wir leben an dem Paradies, wir müssen es als dieses inkenau. Das ist euer Paradies, man lebt nur einmal. Und dass das mit den anderen Leben ist, ja nur um euch, damit ihr auf eure Leben hier verzichtet und für irgendeine Religion, eine Ideologie kämpft. Meine Marokko-Dialekte, ich habe keinen marokkanischen Dialekt, Bruder. Ich rede, ich habe in der Schule gelernt, wir haben gelernt Hocharabisch. Es gibt nur ein Arabisch, den man in der Schule lernt und das ist Hocharabisch. Ich bin nicht Amesir oder Berber. Ich kann kein Amesir oder Berber. Ich kann nur Arabisch. Das ist meine Muttersprache. Ich bin nicht, also ich spreche gar kein Amesir. Ich spreche nur Arabisch. Ich weiß, vielleicht kennst du Marokkaner, die Amesir sprechen, was sie auch Berber nennen, aber das ist nicht meine Sprache. Ich bin in einer arabischen Stadt geboren, arabische Schule, arabisch geschrieben und studiert und alles und Hocharabisch. Marokko-Dialekt. Hast du nicht gesehen, dass in Al-Jazeera in den ganzen Fernsehkanälen Al-Arabi ja nur Marokkaner arbeiten? Damit du weißt, dass du dumm bist. Marokko, die Marokkaner sprechen am besten Hocharabisch, weil wir haben die beste Bildung von Hocharabisch in den Schulen und deswegen arbeiten auch in den ganzen Fernsehsender und Nachrichtensender Marokkaner. Sie sprechen sogar Ich kann Hocharabisch besser als ein Saudi-Arabier, ich bringe jetzt einen Syrer oder einen Ägypten, die soll mit mir auch Arabisch sprechen. Da wirst du sehen, die können nicht. Marokkaner sind die besten in Hocharabisch. Aber das wirst du da nicht. Und wenn ich den Koran lese, guck mal, du sagst, es gibt es nicht. Geh, lese den Tafsir von eben Katir, suche 65, Vers 4. Wenn du was anderes findest, außer das, was ich sage, dann kannst du sagen, dass ich Arabisch nicht lesen kann. Die wollen es einfach nicht wahrhaben. Die versuchen mich zu diskreditieren. Jede Dings. Wahnsinn. Der Wahnsinn, Leute. Die wollen egal was. Hauptsache irgendwas. Nur Lüge, Lüge, Lüge. Ja, Allah konnte sich nicht verständigen. 1400 Jahre. Keiner hat den Koran verstanden. Der hat versagt in seiner Aufgabe, Mohammed uns das beizubringen. Und ja. Das ist eigentlich eine Beleidigung für deinen Gott, dass er sich nicht deutlich... Geh lernen, geh lesen. Du, geh lesen, und dann kannst du behaupten, dass ich stüge. Hier waren deine Imame und die sagen, dass meine Wissen besser als ein Imam ist. Ich werde die Videos posten, da wirst du mit deinen Ohren hören, was deine Imame über mir sagen. Ob ich mich sehr gut mit dem Islam kenne oder nicht. Juni. Dann muss ich auch. Guten Morgen. Weil die beleidigen einfach. Warum soll ich sie nicht stummeln? Hallo, guten Morgen. Ah. Ja, Bruder, das ist einfach nur traurig. Also man weiß, jeder Mensch, der ein bisschen gebildet ist, der weiß, dass ein Marokko-Marokkaner wirklich Nummer eins ist in Arab beziehungsweise in hocharabisch. Und das stimmt tatsächlich, dass die meisten Marokkaner wirklich beim Fernseher arbeiten, Al Jazeera und Isalaam. Das sind alle Marokkaner, ja. Genau. Und zu sagen, ein Marokkaner, dass du kein Arabisch kannst, da sieht man schon, wie verzweifelt man ist. Also das ist wirklich traurig. Also was ich nicht verstehe, also ich merke das oft, wenn einer wirklich Ex-Moslem wird, dann kommt sofort, er war kein Moslem, er kann kein Arabisch, er hat den Koran nicht gelesen, das ist wirklich, das habe ich schon oft. Die sagen sogar, ich bin ein ägyptischer Christ. Mittlerweile. Ja. Also das ist, und wirklich Muslime, Bruder, ich habe Muslime mitbekommen, die können doch nicht mal die Shahada richtig aussprechen. Für die ist das ein Muslime. Die Frage, die Frage, was ist der Shahud, was ist das? Die kommen und fragen mich, ich antworte und die, die Ahnung haben, die schämen sich dann und sagen, oh schade, kannst du nicht zurück zum Islam, du wärst eine Bereicherung für uns. Das sagen eure Imanen zu mir, Leute. Guten Morgen. Guten Morgen, Al Elm. Na, guten Morgen, auch ganz arabisch. Ja. Ich habe doch gerade deinen Namen gelesen, oder nicht Al Elm? Wir können, wir können nicht sprechen. Bitte? Doch, doch, ich kann sprechen und schreiben. Soll ich was schreiben im Text? Sag mir. Ja, bitte. Woher bist du? Ich bin? Woher bist du? Ich bin eigentlich Maghrib. Und du? Ich bin Sury. Was ist mit Al-Masen oder mit Arabisch? Ich glaube, es ist der beste , dass wir mit Al-Masen sprechen mit Al-Masen sprechen. , dass wir mit allen Am-Masen sprechen können. Oh, okay. Und ich glaube, wir können auf Deutsch ich habe ich kann oder nicht ich kann das kann das ist das ich habe ich jetzt mit dir auch habe ich gerät ja kein mal klar 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 du kannst also bist du hier in deutschland ich bin nicht mehr muslim und gefreut weiß ich nicht ich hatte nur eine kurze frage gehabt warum sie die islam verlassen für viele gründe brutte für viele sachen es gibt viele sollte gute die ganzen schlimmen sachen ich verstehe ich meine wahrscheinlich ihr habt das in eurem land erlebt oder ich glaube alle region habe ich wollte nur einen gott sollte keinen fehler machen oder ein gott sollte keine fehler machen in seiner religion das ist jetzt ein kritisierungspunkt keine ahnung ja wenn alle religionen fehler haben das macht ja nicht irgendeine religion davon besser nur weil sie weniger fehler hat oder weißt du ein gott hat gar kein recht auf fehler der ist allmächtig allwissend verstehst du der muss wissen was passieren wird ob wir heute normal finden dass kleine kinder heiraten oder nicht er hätte das verbieten sollen verstehst du bevor er zum beispiel die adoption der zum beispiel adoptions verboten aber kinder heiraten nicht was ist schlimm ja warum ist er adoption dass sie die schönste sache sogar tiere adoptieren andere tiere weißt du und das verbietet schweinfleisch was ist schlimmer schweinfleisch oder sklaverei hat er nicht verboten eine frage warum wurde die adoption verboten weil er die geschichte mit dem mit ja 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 zainab ja ja zainab ja wo in kaza minhha zeidun wotar zauwajna kha hatte la yukul alem muumini na harajun fie ädeiäi fie zauwajati ädeiäi ja und bist du gerade jesu und glaubst du jetzt gerade angat oder gar nicht mehr gar nicht ich bin agonostika bei euch weiß man agonostika bei arabi bei manihe laa die laadry ja ok ja 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 ich bin es dieinnig und nicht mit ja 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 Ich bin Muslime, ich bin Muslime, aber ich verstehe ganz gut, was du gerade gesagt hast. Ja, weil du kennst auch Arabisch und daher kennst du auch, was ich nenne. Ich habe schon 14 Jahre in Islam recherchiert und gelesen. Okay. Verstehe. Freut mich. Ja, wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass alle Religionen schwarzen Seiten haben und das macht den Kopf kaputt, aber ich weiß nicht. Ja, guck mal, ich lebe seit Jahren ohne Religion, mir geht es gut, ich habe kein schlechtes Gewissen für irgendwelche Sünden, die gar kein Problem sind. Zum Beispiel auch die Moral, oder guck mal, zum Beispiel für einen Muslim gibt es keine Moral oder Ethik oder Prinzipien. Es gibt Halal und Haram. Für ihn, Kinder heiraten ist normal. Stimmt. Für ihn Sklaverei ist normal, obwohl das nicht normal und nicht logisch ist. Für ihn ist zum Beispiel Dschihad al-Talab. Dschihad al-Ibtida. Und tatlub al-Kafir al-Uqridari. Dass du die Leute angreifst in andere Länder und zwingst eine Religion zu nehmen. Für ihn ist das Halal normal. Das ist nicht mehr Moral. Stimmt. Aber unmoralisch und Haram ist für ihn Schweinefleisch. Für ihn ist Haram Alkohol. Das schädet keiner. Für ihn ist Glücksspieler. Für ihn ist Glücksspieler Haram. Für ihn ist Adoption Haram, obwohl diese Sachen gar nicht schlimm sind. Und dann weißt du, oder zum Beispiel ist für ihn Haram, mit seiner Freundin zu schlafen ohne Heirat. Aber für ihn ist Halal ein kleines Kind zu missbrauchen. In Zawaj Sarera. Verstehst du? Für ihn ist Haram, wenn er mit seiner Freundin schläft, obwohl die beide erwachsen sind. Mit beiden Zustimmung. Aber für ihn ist Halal Sklaven zu vergewaltigen. Verstehst du? Ohne deren Einstimmung. Oder Sklaven in den Markt zu verkaufen. Für ihn ist das logisch und mobil. Und lebst du nicht mehr zwischen deiner Familie? Na, die wissen, dass ich den Islam verlassen habe. Ja, also für einige Muslime ist die Islam-Legion wie Kultur geworden. Ja, für meine Eltern, genau. Ja, also das heißt also die schwarzen Dinge und so weiter. Also wir sind schon reich genug. Und ja, also wir wissen ganz gut, was wir beibehalten dürfen. Und was wir also verlassen sollen. Aber es gibt ein Problem, Bruder, dass die Bücher, du kannst den Koran, du kannst zum Beispiel den Vers, Sorat Talak al-Ai Arba'a. Was willst du damit machen? Willst du es wegmachen vom Koran? Das wird für immer bleiben. Und wenn der Islam wieder Macht hat, wie bei IS, wird das wieder passieren, Bruder, oder nicht? Bei IS ja, aber bei uns nicht. Wie bei uns? Meinst du in Deutschland? Nee, also nicht nur in Deutschland. Also die arabischen Länder sind ungefähr 22 Länder. Ja, guck mal. Und sie haben solche Gesetze nicht. Sie haben solche Gesetze nicht. Es gibt Taliban. Guck mal, es gibt gerade die Leute, die Scharia wollen, es gibt Taliban. Es gibt Boko Haram. Die IS ist noch nicht zu Ende. Die haben noch Kämpfer. Und das wissen ja. Es gibt den Dingen, die haben auch. Nein, die haben noch. Wir haben überall Leute, die den Scharia wollen. Die sagen dir, das ist Kitab Allah und Kalam Allah. Weißt du, die Religion ist an deren Seite. Die haben die Bücher, die haben die Quellen und du hast nur deine Meinung und deine Moral. Und du hast gesehen, was passiert ist, als sich IS gegründet hat. Da hat die Moral und die Meinung nicht mehr geholfen. Und alle Leute haben gesagt, okay, wir folgen den Scharia. Die meisten wussten das nicht. Also die Sache sind also ungefähr, es gibt ungefähr 18.000 Millionen. Muslime, glaube ich, auf der Wett. Also ich glaube... 18 Millionen. Allein in Ägypten sind die fast... Nein, 18.000, habe ich gesagt. 18.000 Millionen. Nein, es gibt 1,6 Milliarden. Aber die zählen auch mich und andere Ungläubige in unserer Länder. Was ich sagen wollte, die Leute, die solche Ideale haben, glaube ich, nicht mehr 0,4 oder 3 Prozent, glaube ich. Aber IS waren auch nicht viele. Aber das ist die Minderheit, die mehr schreit. Und wenn die kommen und sagen, wir haben Gesetz Allah, dann können die Leute nicht sagen, nein, zu Gesetz Allah. Verstehst du? Das sind die Kuffar. Wer hat gesagt, nein? Keine. Du hast gesehen, die waren auch keine Bekämpfung. Als der Liban losgezogen ist, alle Leute haben die Waffen niedergelassen und nichts gemacht. Irak, als IS angefangen hat... So genau haben wir nein gesagt. Ja, aber die meisten Leute haben ja gesagt, die haben die Häuser verkauft. Guck mal, in Iran genauso. Wenn die kommen, sagen die, das ist Gesetz Allah. Wenn du ihm sagst, ich will nicht Gesetz Allah, warum bist du doch Ausländer? Das sagen die alle. Du kannst das nicht leugnen. Warum muss man so sagen, es ist heute zu Tage nicht mehr anliegen. Man sagt auch kulturisch, ich meine, das heißt, die Leute, die sowas machen, haben nichts dagegen in Kultur. Aber guck mal, wenn du einen Monat passt, wenn du einen Monat Ramadan machst und keine Wasser trinkst, dann ist das Gerät gefährlich für deine Körper. Kein Ass, wie wir sagen, du kannst 18 Stunden ohne Wasser bleiben. Kein Ass. Kein Ass. Das ist saugefährlich für deine Nieren. Als erstes. Man schwitzt. Wasser bleibt nicht in deiner Körper über eineinhalb Stunden. Das ist schädlich für unsere Länder. Die entwickeln sich so nicht weiter, weil wir haben islamische Gesetze in unserem Land. Auch wenn die nicht radikal, aber trotzdem, wir haben da Gesetze für Erbe, für Heiraten, für Scheidung. Alles haben wir über den Islam. Ich verstehe. Und das ist so. Und ich sage, das ist also die Länder, die wenig Geld haben und wenig Wissen haben. Und auf einmal keine Religion mehr haben. Aber die können keine Wissen haben. Wir lassen die Leute den Islam, weil Islam und Wissenschaft passen nicht zusammen. Das ist eine Katastrophe. Wo hast du gesehen, dass die Knochen erst kommen und danach das Fleisch in einem Embryo? Und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Frauen haben keine Spermien. Deswegen, eine Leute, die mit Islam herrscht, macht ja die Bildung kaputt, damit die Leute dummer werden und die Religion folgen. Die fragen nicht nach Krankenhaus. Die fragen nicht nach Universität. Die sagen, wenn du krank bist, geh in Moschee und beten. Wenn du was wissen willst, geh in dem Imam, die brauchen dir keine Schulen, kein Krankenhaus, nichts. Verstehst du? Die wollen nicht. Die wollen Geld machen. Und wenn sie Geld machen wollen, müssen die Leute dumm bleiben und die Religion folgen. Genau. Also, wie ich gesagt habe, solche Sachen habe ich schon mal aufgelesen. Aber meine Frage war, wenn wir zum Beispiel über 22 Länder reden und dann noch viel mehr. Und in solchen Ländern, wo es viel Armut gibt und wenig Wissen gibt. Wenn wir die Religion abmachen, so auf einmal, wird denn dann die kriminelle Zeichnung hochsteigen oder dieselbe bleiben? Ich weiß nicht. Ich habe den Islam verlassen. Ich bin nicht kriminell geworden. Im Gegenteil. Ich bin ein Besserer. Also, du bist hier in Deutschland. Also, mehr Bisschen wie nicht Armut, meinte ich. Also, hier in Deutschland. Ja, aber das ist ja ein Paradox. Der Islam will Armut. Wenn du den Islam lässt, der Armut geht nicht weg und die Bildung will nicht besser. Verstehst du? Hm. Verstehe. Verstehst du? Der Islam will das nicht. Der Islam kämpft Bildung und der will die Leute arm machen und arm machen. Ja, und egal was passiert, sag, Alhamdulillah, wenn dein Vater steht, weil du keinen Platz gefunden hast im Krankenhaus, sag, Alhamdulillah. Und ich schreie nicht um den Hakim. Und ich habe den Hakim in Sarakamerik und in Jeladadahrak. Und ich habe den Hakim in Sana und in Sana. Ja, das ist doch so, gell? Dass du dann so gehörst und nichts sagst und alles machst, was sie sagen. Du kannst dich nicht entwickeln so. Die werden niemals eine gute Bildung machen für die Leute, weil das wird die Leute dazu bringen, nach deren Rechte zu fragen. Die Leute werden fragen nach Krankenhäusern, die werden fragen nach Bildung, die werden fragen nach vielen Sachen. Nach Krankenversicherung, verstehst du? Die werden fragen nach deren Rechte, nach den Ressourcen von den Ländern. Die meisten arabischen Länder sind reich. Die werden fragen, wir wollen unseren Anteil davon. Die Herrscher wollen, dass die Leute gläubig bleiben, dass sie nicht nach Rechten fragen, dass sie einfach so leben. Einfach so. Und außerdem, es muss nicht eine Identität, guck mal, wir haben eine Identitätsstörung. Wir nehmen den Islam als eine Identität, verstehst du? Wir nehmen den Islam als eine Identität, verstehst du? Du kannst auch kein, du musst nicht Muslim sein unbedingt, du kannst auch nur ein Mensch sein. Verstehst du? Das ist nicht eine Identität, das ist das Problem bei uns. Ja. Man kann ja glauben, das ist nicht stimmt. Glaub einfach, dass es einen Gott gibt, aber du musst nicht fasten 30 Tage und deine Gesundheit schädigen. Weißt du, wie viele Leute in unserer Länder Nierenprobleme haben? Letztens war eine Krankenschwester hier, die hat mir gesagt, im Krankenhaus, im Ramadan kommen viele Muslime mit Nierensteinen, weil sie keine Wasser trinken. Das ist das Selbstmord. Jeder Ast wird dir sagen, bleib nicht länger als vier Stunden ohne Wasser. Jeder Ast. Ab vier Stunden wird das gefährlich für deine Nieren. Und nein, Allah sagt dir, faste von morgens bis nachts. Außerdem, wenn du in Alaska lebst, da geht die Sonne sechs Monate oben. Musst du sechs Monate fasten? Wie willst du dort beten? Wie willst du das beten? In sechs Monaten Sonne, wie willst du das beten? Dann hat Allah nicht gewusst, dass es Orte gibt, wo die Sonne lange oben bleibt. In Norwegen drei Monate, Alaska sechs Monate. Verstehst du, das sind doch Fehler, die man nicht verzeihen kann. Und warum soll ich fasten und mich verhungern, wenn Allah sowieso Fehler macht und wenn ich sowieso Beweise habe, dass es Allah gar nicht gibt? Femd, hast du dich? Ja, femd, ja. Ich bedanke mich so viel. Sehr gerne. Ich freut mich auch für deine Ehrlichkeit, vor allem, dass du wirklich auch ehrlich zu dir selbst bist. Ja, klar, klar. Ich würde mich freuen, wenn du nochmal zurückkommst, ne? Danke, also das ist hier auch einfach. Gerne, gut. Ich wünsche dir einen guten Tag, ja? Danke, dir auch. Pass auf dich auch. Gerne, du kannst immer wieder gerne kommen. Danke. Ich folge dir. Danke, Bruder. Babu, ich verabschiede mich auch. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag. Danke, Bruder. Danke dir, Junior. Hat mich auch gefreut, ja. Ja, aber mit manchen Leuten kann man auch höflich und freundlich sprechen. Ja. Und Leute, wie habt ihr gehört, der versteht Arabisch. Ich habe euch gesagt, die Leute, die die Sprache verstehen, die können dich nicht widersprechen. Nichts zu sich selbst. Du wirst in die Hölle. Präsident. Naja, ich glaube nicht an die Hölle. Keiner ist zurückgekommen, hat uns gesagt, der hat irgendwas gesehen, ne? Wenn wir ein Grab gucken, wenn wir ein Grab öffnen, finden wir da Knochen manchmal auch nicht, ne? Also da passiert gar nicht. Außerdem, ich habe gesagt, wenn ich sterbe, die sollten mich zu irgendwelche Tiere füttern, ne? Damit die nichts von mir finden. Am besten zu einem Hai, ne? Die sollten mich zu Fische geben zum Fressen. Und Allah soll dann meine Reste suchen, ne? In den Ozean. Na-Kirwa-Munkar. Wo sollen mich denn die Na-Kirwa-Munkar finden? Wo soll mich Töben-Aqra finden? Wo soll mich die Schlange mit der Glatze finden, um mich zu pressen, bis der Milch, was ich aus meiner Mutter getrunken habe, aus meiner Zähne rauskommt? Wahnsinn, ne? Wie die die Leute erschrecken. Die haben so Angst, die sind so terrorisiert, dass sie nicht mal denken können. Die haben Angst, ihren Kopf zu benutzen, Leute. Stellt euch mal vor, wie schlimm eine Religion und eine Indoktrinierung sein muss, damit man sich keinen Schmerz traut, seinen Kopf zu benutzen und vertraut nicht seine Logik, vertraut nicht seine Moral, vertraut nicht seinen gesunden Menschenverstand und folgt einfach so blind. Ich werde nicht vor Allah stehen. Es gibt kein Allah, Mann. Ich glaube nicht, dass es einen Allah gibt. Das ist zu spät für dich, weil du dein Leben für einen Gott geopfert hast, den es gar nicht gibt. Das ist zu spät für dich, weil du dein ganzes Leben gefasst hast, für nichts verhungert hast und verdurstet hast. Das wird zu spät für dich, weil du dein Leben nicht gelebt hast, nicht profitiert hast und irgendwelche schlechtes Gewissen hast, wegen irgendwelchen Sünden, die es gar nicht gibt. Und wenn du dich nur frisst, dann hast du den Salat. Ja, okay, wir benutzen es ja wirklich Haram. Botani, ich wollte eigentlich gerade raus, Bruder, das ist, ich muss langsam, wirklich, wir sind wieder vier Stunden live. Okay, schau dich hoch, was du ihnen das sagen willst und dann machen wir aber auch fein. Schönen guten Abend. Guten Morgen, hi. Ich sag dir nur eins, du bist ein Kev in deinem Spaß. Ja, das will ich. Du dachtest kurz, ne? Nee, für Muslime, das ist eine Meinungsfreiheit, du kannst sagen, was du willst. Also für Muslime bin ich kein Kev. Nein, 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 ich bin kein Muslim. Was ist das denn? Okay. Was bist du Christ? Nein, nein, ich bin auch kein Christ. Ich bin eigentlich Jesil, also beziehungsweise. Ich bin aus einer jesidischen Familie, aber ich bin nicht der Gläubigste, das ist das. Okay, ich auch. Ich habe eine ganz eigene Auffassung von Gott, weißt du, Bruder. Schön, wenn das ohne Gewalt, ohne Hass, ohne Dings, finde ich es schön. Ich ja genauso, ich ja genauso. Ja, das freut sich. Bruder, das Ding ist aber auch, was ich dir auch ansprechen wollte, zum Beispiel, du bist Ex-Mozin, ne? Ja. Ja, du bist, äh, ja, ne, was bist du, also, welches Volk, hörst du an welchem Volk, also? Ich bin aus Marokko. Ah, also Marokkaner, Bruder, du bist heute Christ, oder was bist du? Nein, gar nicht, Agnostiker. Agnostiker? Ja. Bruder, du hast dieselbe Ansicht wie ich, ich küsse doch deine Augen. Ja. Ja, Bruder, danke, ich habe einfach Genossen gefunden. Gerne, ja, ich glaube, das ist das Logikste, meiner Meinung nach. Für mich genauso, also, ich, 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 es kann sein, dass es einen gibt, aber ich weiß es nicht, weißt du, ich will mich darauf festlegen, dass es einen gibt oder nicht. Du hast keine Beweise, natürlich, es gibt keinen Beweis. Der Punkt ist, der Punkt ist, es ist logisch zu sagen, die gibt es, es ist aber auch logisch zu sagen, die gibt es nicht, verstehst du? Ja, ja, also, wir haben, wie gesagt, keine Beweise. Wenn hätten wir Beweise, gäbe es nur eine Religion heute, ne? Aber, wie gesagt, ja, wir haben vielleicht auch Glauben und nicht Wissen. Ich kann jetzt meine Meinung frei sagen, weil ich bin in keinem irgendwelchen Livestreams von, vielleicht von Muslimen oder von Christen oder von was weiß ich was, ich bin in keinem religiösen Livestream, das ist das Gute zum einen, jetzt kann ich auch meine Meinung frei äußern in dem Sinne. Ich sehe das Ganze auch so, weil, guck mal, wir Menschen haben uns doch immer, beziehungsweise, wir haben Dinge, die wir uns nicht erklären konnten, einfach mit übernatürlichem, mit Gott verbunden. Beispiel, die alten, die waren ja auch Politiker, die waren ja auch Politiker, beziehungsweise die haben ja auch an Meerengäuter geglaubt, die hatten den Meeresgott Poseidon. Zum Beispiel, die Meere, die Meere waren mal richtig am Leben, also die Meere waren am Arsch, beziehungsweise, es war ein starkes Stürmer, also die sagen, oh, da muss jemand... Der ist gerade unruhig, der ist gerade sauer, verstehst du? Ja, da ist jemand hinten, der das bewegt, ne? Messer, du hattest kurz, der Punkt ist, der Punkt ist, der Punkt ist. Anderes Beispiel, die in der Nordischen... Achso, warte, der Islam, du warst aber kein Muslim, der Islam sagt auch, Mohammed sagt auch, kennt ihr, was Mohammed sagt über den Donner, dass da ein Engel ist, Dass er die Wolken, so wie ein Schäfer, die Wolken, ne, so bringt überall und... Was ich dir damit sagen will, was ich dir damit sagen will, also worauf ich mich ausfühle, wir Menschen haben uns immer irgendwelche übernatürlichen, beziehungsweise gestalten als Vorbild genommen oder als Götter betitelt, verstehst du, um uns halt Dinge zu erklären. Und dann frage ich mich halt, guck mal, heutzutage wissen wir ja alles. Ja, nee. Ja, wir wissen, wie wir entstanden sind. Ich kann mir heutzutage einen Blitz erklären, zum Beispiel. Ich kann mir zum Beispiel einen Sturm erklären, weißt du? Ja, ja. Früher haben die auch nicht verstanden, der Regen, der Donner, die haben gedacht, Gott ist sauer oder so, ja, ja. Ja, genau, genau. Und da kommt man auch zum Beispiel, ich habe auch vor kurzem zum Beispiel die Bücher von Friedrich Nietzsche gelesen. Kennst du Friedrich Nietzsche? Ja, natürlich. Friedrich Nietzsche ist ja einfach zwischen Genie und Wahnsinn gewesen. Und er hat schon vor 200 Jahren gepredigt, wir Menschen müssen den Glauben an die Götter einfach sein lassen und selber zu Göttern werden. Ja. Was ich damit meine? Nochmal, was ich damit meine und was er damit meint. Er wollte den sogenannten Übermenschlichen erschaffen. Verstehst du? Den sogenannten Übermenschlichen erschaffen. Weil guck mal, der Mensch heute, ob du willst oder nicht, der Mensch heute, er weiß ja, wie alles funktioniert. Er weiß ja als Beispiel, warum Blitz entsteht. Er weiß ja, warum Blitz entsteht. Warum sollten wir uns noch an alte Götter festlegen, weißt du? Damals haben wir nur damit Löcher gestopft. Genau. Ilah el-Fararat, ja. Die Götter verruhiert. Genau, genau. Und das ist der Punkt. Und das ist der Punkt. Und genau das, und genau das sage ich halt immer, aber die meisten verstehen mich dann falsch, wenn ich sage, ey, ich bin mein eigener Gott, beziehungsweise, ich will, ich will, ich will, genau. Ich finde, dass wir Menschen selber zu Göttern werden. Verstehst du? Ja, ich habe auch meine eigene Moral, ich habe meine eigene Prinzipien. Ich habe mir das selbst gebaut mit Gedanken und mit Philosophien. Ich habe gedacht über die Sache. Wie soll ich in diesen Fall gehen? Wie gehe ich damit um? Und das sind meine Überzeugungen. Und keiner hat mir gesagt, wie ich mache. Ich gebe nicht meinen Kopf für einen Typ, der vor 1400 Jahre gelebt hat, damit er für mich denkt. Aber weißt du, was das Witzigste in der Sache ist? Ich finde das immer witzig, wenn ich den Leuten meine Ansicht teile und dann kommt irgendeiner und sagt, ja, aber im Koran steht das, aber in den Bibeln steht das. Ja, oder? Es ist eine Überzeugung, oder? Ich kenne es eine Überzeugung. Genau, wenn die mir sowas sagen, ich sage, ja, in dem Harry Potter steht auch, dass Drachen existieren. Ja. Ich kenne dir genauso beweisen, dass Drachen existieren aus dem Harry Potter-Buch, oder nicht? Als Beispiel, bitte. Ich kenne dir auch sagen, in meinem Taschenbuch da vorne steht, dass, was weiß ich, dass dieser Stuhl hier heilig ist. Nun beweist mir das Gegenteil. Ja, aber das geht auch in Doktrinierung. Geh und beweist mir das Gegenteil. Geh und beweist mir das Gegenteil. Guck mal, unsere Eltern geben uns, guck mal, unsere Eltern, also guck mal, die Natur hat das so gemacht, dass die Eltern, Tiere oder Menschen, deren Kinder als Kinder geben das, was sie brauchen zum Überleben. Die müssen lernen, wie sie essen, wie sie jagen oder was auch immer. Kommt drauf an, welche Lebewesen. Und die Tiere bringen keine Religion zu deren Kinder. Die bringen denen das Nötigste. Und die Natur hat das so gemacht, genetisch sind die so gemacht, dass wir alles akzeptieren, was unsere Eltern beibringen, weil wir glauben, weil sie bringen uns das, was wichtig ist. Verstehst du? Also die Tiere nehmen alles von deren Eltern, die lernen alles, ohne nachzufragen. Und genau wir auch, weil als Kind dein Gehirn ist gar nicht so entwickelt, damit du Sachen analysierst, damit du auch verstehst oder akzeptierst, sondern akzeptierst du das einfach und das ist für dich eine absolute Wahrheit. Punkt. Du denkst nicht daran. 100 Prozent. Das Problem ist, wir Menschen, wir geben uns meistens schlauer, als wir eigentlich sind, beziehungsweise wir sind viel primitiver, als wir denken. Das ist einfach so. Also, als Beispiel, wo unterscheiden wir uns denn wirklich so richtig von den Tieren? Als Beispiel, als Beispiel, du hast ja gerade ein schönes Beispiel genannt mit der Geburt, als Beispiel, oder mit der Erziehung der Eltern. Hier ist es ja so, nehmen wir mal an, ein Hundebaby wird angegriffen von irgendeinem anderen Hund. Ja, da schreit doch die Hundemama ein und nicht. Ist es bei Menschen anders? Ich habe dich nicht richtig gehört, Bruder, kannst du nochmal? Als Beispiel, ein Tier, ein Baby, wird von einem anderen Tier angegriffen. Es ist doch ganz normal, dass die Mutter da einschreitet, oder? Und ihr Baby beschützt, ne? Ja, ja, deswegen schreien wir. Es gibt sogar eine Studie, dass Kinder, Baby schreien, manche Tiere verscheut und wegschickt. Bei Krokodilen haben die das probiert. Die haben dann eine Lautsprecher mit Baby. Und dass diese Schreie auch dazu dienen, auch die Tiere wegzulocken. Wir haben auch das mit den Babys, wenn du siehst, die Babys, wenn die geboren sind, wenn du deine Finger in deren Hände machst, die greifen auf deine Finger. Und wenn du sie hochziehst, die lassen nicht los, die fallen nicht. Genau wie Affen. Weil wir uns immer an unseren Eltern festhalten wollen. Die halten sich fest an deinen Fingern, das Baby wird nie runterfallen. Du gibst ihnen nur deine Finger und der hält dich fest. Und du ziehst ihn hoch und der fällt nicht, der lässt nicht los. Das ist einfach unser Instinkt. Und das sind unsere Affen genauso. Und da kommen wir zu dem Punkt. Und da kommen wir zu dem Punkt. So, ich habe eineinheit hier jetzt reingeschrieben. Warte kurz, ich wollte das gerade vorhin lesen. Und was ist das, dass Gott euch mit euren Vorfahren euch testet? Deswegen der Islam? Fragezeichen. Was hältst du davon, Babu? Ich habe das nicht verstanden. Ich habe es auch nicht verstanden. Aber vielleicht will er uns sagen, dass der Islam quasi ein Test von Gott ist. Also ich frage mich, Bruder. Ich frage mich, ganz kurz, also wenn es einen Gott gäbe, wirklich, also wenn es einen Gott gäbe, dann wäre es doch schon ziemlich, tut mir wirklich schlecht, das zu sagen. Dann wäre es doch ziemlich, ziemlich armselig, unbedingt, unbedingt, unbedingt von irgendwelchen minderwertigen Menschen, beziehungsweise von deinem eigenen, wie soll ich sagen, von deinem eigenen Erschaffung, von deiner eigenen Erschaffung einfach angebetet zu werden. Ja, dann bist du nicht komplett. Beten wir unsere Eltern an? Ja. Aber die Idee kam ja so vor Eltern, dass wir unsere Vorfahren gebetet haben, ja. Aber der Punkt ist nur bei uns, Bruder, auch an. Aber der Punkt ist, ich habe noch eine Frage, wenn ich Babu, Babu, oder betest du als Beispiel deinen Vater oder deine Mutter an? Nein. Natürlich nicht. Aber, Bruder, die Glaubensfrage ist ja, das hat sich entwickelt vor unserer Evolution zum Homo sapien, ne? Das war schon vor. Weil nicht nur Homo sapien haben Glaube und Religionen, sondern auch andere Lebewesen, zum Beispiel Homo naledi. Ich weiß nicht, ob du diese andere Homo naledi auch kennst, ne? Vielleicht kannst du dann suchen. Ich kenne auch zum Beispiel Homo erectus oder auch, oder auch die Nähmere und so weiter. Es gibt ja verschiedene Menschenarten. Nein, das war schon vor. Homo erectus und Homo erectus. Homo erectus war schon vor der Homo sapien und vor der Homo naledi. Ja, das meine ich ja. Ja, und dann... Diese Menschenarten haben ja auch ihre Wetter. Es gibt auch Neandertaler, die hatten auch Regionen. Die sind vor 40.000 Jahren ausgestorben, ne? Genau, genau, genau. Haben sieben Prozent von den Genen von diesen Leuten. Wir haben uns sogar mit denen vermehrt. Und andere Arten mit Menschen. Genau, das wollte ich auch sagen. Und das ist der Punkt, das ist der Punkt. Und da kommen wir halt wieder zu diesen Geschichten, beziehungsweise die halt im Koran, in der Bibel oder auch in der Tora stehen. Von wegen Adam und Esa. Und da habe ich auch ein Problem, das habe ich oft gefragt. Also ich weiß nicht, wie manche das erklären. Vielleicht glauben manche einfach nicht, dass wir so alt sind. Aber auch die Erde, sagt man, dass sie vor 6.000 Jahren in den Islam, vor allem in dem Christentum, weiß ich nicht, ich habe da keine Ahnung, aber im Islam weiß ich, 6.000 Jahre, ne? Oder dass Allah die Erde in sechs Tagen erschaffen hat und den ganzen Universum in einem Tag. Aber es gibt ja viele Planeten, die genauso sind wie unsere Erde. Warum hat er dafür auch nicht sechs Tage gebraucht? Das hat mich auch immer ein bisschen... Wie gesagt, aber es sind auch alle diese... Der Punkt ist, und da kommen wir wieder zu diesem, wie soll ich sagen, zu diesem geozentrischen und heliozentrischen Weltbild, verstehst du? Als Beispiel die Menschen damals hatten, wie soll ich sagen, dieses heliozentrische Weltbild, dass die Erde nicht der Mittelpunkt von allem ist, verstehst du? Das kam ja erst mit Kopernikus, weißt du? Und du weißt ja auch, Kopernikus hat das ja erst... Er hat das ja erst... Er hat das sogar erst nach seinem Method veröffentlicht, weil er wusste ganz genau, diese Menschen, die an das Geozentrischen... Ich glaube, er wurde sogar deswegen hingerichtet oder nicht. Die hätten dann gehangen. Nein, 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 nein. Er ist gestorben und erst dann und erst dann hat das veröffentlicht. Weil er wusste, gibt es genau, ich habe dafür gegangen. Wer wurde eingesperrt, deswegen nach, nach, nach Kopernikus, war das Galileo? Ja, es war, glaube ich, Er hieß, glaube ich, nein, wie hieß er nochmal, der Typ? Ich glaube, irgendein anderer hat das nach ihm auch ein paar hundert Jahre oder was weiß ich, nach ihm, in ein paar Jahren nach ihm auch gesagt... Galileo, Galileo, genau, genau, genau. Der wurde dann eingesperrt, quasi in sein Zuhause. Er hat Hausarrest bekommen. Er hat Hausarrest bekommen. Ja, 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 richtig, ja. Naja, gut, ich habe mich auch sehr mit der Wissenschaft, auch tierreich, fasziniert mich. Und da sieht man auch viele Sachen, die halt ja zu der Geschichte nicht ganz passen. Ja, auch die Geschichte von Noah kann ich nicht glauben, weil das ist mir so schwer, dass er wirklich auf jedem Kontinent war. Und jeder Tier, wir haben heute zehn Millionen Tieren. Aber da weißt du auch, ich kenne ja zum Beispiel, was das Thema mit Noah angeht und der Arsche, weißt du eigentlich, dass diese Lehre, die Juden, erst als sie nach Mesopotamien klar diese Lehre übernommen haben, beziehungsweise diese Geschichte übernommen haben? Aber eine Flut gab es schon, eine Flut gab es schon, aber nicht in der Marke. Erstens das, erstens das, und oder der Punkt ist auch nochmal, diese Geschichte von Noah und der Flut, die ist ja nicht mal eigentlich aus der abramitischen Religion, sondern aus der altmesopotamischen Tradition, beziehungsweise aus den ganzen Traditionen von diesen Völkern, die halt in Mesopotamien gelebt haben. Wie zum Beispiel der Ramer, wie zum Beispiel die Assyrer, wie zum Beispiel die Sumerer und so weiter. Verstehst du? Aber das Wasser ist damals nur 120 Meter gestiegen, der Wasserspiegel ist 120 Meter gestiegen. Aber auch, okay, wenn wir auch jetzt zugeben, dass, okay, es hat geregnet und also alle, die ganze Erde wurde bedeckt. Und wo ist das Wasser heute? Es ist weg. Wo ist das Wasser? Wasser, also gleiches Wasser, die die Dinosaurier getrunken haben, trinken wir auch heute. Es wird einfach nur gefiltert durch Regen, durch Erde. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du gerade ein Wasser trinkst, die ein Dinosaurier uriniert hat, ist ja richtig groß, weil es gab ja auch viele Dinosaurier, ne? Mhm. Zum Beispiel bei uns in Marokko springen Knochen von Dinosaurier aus der Erde. Es gibt eine Stadt in Marokko, wenn du läufst, findest du überall Dinosaurierknochen. Die springen einfach aus der Erde. Sobald ich weiß, waren ja auch die Dinosaurier auf jedem Kontinent hier zu finden. Ja, 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 vor allem in Nordafrika waren sie sehr viele Dinosaurierknochen. Die Arten waren überall zu finden. Die haben aber auch viel Phosphor in Marokko und Phosphor kommt ja vom Leben. Deswegen, wir hatten wirklich da viele Dinosaurier. Das war ja einer der, ganz viele, weil in Nordafrika. Und wir haben auch viele Phosphorien und wir haben viele Phosphor immer. Das muss man genauer sagen, diese ganze Region, auch in den Sahara und so, das war ja mal richtig grün. Ich glaube, Flüste, es gab ja, 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 richtig. Die haben auch Knochen gefunden. Es ist ja erst seit, glaube ich, ich weiß nicht, es waren, glaube ich, einige tausend Jahre. 200.000. 200.000. 200.000 Jahre. Jede 200.000 Jahre verendet die Erde ihre Winkel und dann trocknet einen Ort und der andere Ort wird grüner. Weil der nicht mehr so nah an der Sonne ist. Und das ist der Punkt. Als Beispiel jetzt gerade die Sahara ist ja komplett trocken. Komplett trocken, weißt du? Aber vor 300.000 Jahren, wie du es mir gesagt hast, die Sahara hat einfach üppige Wälder, weißt du? Ich habe eine andere Punkte, die mich da auch zum Zweifel bringt, ob es einen Gott gibt. Guck mal, es gibt Länder, die trocknen, die haben kein Wasser. Und 95 Prozent vom Regen regnet in Ozeane und keiner profitiert davon. Und andere Länder beten um Wasser und die sterben, verdursten, aber kein Tropfen regnet auf der Erde. Und 95 Prozent vom Regen, was auf der Erde fällt, regnet einfach in Ozeane. Aber ey, du weißt doch, es ist doch nur ein Test von Gott, das weißt du? Ja. Ja, ich meine, ja, warum sollst du in Ozeane, die Tücher brauchen kein Wasser. Die leben da drin, die brauchen kein Wasser. Das wäre schlauer, es in Afrika regnen zu lassen. Das ist ja der Punkt, das ist ja der Punkt. Aber wie soll ich sagen, halt manche Menschen sind auch wirklich so krass festgefahren in ihrer Religion, dass sie jeden einzelnen Zweifel, den du oder ich als Beispiel, den halt vorlegen und sagen, ey, ist das eigentlich nicht so, warum sagt dein Gott nicht das oder das? Ja, nee, jeder von denen nimmt das alles als Angriff auf. Ja, verstehst du, und deswegen halte ich mich in dem Thema auch immer etwas... Nein, nein, deine Meinung sollst du sagen, jeder soll seine Meinung sagen, warum? Weil ich meine, jeder Gläubige sagt auch ihre Meinung, warum sollst du deine Meinung? Du glaubst auch an irgendwas, du sollst auch sagen, was du glaubst. Wo ist das Problem? Jeder soll glauben an, was er will. Manche Leute brauchen Trost, oder? Manche Leute brauchen Trost. Die wollen ihre Geliebten nach dem Tod sehen. Die brauchen Trost, wenn jemand stirbt. Die brauchen dieses Gefühl einfach, wie gesagt, das ist auch genetisch verankert. Ich nehme dir jetzt ein, ich nenne jetzt als sehr jetzt ein wichtiges Beispiel oder ein lustiges Beispiel in dem Sinne, oder halt einfach ein etwas anderes Beispiel. Als Beispiel, ich glaube jetzt, ich glaube jetzt an diesen Stuhl hier, der vor mir steht. Ich sage, dieser Stuhl ist mein Gott. Verstehst du? Du kannst mir nicht das Gegenteil beweisen, dass dieser Stuhl nicht Gott ist. Komm drauf an, welche Eigenschaften du dir... Warte, 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 warte. Worauf ich in dem Sinne hinaus will. Es gibt absolut keinen Unterschied zwischen meinem Stuhl und euren Göttern. Guck mal, Mohammed war schlau in einer Sache. Die hatten ja Götter aus Thorn, gell? Die hatten Götter als Statuen. Der hat sie demoniert und hat seinen Gott in den Himmel gestellt. Warum? Damit den keinen anfassen kann, kaputt machen kann oder beweisen kann. Also deswegen sollte man, wenn man einen Gott so behaupten soll, dann sollte ja irgendwas Unerreichbares sein. Genau, das stimmt. Du könntest hier zum Beispiel glauben. Es gibt hier auch keine Symboliken. Es gibt hier im Islam zum Beispiel auch keine Symboliken. Ja, viele benutzen ja auch zum Beispiel diesen Halbrotten und Sternen, aber das ist ja eigentlich aus dem Osmanischen Reichen. Ja, eigentlich schon. Das sind ja Götter, ne? Das sind ja eigentlich die Götter, Sternen. Und nichts als in der Götter, alte Götter. Aber sie haben es ja einfach nur so gelassen. Der Punkt ist, die Osmanen haben ja diese Flagge aus der, aus der, aus der, ähm, türkischen Mütterinnen und Grönchensklus übernommen, weißt du? Die Götter ist ja frei bei den Muslimen nicht mehr. Mohammed hatte nur eine schwarze Flagge, das war seine Torbahn. Hallo Panischer, guten Morgen. Morgen Panischer. Ich wollte vor einer halben Stunde Feierabend machen, jetzt habt ihr alle Lust zu reden. Ja, Bruder, ich war auch die ganze Zeit gerade noch am Stream bei Melo. Ich muss langsam wirklich, fünf Minuten nachher dann gehe ich. Guten Morgen, guten Tag. Guten Morgen, Bruder. Banesha, wie geht's dir, mein Lieber? Danke, mir geht's gut, wie geht's dir? Wollamos, ich höre dir immer gerne zu, Lo, wie du, ne? Du hattest das letzte Mal so ein Thema gehabt, ich habe nicht ganz verstanden. Okay, ich bin nochmal raus, ich wünsche dir dann was. Irgendwas mit dir, Bruder, wo wir gehetzt haben, keine Ahnung, oder? Wiedersehen, ich freue mich, ja. Ich mache das auch bei dir wieder, danke dir. Danke, Bruder, danke. Gute Abend noch. Ciao, ciao, guten Morgen, Bruder. Alles klar, eine Frage. Ja, bitte. Das ging darum irgendwie, da war irgendwie Stress mit denen und da habe ich dir ganz dazugehört. Da meinten die, die haben sich irgendwie über Rissenturm hier, Sinturm lustig gemacht. Dann hast du ihn da voll platt gemacht, keine Ahnung, wer war der? Das war der mit der Brille. Keine Ahnung, wie du liegst. Keine Ahnung, wie du liegst. Da meint er irgendwie, du lebst in der Türkei, bla und hier und keine Ahnung. Wer war das nochmal? Da hat er dir gedroht und so, Jani, in der Türkei willst du keinen Fuß mehr fassen und bla und hier und da. Achso, ja, das war doch, glaube ich, Denk nach oder so. Ja, sowas, genau, genau, genau. Wie kannst du überhaupt mit dem reden, Mann? Wie kannst du überhaupt mit dem reden, diese Denk nach? Ja, Bruder, der hat ein bisschen zu viel geredet. Wir haben Muppensausen, sonst irgendwas in der Hand gehabt, die haben Muppensausen gehabt, ne? Das kannst du nicht veröffentlichen, bla bla bla. Nicht Philosophie, doch die ganze Zeit. So ein Video hast du irgendwie aufgenommen in so einer Runde oder was weiß ich. Ich habe so einiges, Bruder. Ich habe sehr viel Videomaterial, wo ich die bloß gestellt habe. So ist das nicht. Also, ich habe sehr viele Videos. Ich habe um die 300 Videos, seitdem ich jetzt hier auf TikTok bin. Ich kriege ja immer wieder die Streams geschickt, Bruder. Aber ich stelle die halt nicht online, weißt du? Muss ja schon unbedingt sein. Es sei denn, einer geht mir wirklich auf den Sack. Ich will ja den Muslimen nicht wehtun, weißt du, wie ich meine? Mir geht es nicht darum, dass ich ihre Religion schlecht mache oder so. Mir geht es einfach wirklich nur darum, dass sie ihre eigenen Schriften erkennen, ja? Und darüber nachdenken, weißt du? Wenn jemand überzeugt ist, kannst du den sowieso nicht rausholen aus der Religion, ja? Und viele Muslime sind ja auch gar nicht so radikal. Will ich der Islam von ihnen verlangt, weißt du? Und das sind auch gute Menschen dabei, so ist das ja nicht. Das stimmt. Wir dürfen nicht alle über einen Kamm scheren. Richtig, aber viele machen das von euch, eure Brüder. So den Live so lustig machen, das sind Dämonen. Also das ist eigentlich nicht in Ordnung. Bruder, ich bin ehrlich, ich mache das auch manchmal. Wenn mich einer von denen zu sehr ärgert, mache ich das auch, ja? Wir sind alles irgendwo Menschen und so. Wir machen alle Fehler. Das wird ein bisschen schon übertrieben. Also, Jesident tut nie irgendwas. Dass auch manche Brüder von euch, ja, das sind Dämonen, Dämonen, Anbieter, Digger. Bevor wir Gott kannten, da kannten die noch nicht mal Gott. Na, die... Also, ich kenne... Guck mal, ich kenne mich im Jesidentum, Bruder. Wir haben jetzt schon gerufen und haben Leute Steine angebetet. Ja, also ich... Du bist jesidig, gell? Ja, ja. Habibi. Habibi. Guck mal, ich kenne mich im Jesidentum, kenne ich mich ja gar nicht so gut aus, um ehrlich zu sein. Auch nur so flüchtig, ja? Ich habe mich damit noch nie wirklich befasst. Aber viele, viele sagen ja, das sind ja, sag ich mal, Satenzahlbeter. Das stimmt aber nicht, ja? Nein. Also, das, was ich weiß, stimmt nicht. Sie beten... Ich weiß, sie beten den Engel an, ja? Äh, Luzifer, aber... Sie beten darfst du nur Gott anbeten. Okay. Das erste Geburt heißt, bei uns, bei uns heißt, der Herr hat alle sieben um sich gescharrt. Er hat gesagt, ihr dürft vor euch niemanden beugen außer vor mir, denn ich bin der Herr und Schöpfer. Okay. Okay, cool. Guck mal, das wusste ich zum Beispiel nicht. Ne? Das war... Also, ich habe jetzt... Ich bin auch davon ausgegangen, dass sie die... Freunde, ich wollte Feierabend. 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 Ich wollte schlafen. Komm, dann. Murat, Bruder, du folgst mir, ja? Ich will auf jeden Fall zurück. Habibi. Das ist ein bisschen noch mal fortsetzt. Ich kläre dich mal ein bisschen auf. Gerne, gerne. Also, ich bin sehr, sehr froh, dass ich jemanden habe, der mich darüber aufklärt. Weil, wie gesagt, ich habe wirklich nur so hier auf TikTok von ein, zwei... Ich bin da auch interessiert. In diesem Film, da würde ich auch gerne mehr lernen über den... Also, Töten ist absolutes No-Go. Du kommst sofort in die Hölle. Direkt. Ne? Direkt Hölle, ne? Du bist... Ja, wenn man jetzt Töten ist, bist du weg hier vom Fenster. Wie ist die Hölle in diesem Film? Ist die Hölle dann... Also... Hölle, wie bei euch? Hölle, wie bei euch? Ich werde ja nicht einfach vergeben, weil du ja nicht sagst, oh, boah, bitte vergeben. Nein, ich meine, es gab ja auch bei manchen, wo die sagen, zum Beispiel, wenn du irgendwas Schlechtes machst, dass du dann zwar nicht in die Hölle gehst, zum Beispiel die Glauben Juden haben keine Hölle, sondern du bleibst allein, gell? Du bist irgendwo allein und das war's. Weil, ja, das ist... Ich glaube, ein paar Religionen waren so deswegen, aber war das wirklich bei euch standard? Ja, du kommst ja nicht mehr raus, ne? Das war's. Bruder, ich sag euch, wie die Hölle ist. Also, ich habe in letzter Zeit viel gelesen, ich habe herausgefunden, was die Hölle ist. Ich habe die Biografie von Mohamed gelesen, als er 13 Frauen hatte, wusste ich, was die Hölle ist. Also, Spaß, Spaß. Also, ich habe mal so gelernt, gefragt, wie ist das denn? Er meint, ja, er würde vor Gericht gestellt, vor Gottes Gericht gestellt, wenn Mohamed würde dann auch da irgendwo verweilen und dann würde er sagen, ja, er hat mich dazu verwirrt und der, der in der Hölle gelandet ist, sagt er, diese Lehre erzählt, er nimmt die Schuld auf sich und er kann dann die Hölle verlassen. Freunde, mach ich fertig, Bruder, Bruder, Bruder. Herr Mohamed hat mich Ehre geleitet, Ehre geleitet, dadurch kann ich die Hölle wieder verlassen. Er hat seine Ehre verfolgt. Alles klar, Bruder, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, wir sind heute Abend wieder live, Murad, kannst du gerne jederzeit vorbeikommen, gell? Hat mich gefreut, Bruder. Bis heute Abend, bis heute Abend, Jungs. Jungs, Freunde, die den ganzen Abend dabei waren, ich danke euch auch, hat mich gefreut. Es war eine schöne Nacht, wir haben uns mit mehreren Leuten unterhalten, von allen Religionen und allen Glauben und auch ohne Glauben. Wie gesagt, hier herrscht Demokratie, jeder darf seine sagen, was er will, hauptsache keiner. Du hast keine Gewalt und keine Vorurteile. Gregoros, danke Bruder. Ja, ich habe meinen Schlaf verdient. Ich danke euch, Freunde. Ganz viel Liebe. Bleibt gesund. Bis heute Abend, dann wieder. Ich danke euch. Ich danke euch. Vielen Dank.